Der Tote in der Badewanne von Dorothy L. Sayers Es spricht Christian Brückner »Eifer flixt«, sagte Lord Peter Whimsey am Piccadilly Circus. »He, Chauffeur!« Der Taxichauffeur, den es ärgerte, angerufen zu werden, während er gerade das schwierige Werk vollbrachte, an einem Autobus und einem Radfahrer vorbei in die Lower Regent Street einzubiegen, lieh ein unwilliges Ohr. »Ich habe den Katalog vergessen«, sagte Lord Peter. »Würden Sie mich bitte zurückfahren?« »Zum Savile Club, Sir?« »Nein, Piccadilly 110 A, gleich dahinter. Besten Dank.« »Dachte, Sie hätten es eilig«, rummte der Chauffeur. Das neue Haus mit den vortrefflichen und teuren Wohnungen, wo Lord Peter im zweiten Stock wohnte, stand genau gegenüber dem Green Park. Als Lord Peter seine Wohnungstür aufschloss, hörte er in der Bibliothek die Stimme seines Dieners. Sie erhob sich zu der gepressten Schärfe, die gut geschulte Dienstboten bei Telefongesprächen anwendend. »Ich glaube, da kommt seine Lordschaft eben, wenn Durchlaucht einen Augenblick am Apparat bleiben wollen.« »Was gibt's, Banter?« »Ihre Durchlaucht hat gerade aus Denver angerufen, Milord. Ich sagte, eure Lordschaft seien zur Auktion gegangen, als ich eure Lordschaft an der Tür hörte. »Danke. Holen Sie mir bitte meinen Katalog. Ich glaube, ich habe ihn im Schlafzimmer gelassen oder auf dem Schreibtisch.« Er setzte sich mit höflicher Gelassenheit ans Telefon, als sei ein Besuch für ein Plauderstündchen gekommen. »Hallo, Mutter.« »Oh, da bist du ja, mein Lieber,« antwortete die Herzogin Witwe. »Ich fürchtete schon, ich hätte dich verfehlt.« »Ich war auf dem Wege zur Auktion bei Brocklebury, um ein paar Bücher zu erstehen, aber ich musste zurückkommen, weil ich den Katalog vergessen hatte. Was ist los?« »Etwas Seltsames ist passiert,« erwiderte die Herzogin. »Ich dachte, ich müsste es dir sagen. Du kennst doch Mr. Thibbs.« »Thibbs,« wiederholte Lord Peter, »ach ja, der Architekte das Kirchendach renoviert. Ja, was ist mit ihm?« »Mrs. Throckmorton war vorhin bei mir ganz aufgeregt.« »Entschuldige, Mutter, ich verstehe nicht. Wer?« »Mrs. Throckmorton, die Frau des Pfarrers.« »Oha, Mrs. Throckmorton. Ja, und?« »Mr. Thibbs rief heute Morgen bei Ihnen an. Er hätte nämlich zu Ihnen kommen sollen.« »Ja, und?« Er rief an, um zu sagen, er könne nicht kommen. Er war ganz aus dem Häuschen, der arme Kerl. Er hat in seiner Badewanne eine Leiche gefunden. Was hat er gefunden? Eine Leiche, mein Junge, in seiner Badewanne. Was? Was für eine Leiche? Ein toter Mann, der nichts anhatte außer einem Zwicker. Mrs. Throckmorton wurde tatsächlich rot, als sie es mir erzählte. In ländlichen Pfarrhäusern werden die Menschen leider etwas prüde. War es jemand, den er kannte? »Nein, ich glaube nicht. Sie sagte, er sei ganz verstört gewesen. Dass er nun die Polizei im Haus hat und so weiter, macht ihm wirklich Kummer. Sehr peinlich für ihn. Er wohnt in Battersea, nicht? Ja, Queen Caroline Mansions, 59, gegenüber dem Park, in dem großen Haus an der Ecke vom Krankenhaus. Ich dachte, du würdest vielleicht gern zu ihm gehen. Ich fand den Mann immer so nett. Oh, sicher, antwortete Lord Peter und lächelte ins Telefon. Die Herzogin leistete ihm bei seinem Steckenpferd kriminalistischen Untersuchungen, stets große Hilfe, obwohl sie nie darauf Bezug nahm und sich höflich den Anschein gab, als ob es nicht vorhanden sei. Wann war das, Mutter? Ich glaube, er fand die Leiche heute früh. Mrs. Throckmorton kam kurz vor dem Essen zu mir. Ärgerlich, ich musste sie zum Bleiben auffordern. Zum Glück war ich allein. Es macht mir nichts, mich zu langweilen, aber ich schätze es nicht, wenn meine Gäste angeödet werden. Du Ärmste. Tausend Dank, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich glaube, ich werde Banter zur Auktion schicken und gleich nach Battersea fahren, um zu sehen, ob ich den armen Kerl trösten kann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Junge. Banter? Bitte sehr, Milord. Ihre Durchlaucht erzählte mir, dass ein ehrbarer Architekt in Battersea einen Toten in seiner Badewanne entdeckt hat. Wirklich, Milord? Das ist sehr erfreulich. Sehr, Banter. Haben Sie den Katalog gefunden? Hier ist er, Milord. Danke. Ich fahre sofort nach Battersea. Ich möchte, dass Sie für mich zur Auktion gehen. Ich habe die Bücher angestrichen, die ich haben will. Bieten Sie gegen jeden. Zum Abendessen bin ich wieder hier. Sehr wohl, Milord. Nehmen Sie mein Taxi und sagen Sie dem Chauffeur, er soll sich beeilen. Kann ich bei Thibs in Frack und Zylinder erscheinen? Lord Peter musterte sich in dem Spiegel aus dem 18. Jahrhundert, der über dem Kamin hing. Ich glaube nicht. Ich wette, er wird mich für den Leichenbestatter halten. Ein grauer Anzug, denke ich, adrett, aber nicht zu elegant. Und ein Hut, der dazu passt, das wird besser zu meinem anderen Ich passen. Der Bibliophile geht ab. Neues Motiv intoniert durch ein Solo-Fagott. Sherlock Holmes tritt auf, als spazierengehender Edelmann verkleidet. Da zieht Banter von hinnen. Ein unschätzbarer Mensch. Macht sich nie erbötig, seine Arbeit zu erledigen, wenn man ihn angewiesen hat, etwas anderes zu tun. Hoffentlich bekommt er die Bücher. Sonst findet man sie vielleicht anderswo, wo hingegen eine Leiche in einer Badewanne nicht mehr als einmal im Leben vorkommt. Jedenfalls keine, die nur einen Zwicker anhat. Du meine Güte. Es ist ganz verkehrt, zwei Stecken Pferde zu reiten. Alfred Thipps war ein kleiner, nervöser Mann, dessen Flachshaar allmählich den ungleichen Kampf mit dem Geschick aufgab. Man konnte sagen, dass sein einziges hervorstechendes Merkmal eine große Beule über der linken Braue war. Fast im gleichen Atemzug mit der Begrüßung entschuldigte er sich deswegen verlegen und murmelte etwas davon, er sei im Dunkeln gegen die Esszimmertür geprallt. Er war fast zu Tränen gerührt, dass Lord Peter auf den Gedanken gekommen war, ihn aufzusuchen. »Das ist wirklich sehr liebenswürdig von eurer Lordschaft«, wiederholte er zum zehnten Male. »Ich weiß es sehr zu schätzen, und meiner Mutter würde es ebenso ergehen. Nur ist sie so schwerhörig, dass ich sie nicht damit bemühen möchte, es ihr verständlich zu machen. Es war ein schlimmer Tag«, fügte er hinzu, »mit den Polizisten im Hause und all dem Betrieb. Daran sind meine Mutter und ich nicht gewöhnt. Wir leben sehr zurückgezogen. Wirklich, Milord, ich bin froh, dass meine Mutter nichts versteht, denn sie würde sich sicher sehr aufregen, wenn sie Bescheid wüsste. Zuerst war sie entsetzt, aber inzwischen hat sie sich eine eigene Erklärung zurechtgelegt, und das ist bestimmt am besten.« Die alte Dame, die strickend am Kamin saß, beantwortete einen Blick ihres Sohnes mit einem grimmigen Nicken. »Ich sagte immer, du solltest dich wegen des Bades beschweren, Alfred«, sagte sie unvermittelt mit der hochgeschraubten Stimme der Schwerhörigen. »Jetzt wird der Hauswirt ja hoffentlich nachsehen. Meiner Meinung nach hättest du das erreichen können, ohne die Polizei zu holen.« »Da sehen Sie es«, erklärte Mr. Thibs abbittend, »es ist ganz gut, dass sie die Sache so anschaut. Sie weiß nämlich, dass wir das Badezimmer abgeschlossen haben. Aber für mich war es ein arger Schrecken. So etwas ist noch nie geschehen, noch nie habe ich so etwas erlebt. Ich wußte kaum, wie ich aus dem grässlichen Badezimmer hinaus sollte und wie die Polizei anrufen.« »Es muß sicher sehr schlimm gewesen sein«, sagte Lord Peter mitfühlend, »zumal, wenn man so etwas vor dem Frühstück erlebt. Ich hasse alles Unangenehme vor dem Frühstück. Dann ist man so im Nachteil, nicht wahr?« »Ganz recht, ganz recht«, pflichtete Thibs eifrig bei. »Als ich die Leiche in meiner Badewanne liegen sah, Splitterfaser nackt noch dazu, bis auf einen Zwicker.« Ich versichere Ihnen, Milord, da drehte sich mir der Magen um, wenn Sie den Ausdruck entschuldigen wollen. Ich bin nicht sehr kräftig und ich leide manchmal morgens an Übelkeit. Und wie so alles zusammenkam, ja, da mußte ich Glätis einen Kognak holen lassen. Ich weiß nicht, was sonst geschehen wäre. Ich fühlte mich so elend, obwohl ich im Allgemeinen nicht sehr für Alkohol bin. Trotzdem mache ich es mir zur Regel, immer Kognak im Hause zu haben, für den Notfall, verstehen Sie? »Sehr klug von Ihnen«, sagte Lord Peter fröhlich. »Glätis ist ein gutes Mädchen und wirklich sehr vernünftig. Sie erschrak natürlich, das ist ja verständlich, aber wenn es brenzlig wird, erweist sie sich als ein sehr hilfreicher, energischer Mensch. Ich betrachte es als ein großes Glück, heutzutage ein gutes, anständiges Dienstmädchen zu haben, wenn sie auch in Kleinigkeiten etwas nachlässig und vergesslich ist. Aber das ist ja nur natürlich. Es tat ihr wirklich sehr leid, dass sie das Badezimmerfenster offen gelassen hatte, und obwohl ich zuerst böse war, als ich sah, was sich daraus ergeben hatte, war es nicht der Rede wert, nicht unter gewöhnlichen Umständen, wie man sagen könnte. Ich sagte bloß, man hätte einbrechen können. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal ein Fenster zuzumachen vergessen, diesmal war es ein Toter, und das ist schon unangenehm genug, aber das nächste Mal könnten es Einbrecher sein. Und dann werden wir alle im Bett ermordet werden. Der Polizeieinspektor hingegen, Inspektor Sage heißt er von Scotland Yard, war sehr streng mit dem armen Mädchen. Er jagte ihr richtig Angst ein und ließ sie annehmen, dass er sie in irgendeinem Verdacht habe. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was für einen Vorteil das arme Mädchen von einer Leiche haben könnte, und das sagte ich auch dem Inspektor. Er war sehr grob zu mir, Milord. Ich muss sagen, sein Benehmen gefiel mir gar nicht. Echt, sag, bestätigte Lord Peter, ich kenne ihn. Wenn er nicht weiter weiß, wird er grob. Es ist ja klar, dass Sie und Ihr Mädchen keine Leichen sammeln. Wer würde sich mit einer Leiche belasten wollen? Gewöhnlich besteht die Schwierigkeit darin, Sie loszuwerden. Sind Sie übrigens diese Leiche schon los? Sie ist immer noch im Badezimmer. Inspektor Sage sagte, nichts durfte angerührt werden, bis seine Leute sie holen kämen. Wenn es Eure Lordschaft interessiert, einen Blick hineinzuwerfen. Sehr gern, wenn es Ihnen nicht unangenehm ist. Ganz und gar nicht, sagte Mr. Thibbs. Als er durch den Flur voranging, überzeugte sein Benehmen Lord Peter von zwei Dingen. Erstens genoss er, so schauerlich sein Schaustück auch war, die Bedeutung, die es auf ihn und seine Wohnung ausstrahlte. Und zweitens hatte Inspektor Sage ihm verboten, es irgendeinem Menschen zu zeigen. Die zweite Annahme wurde durch Mr. Thibbs Handlungsweise bekräftigt. Er ging nämlich in sein Schlafzimmer, um den Schlüssel zu holen und sagte, er mache es sich zur Regel, zu jeder Tür zwei Schlüssel zu haben für den Notfall. Das Badezimmer hatte nichts Auffallendes. Es war lang und schmal. Das Fenster befand sich genau über dem Kopfende der Wanne. Die Scheiben bestanden aus Milchglas, der Rahmen war groß genug, dass ein menschlicher Körper hindurch konnte. Lord Peter öffnete das Fenster und blickte hinaus. Die Wohnung lag im obersten Stock des Hauses, ungefähr in der Mitte der Häusereihe. Das Badezimmerfenster führte nach hinten auf den Hof hinaus, auf dem es verschiedene kleine Nebengebäude, Kohlenschuppen und Garagen gab. Auf der anderen Seite waren die Hinterhöfe einer parallelen Häusereihe. Zur Rechten erhob sich das große St. Lucas Krankenhaus auf seinem Grundstück. Durch einen überdachten Weg war es mit der Wohnung Sir Julian Freaks verbunden, des berühmten Chirurgen, der die chirurgische Abteilung des neuen Krankenhauses leitete und außerdem in der Harley Street als ausgezeichneter Neurologe mit ganz individuellen Ansichten bekannt war. All dies erfuhr Lord Peter des Langen und Breiten von Mr. Thibbes, der zu finden schien, dass die Nachbarschaft eines so hervorragenden Mannes gewissermaßen einen Schimmer des Ruhmes über Queen Caroline Mansions ergoss. »Er war heute Morgen hier«, sagte er, »wegen dieser schrecklichen Sache.« Inspektor Sark dachte, vielleicht hätte einer der jungen Ärzte im Krankenhaus die Leiche spaßeshalber hergebracht, da sie ja dort immer Leichen zum Sezieren haben. Deshalb ging Inspektor Sark zu Sir Julian, um sich zu erkundigen, ob eine Leiche fehlte. Sir Julian war sehr freundlich, obwohl er gerade im Seziersaal arbeitete. Er schaute in den Büchern nach, um die Leichen nachzuzählen, und kam dann liebenswürdigerweise her. Er sagte, »leider könne er uns nicht dienlich sein. Im Spital fehle keine Leiche, und diese hier stimme mit den dortigen Beschreibungen nicht überein.« »Hoffentlich auch mit keiner Beschreibung eines Patienten«, bemerkte Lord Peter beiläufig. Diese grausige Andeutung ließ Mr. Thibbes erblassen. »Ich hörte Inspektor Sark nicht fragen«, erwiderte er mit leichter Erregung. »Wie entsetzlich wäre das? Daran dachte ich überhaupt nicht.« »Nun, wenn dort ein Patient fehlt, wird man es inzwischen wahrscheinlich entdeckt haben.« Lord Peter klemmte sich das Monokel ins Auge und fügte hinzu, »ich sehe, Sie haben Ärger mit hereingewehtem Ruß. Unangenehm, nicht? Das hatte ich auch. Alle meine Bücher wurden verdorben. Drehen Sie sich um, wenn Sie lieber nicht zuschauen wollen.« Er nahm aus Thibbes widerstrebender Hand das Leintuch, das über die Badewanne gebreitet war, und schlug es zurück. Der Tote in der Wanne war ein großer, breiter Mann von etwa fünfzig Jahren. Sein dichtes, schwarzes, natürlich gelocktes Haar war von Meisterhand geschnitten und gescheitelt und strömte ein schwaches Feilchenparfum aus. Der Mann hatte ein breites, fleischiges Gesicht mit ausgeprägten Zügen, vorstehende dunkle Augen, eine lange Nase und ein festes Kinn. Die Lippen waren voll und sinnlich, und der hinuntergesunkene Kiefer enthüllte tabakbefleckte Zähne. Der schöne Goldkneifer spottete des Todes mit grotesker Eleganz, das feine Goldkettchen ringelte sich auf der bloßen Brust. Die Beine lagen steif ausgestreckt nebeneinander. Lord Peter hob den einen Arm in die Höhe und betrachtete die Hand mit leichtem Stirnrunzeln. »Ein bisschen ein Gag, unser Besucher, was?« murmelte er. »Parmafeilchen und Maniküre.« Er bückte sich abermals und griff unter den Kopf. Der absurde Zwicker fiel klirrend in die Wanne, und das Geräusch war für Tipps Nerven zu viel. »Wenn Sie mich entschuldigen wollen,« flüsterte er, »ich fühle mich nicht gut.« Kaum war er hinausgeschlüpft. So drehte Lord Peter den Toten flink und behutsam um und betrachtete ihn mit schräg geneigtem Haupt, wobei er sein Monokel benutzte, als ob er eine seltene Orchidee begutachte. Hierauf holte er seine silberne Zündholzdose hervor, legte den Kopf des Toten über seinen Arm und steckte die Dose vorsichtig in den offenen Mund. Er machte, bettete die Leiche in die Wanne, nahm den geheimnisvollen Zwicker, betrachtete ihn, setzte ihn sich auf die Nase und blickte durch die Gläser. Dann brachte er den Zwicker wieder an den Platz, um keine Spuren der Einmischung zum Ärger des Inspektors zurückzulassen, ging wieder zum Fenster, wo er sich hinauslehnte und mit seinem Spazierstock nach oben und seitwärts tastete. Da diese Untersuchungen zu nichts führten, schloss er das Fenster und gesellte sich auf den Flur zu Mr. Thibbs. Thibbs, den diese mitfühlende Anteilnahme seitens eines Herzogssohnes rührte, bot ihm auf dem Rückweg zum Wohnzimmer eine Tasse Tee an. Lord Peter, der zum Fenster geschlendert war und die Aussicht auf den Battersea Park bewunderte, wollte schon annehmen, als am Ende der Prince of Wales Road eine Ambulanz in Sicht kam. Ihr Erscheinen erinnerte Lord Peter an eine wichtige Verabredung und mit einem hastigen Himmel verabschiedete er sich von Thibbs. »Meine Mutter lässt grüßen«, sagte er und drückte Thibbs herzlich die Hand. Der alten Dame schrie er freundlich »Auf Wiedersehen, Mrs. Thibbs« ins Ohr. Als er aus dem Hause trat, fuhr die Ambulanz vor und Inspektor Sarg tauchte mit zwei Polizisten auf. Der Inspektor warf einen argwöhnischen Blick auf Lord Peters Rücken. »Der liebe alte Sarg«, schmunzelte Lord Peter, »wie er mich hasst, der alte Knabe.« »Ausgezeichnet, Banter«, sagte Lord Peter und sank mit einem Seufzer in einen luxuriösen Sessel. »Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Ich bin selig über die beiden Bücher und dabei haben Sie mir noch sechzig Pfund gespart. Das ist großartig.« »Wofür wollen wir das Geld ausgeben, Banter? Eigentlich gehört es Ihnen. Was wünschen Sie sich? Etwas für Ihre Wohnung?« »Oh, Milord, wenn Eure Lordschaft so gütig sind«, der Diener brach ab und schenkte alten Kognak in ein Glas. »Heraus mit der Sprache!« »Es gibt einen Vergrößerungsapparat mit Ersatzlinsen, Milord«, antwortete Banter mit fast religiösem Eifer. »Wenn es sich nun um eine Fälschung handeln würde oder um Fußspuren, könnte ich die Vergrößerungen auf der Stelle machen. Die breitwinkligen Linsen wären auch nützlich. Es ist, als ob die Kamera hinten Augen hätte. Schauen Sie, Milord, ich habe es gerade hier.« Er zog einen Katalog aus der Tasche. Lord Peter las langsam die Beschreibung. Seine Mundwinkel hoben sich in einem schwachen Lächeln. »Das sind für mich böhmische Dörfer«, sagte er. »Fünfzig Pfund? Scheint mir ein lächerlicher Preis für ein bisschen Glas. Wahrscheinlich finden Sie, dass siebenhundertfünfzig Pfund etwas abwegig sind für ein schmutziges altes Buch in einer toten Sprache, nicht wahr?« »Es steht mir nicht an, so etwas zu sagen, Milord.« »Ja, Banter, ich zahle Ihnen zweihundert Pfund im Jahr, damit Sie Ihre Gedanken für sich behalten. Sagen Sie mir, Banter, in diesen demokratischen Zeiten finden Sie das nicht ungerecht?« »Nein, Milord. Möchten Sie mir nicht offen sagen, warum Sie es nicht ungerecht finden?« »Offengestanden, Eure Lordschaft haben das Einkommen eines Edelmannes, um mit Lady Worthington essen zu gehen und die unzweifelhafte Schlagfertigkeit Eurer Lordschaft in Zaum zu halten.« Lord Peter überlegte dies. »Das ist also Ihre Ansicht, Banter? Noblesse oblige? Ich glaube, Sie haben recht. Dann sind Sie besser dran als ich, weil ich mich Lady Worthington gegenüber anständig benehmen müsste, auch wenn ich keinen Penny besäße.« »Banter, wenn ich Sie jetzt entlassen würde, würden Sie mir dann sagen, was Sie von mir denken?« »Nein, Milord.« »Sie hätten durchaus das Recht, Banter, und wenn ich Sie entlassen würde, obwohl Sie so wunderbar Kaffee machen, hätte ich verdient, was Sie über mich sagen würden. Sie können Ihre schielenden Linsen kaufen.« »Danke, Milord.« »Sind Sie im Esszimmer fertig?« »Noch nicht ganz.« »Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Ich habe Ihnen viel zu erzählen.« »Na nun, wer ist denn das?« Die Türglocke hatte heftig geläutet. »Wenn es nichts Interessantes ist, bin ich nicht zu Hause.« »Sehr wohl, Milord.« Lord Peters Arbeitszimmer gehörte zu den schönsten Junggesellenzimmern in London. Es war in schwarz und blassem Gelb-Grün gehalten. Die Wände waren mit seltenen Ausgaben bedeckt. In einem Winkel stand ein kleiner schwarzer Flügel. Ein Holzfeuer brannte in einem breiten altmodischen Kamin, und die Sèvres-Vasen auf dem Sims waren mit rötlich-braunen und goldenen Chrysanthemen gefüllt. Den Augen des jungen Mannes, der aus dem rauen Novembernebel hereingeführt wurde, erschien das Zimmer nicht nur kostbar und unerreichbar, sondern auch gemütlich und anheimend. Lord Peter sprang auf. »Mein Lieber, ich bin entzückt, Sie zu sehen.« »Ein abscheulicher Nebelabend, nicht wahr?« »Banter noch mehr von Ihrem bewunderswerten Kaffee und noch ein Glas und die Zigarren.« »Parker, hoffentlich sind Sie vollgefüllt mit Verbrechen. Nichts weniger als Brandstiftung oder Mord tut's für uns heute Abend.« »Aha«, sagte Parker, »Sie waren in Queen Caroline Mansions. Ich war auch dort, und ich traf Sark, der mir sagte, er habe sie gesehen. Er war böse. Ungebührliche Einmischung nannte er es.« »Das dachte ich mir«, antwortete Lord Peter. »Ich bringe den lieben alten Sark gern in Unruhe. Er ist immer so grob. Ich lese es in den Sternen, dass er sich das Mädchengladys so und so vorgeknöpft hat. Aber was haben Sie denn dort getrieben?« Die Wahrheit zu sagen, ich ging hin, um zu schauen, ob der semitisch aussehende Fremde in Mr. Thibbs Badewanne zufällig Sir Ruben Levy war. Aber er war's nicht. »Sir Ruben Levy«, warten Sie, davon las ich etwas. »Richtig, ja, eine Schlagzeile. Geheimnisvolles Verschwinden eines berühmten Bankiers. Was ist damit los? Ich las es nicht sorgfältig.« »Nun ja, es ist ein bisschen sonderbar, obgleich es nichts Richtiges ist. Der alte Bursche wird wohl aus irgendwelchen Gründen verschwunden sein, die nur er kennt. Es geschah allerdings heute Morgen. Und niemand hätte sich etwas dabei gedacht, wenn es nicht zufällig der Tag gewesen wäre, an dem er an einer sehr wichtigen Sitzung teilnehmen und ein Millionengeschäft abwickeln sollte. Ich weiß nicht alle Einzelheiten. Hingegen weiß ich, dass er Feinde hat, die es gern gesehen hätten, wenn das Geschäft nicht zustande gekommen wäre. Deshalb lief ich, als ich Wind von dem Mann in der Badewanne bekam, gleich hin, um ihn mir anzuschauen. Es düngte mich nicht wahrscheinlich, aber in unserem Beruf gibt es ja noch unwahrscheinlichere Dinge. Das Merkwürdige ist, dass sich der alte Sarge in die Idee verrannt hat, er sei es wirklich, und er telegrafierte Wild Lady Levy herbei, damit sie ihn identifiziere. In Tat und Wahrheit ist der Mann in der Badewanne so wenig Sir Ruben Levy wie Adolf Beck, der arme Teufel John Smith war. Immerhin seltsam, er wäre Sir Ruben wirklich auffallend ähnlich, wenn er einen Bart hätte. Und da Lady Levy mit der Tochter im Ausland ist, könnte jemand sagen, er wäre es. Und Sarge wird eine hübsche Theorie aufbauen, die wie der Turm von Babel zum Einsturz verurteilt ist. Sarge ist ein Esel, sagte Lord Peter. Nun, ich weiß nichts von Levy, aber ich habe die Leiche gesehen, und in Anbetracht dessen finde ich den Gedanken grotesk. Wie schmeckt Ihnen der Cognac? Unglaublich! Gehört zu den Dingen, bei denen man sich im Himmel wähnt. Aber ich möchte Ihre Geschichte hören. Haben Sie etwas dagegen, wenn Banter auch zuhört? Ein unschätzbarer Mensch, der Banter, erstaunlich mit einer Kamera. Merkwürdigerweise ist er immer zur Stelle, wenn ich mein Bart oder meine Schuhe will. Banter? Ja, Milord? Lassen Sie die Herumfummelei dort drin, holen Sie sich was zum Trinken und mischen Sie sich unter die fröhliche Menge. Gern, Milord. Mr. Parker hat einen neuen Trick. Der verschwindende Bankier. Absolut keine Täuschung. Herein, spaziert meine Herrschaften. Leider habe ich nicht viel zu erzählen, sagte Parker. Sir Ruben Levy aß gestern Abend mit drei Freunden im Ritz. Nach dem Essen gingen seine Freunde ins Theater. Er wollte nicht mitgehen, weil er eine Verabredung hatte. Diese Verabredung konnte ich noch nicht verfolgen. Jedenfalls aber kam er um zwölf nach Hause, Park Lane 9a. Wer sah ihn? Die Köchin, die gerade zu Bett gehen wollte, sah ihn vor dem Hause und hörte ihn eintreten. Er ging hinauf, ließ seinen Mantel am Haken in der Halle und den Regenschirm im Ständer. Sie wissen ja, gestern Abend regnete es. Er zog sich aus und legte sich zu Bett. Am Morgen war er nicht da. Das ist alles, schloss Parker unvermittelt mit einer Handbewegung. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Erzählen Sie weiter, bat Lord Peter. Doch, sie ist fertig. Als sein Diener ihn wecken wollte, war er nicht da. Das Bett war benutzt. Sein Pyjama und alle seine Kleider waren da. Sonderbar war nur, dass sie unordentlich auf die Ottomane am Fuß des Bettes geworfen waren und nicht ordentlich zusammengelegt auf dem Stuhl lagen, wie es Sir Rubens Gewohnheit war. Das sah aus, als ob er aufgeregt gewesen wäre oder sich schlecht fühlte. Es fehlte nichts. Die Schuhe, die er getragen hatte, standen wie üblich im Ankleideraum. Er hatte sich gewaschen, die Zähne geputzt und alles wie sonst getan. Das Mädchen machte um halb sieben in der Halle sauber und es schwört, dass danach niemand kam oder ging. Man muss also annehmen, dass ein ehrbarer jüdischer Bankier mittleren Alters entweder zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens verrückt wurde und in einer Novembernacht im Adamskostüm aus dem Hause ging oder fortgezaubert wurde. War die Haustür von innen verriegelt? Nein, im Gegensatz zur üblichen Gepflogenheit hat die Haustür nur ein Yale-Schloss. Andererseits hatten einige Hausangestellte Ausgang gehabt und Sir Ruben hat möglicherweise die Türen nicht abgeschlossen, weil er annahm, sie wären noch nicht heimgekommen. So etwas ist schon öfters geschehen. Und das ist wirklich alles? Wirklich alles. Abgesehen von einem ganz harmlosen Umstand. Ich liebe harmlose Umstände, sagte Lord Peter mit kindlicher Freude. Viele Menschen sind wegen harmloser Umstände gehängt worden. Sir Ruben und Lady Levy, die eine sehr gute Ehe führen, schlafen immer im gleichen Zimmer. Lady Levy hält sich augenblicklich aus Gesundheitsgründen in Menton auf. Während ihrer Abwesenheit schläft Sir Ruben wie gewöhnlich in dem Ehebett, und zwar auf seiner Seite, auf der äußeren Seite des Bettes. Vorige Nacht legte er die beiden Kissen zusammen und schlief in der Mitte, genauer gesagt etwas näher zur Wand. Das Zimmermädchen, ein höchst intelligentes Geschöpf, bemerkte das, als es das Bett machen wollte, und unterließ es mit bewundernswertem Instinkt, das Bett anzurühren, obwohl die Polizei erst später benachrichtigt wurde. War niemand im Hause außer Sir Ruben und den Dienstboten? Nein. Lady Levy war mit ihrer Tochter und ihrer Zofe fort. Diener, Köchin, Zimmermädchen, Wirtschafterin und Küchenmädchen waren die einzigen Menschen im Hause und verloren natürlich ein bis zwei Stunden mit Gerede und Gefasel. Ich traf gegen zehn dort ein. Was haben Sie seither getan? Ich versuchte Sir Rubens gestriger Verabredung auf die Spur zu kommen, denn abgesehen von der Köchin ist der Mensch, mit dem Sir Ruben sich gestern Abend verabredete, der Letzte, der ihn vor seinem Verschwinden gesehen hat. Es mag ja eine einfache Erklärung geben, aber mir fällt beim besten Willen keine ein. Vielleicht hat er sich verkleidet. Daran dachte ich auch schon. Es scheint tatsächlich die einzig mögliche Erklärung zu sein, trotzdem höchst sonderbar. Ein bedeutender Geschäftsmann, der eine wichtige Transaktion vorhat, verschwindet spurlos und lässt seine Uhr, seine Brieftasche, sein Checkbuch und, was am geheimnisvollsten und schwerwiegendsten ist, seine Brille zurück, ohne die er keinen Schritt tun kann, da er sehr kurzsichtig ist. Er... Das ist wirklich bedeutsam, fiel Lord Peter ein. Wissen Sie genau, dass er keine Ersatzbrille hatte? Sein Diener steht dafür ein, dass er nur zwei Brillen besaß. Die eine wurde auf dem Toilettentisch gefunden, die andere in dem Schubfach, wo Sir Ruben sie immer aufbewahrte. Lord Peter pfiff durch die Zähne. Das stecke ich fest, Parker. Selbst wenn er fortgegangen wäre, um Selbstmord zu verüben, hätte er seine Brille mitgenommen. Das sollte man meinen. Oder der Selbstmord hätte sich bei der ersten Straßenüberquerung ergeben. Immerhin habe ich diese Möglichkeit nicht übersehen. Ich ließ mich über alle heutigen Verkehrsunfälle unterrichten. Sir Ruben ist nicht darunter. Außerdem nahm er seinen Hausschlüssel mit. Haben Sie die Herren gesprochen, mit denen er gegessen hat? Zwei traf ich im Club. Er sei bei bester Gesundheit und sehr vergnügt gewesen, habe sich darauf gefreut, Lady Levy zu treffen, vielleicht an Weihnachten, und mit großer Befriedigung auf die für heute Morgen geplante geschäftliche Transaktion hingewiesen, an der einer von ihnen, er heißt Anderson of Wynham, ebenfalls beteiligt ist. Folglich hat er bis gegen neun Uhr weder die Absicht gehabt noch erwartet, dass er verschwinden würde, falls er kein glänzender Schauspieler ist. Das Geschehen ist, das seine Sinnesänderung bewirkte, muss durch die geheimnisvolle Verabredung nach dem Essen eingetreten sein oder zwischen zwölf und halb sechs, als er im Bett lag. Nun, Banter, was halten Sie davon? fragte Lord Peter. Da bin ich nicht zuständig, Milord. Ich finde es nur merkwürdig, dass ein Herr, der sich nicht die Zeit nahm oder zu elend war, um seine Kleider wie gewöhnlich ordentlich zusammenzulegen, daran dachte, sich die Zähne zu putzen und seine Schuhe hinauszustellen. Gerade das wird häufig vergessen. Wenn Ihre Worte persönlich gemeint sind, Banter, erwiderte Lord Peter, so sind Sie ihrer nicht würdig. Eine rätselhafte Sache, mein lieber Parker. Hören Sie, ich will mich ja nicht einmischen, aber ich würde sehr gern morgen das Schlafzimmer sehen. Nicht etwa, dass ich Ihnen misstraue. Natürlich können Sie sich ansehen, wahrscheinlich werden Sie viele Dinge finden, die ich übersehen habe, antwortete Parker unangefochten. Parker, Sie gereichen Scotland, Jahr zur Ehre. Was hält übrigens Sarg von der Leiche? Sarg sagt, antwortete Parker betont, dass der Tod auf einen Schlag auf den Hinterkopf zurückzuführen ist. Der Arzt hat das festgestellt. Der Mann soll seit ein oder zwei Tagen tot sein. Es ist ein wohlhabender Jude von ungefähr 50 Jahren. Sarg sagt, es wäre lächerlich anzunehmen, dass er durchs Fenster in die Wohnung kam, ohne dass jemand etwas gemerkt hätte. Wahrscheinlich sei er zur Haustür, da reingekommen und dann ermordet worden. Er hat das Mädchen verhaftet, weil es klein und zart ist und ganz ungeeignet, einen großen, kräftigen Mann mit einem Feuerhaken niederzuschlagen. Er hätte auch Thibs verhaftet. Aber Thibs war gestern und vorgestern in Manchester und kam erst gestern Abend spät nach Hause. Ja, er wollte ihn tatsächlich verhaften, bis ich ihn daran erinnerte, dass Thibs den Mord nicht gestern Abend um halb elf begangen haben konnte, wenn der Mann schon seit ein oder zwei Tagen tot war. Na, es freut mich, dass Thibs ein Alibi hat, gab Lord Peter zurück. Allerdings darf man sein Vertrauen nicht auf Toten, Starre, Leichenverwesung und dergleichen bauen, sonst kann einem der Staatsanwalt einen schönen Strich durch den medizinischen Augenschein machen. Wimsey ging zu einem Büchergestell und nahm ein gerichtsmedizinisches Werk heraus. Er las rigor mortis, Totenstarre. Viele Faktoren bestimmen das Ergebnis. Durchschnittlich beginnt die Starre, Hals und Kiefer, fünf bis sechs Stunden nach dem Tod. In den meisten Fällen ist sie nach 36 Stunden beendet. Unter gewissen Umständen kann sie aber ungewöhnlich früh eintreten oder ungewöhnlich lang ausgedehnt werden. Nützlich, nicht wahr, Parker? Modifizierende Faktoren, Alter, Muskelzustand, Fieberkrankheiten, Temperatur der Umgebung und so weiter. Er stellte das Buch wieder an seinen Platz. Kehren wir zu den Tatsachen zurück. Was hielten sie von der Leiche? Offen gestanden, sie war mir ein Rätsel. Ich würde sagen, ein reicher Mann, aber aus eigener Kraft emporgekommen, der sein Vermögen erst kürzlich erworben hat. Aha, die Schwielen an den Händen sind ihnen aufgefallen. Ich dachte mir schon, dass sie das nicht übersehen würden. An beiden Füßen hatte er arge Blasen, er hat zu enge Schuhe getragen. Und ist einen langen Weg damit gegangen, sonst bekommt man nicht solche Blasen. Auf dem Rücken und an einem Bein hatte er kleine rote Flecke, die ich mir nicht erklären konnte. Ich sah sie auch. Was meinen Sie dazu? Das sage ich Ihnen nachher, fahren Sie fort. Er war sehr weitsichtig, auffallend weitsichtig für einen Menschen im besten Mannesalter. Die Gläser waren wie für einen Greis. Übrigens hing der Kneifer an einer sehr schönen Kette mit ziselierten, flachen Gliedern. Da könnte man vielleicht eine Spur finden. Ich habe schon ein Inserat in der Times aufgegeben, sagte Lord Peter. Weiter. Er besaß den Kneifer schon längere Zeit. An zwei Stellen war er geflickt. Glänzend, Parker, glänzend. Ist Ihnen die Bedeutung dieser Tatsache klar? Nicht unbedingt, leider. Warum? Lassen Sie nur weiter. Er war vermutlich mürrisch und böse. Seine Nägel waren ganz abgefeilt, als ob er sie immer knabberte. Auch die Finger waren abgebissen. Ein starker Raucher, der keine Zigarettenspitze benützte. Auf seine persönliche Erscheinung legte er besonderen Wert. Haben Sie das Badezimmer untersucht? Ich hatte dazu keine Gelegenheit. Es fiel mir ein deutlicher Fleck am Kopfende der Wanne auf, als ob dort etwas Feuchtes gestanden hätte. Einen Abdruck könnte man das kaum nennen. Es hat gestern die ganze Nacht geregnet. Ja, sahen Sie auch, dass der Ruß auf dem Fensterbrett verwischt war? Ja, antwortete Whimsy. Aber ich konnte mir nichts dabei denken, außer, dass irgendetwas auf dem Fensterbrett gewesen sein muss. Ich schaute mir die Sache genau mit diesem kleinen Ding an. Er zog sein Monokel hervor und reichte es Parker. Donnerwetter, das ist eine starke Linse und sehr nützlich, wenn man sich etwas genau anschauen will. Sarge und ich untersuchten den Hof, fuhr Parker fort, aber dort war keine Spur. Das ist interessant. Haben Sie sich auch das Dach vorgenommen? Nein. Wir werden es morgen nachholen. Das Fenster ist knapp einen Meter von der Dachrinne entfernt. Ich habe mit meinem Stock Maß genommen. Er ist in Zentimeter eingeteilt, manchmal sehr nützlich. Innen ist ein Degen und im Knauf sitzt ein Kompass. Ich ließ ihn mir eigens anfertigen. Noch etwas? Leider nicht. Nun, ich glaube, Sie haben die meisten Punkte aufgezählt. Wir haben es nur noch mit ein paar Widersprüchen zu tun. Da ist also ein Mann, der einen kostbaren, goldgerenderten Kneifer trägt, und zwar lange genug, dass er zweimal geflickt werden musste. Seine Zähne sind aber nicht nur verfärbt, sondern auch in einem schlimmen Zustand und sehen aus, als ob er sie nie im Leben geputzt hätte. Auf der einen Seite fehlen vier Backenzähne, auf der anderen drei, und ein Vorderzahn ist abgebrochen. Er legt auf seine äußere Erscheinung Wert, wie Haare und Hände bezeugen. Was sagen Sie dazu? Oh, diese Emporkömmlinge niedriger Herkunft halten nicht viel von Zahnpflege und haben Angst vor dem Zahnarzt. Stimmt, aber der eine Backenzahn hat eine so scharfe, abgebrochene Kante, dass sich die Zunge daran gescheuert haben muss. Nichts ist unangenehmer. Wollen Sie mir einreden, dass ein Mensch sich das gefallen lässt, wenn er es sich leisten kann, sich die Zähne schleifen zu lassen? Nee, nun, die Menschen sind sonderbar. Ich habe Leute kennengelernt, die lieber Qualen erduldeten, als über die Schwelle eines Zahnarztes zu gehen. Wie haben Sie das festgestellt, Wimsey? Schaute in den Mund. Mit einer Taschenlampe, erklärte Lord Peter. Ein nützliches kleines Instrument, sieht aus wie eine Zündholzschachtel. Jedenfalls wollte ich Sie darauf aufmerksam machen. Zweiter Punkt. Ein Herr mit feilchenduftendem Haar und manikürten Händen und allem übrigen wäscht sich nie die Ohren. Voller Ohren schmalzabscheulich. Da haben Sie mich geschnappt, Wimsey, das ist mir entgangen. Immerhin, alte Gewohnheiten lässt man nicht. Richtig. Dritter Punkt. Ein Herr mit Maniküre und Brillantine und allem übrigen hat Flöhe. Verhaftig, Sie haben recht, Flohstiche. Das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Nicht daran zu zweifeln, alter Knabe. Die Stiche waren schwach und alt, aber unverkennbar. Natürlich. Immerhin, das kann jedem passieren. Ich ließ in der vorletzten Woche im besten Hotel von Lincoln einen Floh zurück. Hoffentlich hat er meinen Nachfolger tüchtig gebissen. Oh, all diese Dinge können jedem passieren. Gesondert. Vierter Punkt. Ein Herr, der Parma-Feilchen fürs Haar verwendet und so weiter, wäscht seinen Körper mit starker Karbol-Seife. Mit so starker, dass der Geruch noch 24 Stunden in der Luft hängt. Karbol ist ein Mittel gegen Flöhe. Sie haben auf alles eine Antwort. Sechster und letzter Punkt. Dieser Herr mit den zweifelhaften Gewohnheiten kommt mitten in einer Regennacht an, anscheinend durchs Fenster, nachdem er schon seit 24 Stunden tot ist, und legt sich in aller Seelenruhe in Mr. Thibs Badewanne, der Jahreszeit wenig entsprechend nur mit einem Zwicker bekleidet. Kein Haar auf seinem Kopf ist gekrüppt. Die Haare sind erst vor kurzer Zeit geschnitten worden, sodass lauter kleine Härchen auf seinem Nacken und an der Badewanne kleben. Und er wurde erst vor so kurzer Zeit rasiert, dass auf seiner Wange etwas angetrocknete Seife ist. Whimsy. Warten Sie. Und getrocknete Seife in seinem Mund. Wander stand auf und erschien plötzlich neben dem Detektiv jeder Zoll der respektvolle Diener. Noch etwas Cognac, Sir, murmelte er. Whimsy, sagte Parker, Sie machen mir eine Gänsehaut. Er leerte sein Glas. Seife in seinem... Quatsch! Es war etwas anderes. Irgendeine Verfärbung. Nein, widersprach Lord Peter, es waren auch Haare da, borstige. Er hat einen Bart gehabt. Er holte seine Uhr hervor und entnahm ihr zwei längliche, steife Haare, die er zwischen den inneren und den äußeren Deckel gelegt hatte. Parker drehte und wendete sie ein paar Mal zwischen den Fingern. Soll das etwa heißen, Whimsy, dass ein Mensch sich mit offenem Munde den Bart abnimmt, er lachte rau, und dann mit dem Mund voller Haare getötet wird? Sie sind nicht bei Trost. Das habe ich nicht behauptet, erwiderte Whimsy. Nein, er wurde rasiert, nachdem er tot war. Hübsch, nicht wahr? Ich will Ihnen etwas sagen, Parker. Wir haben es mit einem Verbrecher zu tun, der ein Künstler in seinem Fach ist. Mit einem fantasievollen Verbrecher großen Stils. Ich habe meine Freude daran, Parker. Lord Peter beendete eine Sonate von Scarlatti und blickte nachdenklich auf seine Hände. Seine Finger waren lang und muskulös, mit breiten Gelenken und stumpfen Enden. Das ist ein wundervolles Instrument, sagte Parker. Es ist nicht schlecht, aber Scarlatti erfordert ein Spinett. Haben Sie schon irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen? Der Mann in der Badewanne, sagte Parker methodisch, war kein wohlhabender Mann, der sein Äußeres pflegte. Es ist ein stellungsloser Arbeiter, der aber erst vor kurzer Zeit arbeitslos wurde. Er lief herum und suchte Arbeit, als er sein Ende fand. Jemand tötete ihn, wusch und parfümierte ihn und rasierte ihn, um seine Identität zu verhüllen und ihn in Thibs Badewanne zu legen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Folgerung Der Mörder ist ein kräftiger Mann, da er ihn mit einem einzigen Schlag auf den Hinterkopf tötete. Ein Mann mit kühlem Kopf und meisterhaftem Intellekt, da er bei diesem hässlichen Werk keine Spur hinterließ. Ein reicher, kultivierter Mann, da er alle notwendigen Toilettengegenstände zur Hand hatte. Ein Mann von bizarrer, geradezu perverser Fantasie, was sich daraus erhält, dass er den Toten in die Badewanne legte und ihn mit einem Kneifer schmückte. Er ist ein Dichter auf dem Gebiet des Verbrechens, sagte Wimsy. Übrigens, das Rätsel mit dem Kneifer ist gelöst. Offensichtlich gehörte der Kneifer dem Toten gar nicht. Daraus ergibt sich nur ein neues Rätsel. Man kann doch nicht annehmen, dass der Mörder uns auf diese Weise mit einem Hinweis dienen wollte. Kaum. Leider besitzt dieser Mann, was den meisten Verbrechern fehlt, Sinn für Humor. Ein ziemlich makabrer Humor. Stimmt. Ein gräulicher Kerl. Was mag er mit dem Toten in der Zeit zwischen dem Mord und der Ablage bei Stapes gemacht haben? Es gibt noch mehr Fragen. Wie schafft er ihn dorthin und warum? Wurde der Tote zur Haustür hineingebracht, wie unser lieber Sarg meint, oder durchs Fenster, wie wir nach den nicht sehr stichhaltigen Spuren auf dem Fensterbrett annehmen? Hatte der Mörder Helfers Helfer? Ist Thibs wirklich mit im Spiel oder das Mädchen? Ich möchte die letzte Frage nicht ohne weiteres ablehnen, nur weil Sarg sie bejaht. Sogar Idioten geben manchmal zufällig eine Wahrheit von sich. Wenn nicht, warum wurde gerade Thibs für einen so abscheulichen Streich ausgewählt? Hegt irgendjemand einen Groll gegen Thibs? Wer wohnt sonst noch im Hause? Das müssen wir feststellen. Verflickst noch mal, Parke, es muss ja irgendein Motiv vorliegen. Ein Verbrechen ohne Motiv mag ich nicht, wie Sie wissen. Ein Verrückter, der bei aller Verrücktheit sehr methodisch vorgeht. Jedenfalls ist es nicht Levy, darin haben Sie recht. Wir haben wirklich nichts, woran wir uns halten könnten. Wenn ich bloß irgendeinen guten Vorwand hätte, um mich mit diesem Mordfall offiziell zu befassen. Das Telefon klingelte. Der stumme Banter, den die beiden anderen fast vergessen hatten, ging zum Apparat. »Es ist eine ältere Dame, Milord«, meldete er, »mir scheint, sie ist taub.« Lord Peter ergriff den Hörer und schrie ein »Hallo« in die Muschel, das den Apparat hätte sprengen können. Er lauschte ein paar Minuten mit ungläubigem Lächeln, das sich allmählich zu freudigem Grinsen verbreiterte. Schließlich rief er »Gut, gut« und hängte ein. »Wahrhaftig ein großartiges Frauenzimmer«, verkündete er strahlend, »es war die alte Mrs. Thibs. »Stocktaub«, hat noch nie vorher telefoniert, weiß aber, was sie will. Der unvergleichliche Sarg hat etwas entdeckt und Thibs verhaftet. Die alte Dame ist ganz allein in der Wohnung. Thibs letzter Schrei war »Sag Lord Peter Whimsey Bescheid«. »Oh, Parker, ich könnte Sie küssen.« »Ich werde Ihr stattdessen schreiben.« »Oder nein, wir gehen gleich hin, Parker.« »Banter, holen Sie Ihre Teufelsmaschine und das Blitzlicht.« »Wissen Sie was? Wir machen ein Kompaniegeschäft. Wir legen die beiden Fälle zusammen und arbeiten sie gemeinsam aus.« Als sie in die Dämmerung und den Glanz von Piccadilly eintauchten, blieb Whimsey mit einem kleinen Ausruf stehen. »Einen Augenblick«, sagte er, »mir ist etwas eingefallen. Wenn Sarg da ist, wird er uns Schwierigkeiten bereiten. Ich muss ihn überspielen.« Er lief zurück und die beiden anderen benutzten die paar Minuten seiner Abwesenheit, ein Taxi zu besorgen. Inspektor Sarg und ein untergeordneter Cerberus waren auf Wacht im Hause Queen Caroline Mansions 59. Parker konnten sie zwar nicht gut abweisen, Lord Peter hingegen machte vergebens geltend, »Mrs. Tibbs habe ihn wegen ihres Sohnes angestellt.« »Angestellt«, knurrte Inspektor Sarg verächtlich, »wurde mich gar nicht wundern, wenn sie selbst hinter all dem steckt.« »Hören Sie, Inspektor«, sagte Lord Peter, »was hat es für einen Zweck, mich zu hindern? Sie wissen ja, dass ich zum Schluss doch hineinkomme.« »Es ist meine Pflicht, alle Unbefugten fernzuhalten«, entgegnete Sarg finster, »und dabei bleibt's.« »Ich sagte kein Wort davon, dass Sie das unterlassen sollen«, sagte Lord Peter leicht hin und setzte sich auf die Treppe, um die Angelegenheit bequemer ins Reine zu bringen. »Ich habe keine Lust, länger mit Ihnen zu reden«, erwiderte Sarg aufgebracht. »Es ist schon schlimm genug.« »Oh, da läutet das Telefon.« »Hey, Cawthorn, gehen Sie hin und schauen Sie, was es ist, wenn der alte Drache Sie ins Zimmer lässt, schließt sich dort ein und schreit. Das genügt, dass man den Polizeiberuf an den Nagel hängen und Landwirtschaft treiben möchte.« Der Wachtmeister kam zurück. »Ein Anruf vom Ja, Sir«, meldete er mit verlegenem Hüsteln. »Der Chef sagt, Lord Peter Wimsey sollten alle Erleichterungen gewährt werden.« Er räusperte sich. »Fünf Asse«, sagte Lord Peter fröhlich. »Der Chef ist ein lieber Freund meiner Mutter. Nun los, Sarg, es hat keinen Zweck, sich zu sträuben. Sie haben ein volles Haus, ich werde es noch etwas voller machen.« Er ging mit seinem Gefolge hinein. Die Leiche war vor einigen Stunden fortgeschafft worden und nachdem das Badezimmer und die ganze Wohnung von Augen und Kamera durchforscht waren, lag es klar zutage, dass Mrs. Thibs das eigentliche Problem bildete. Ihr Sohn und das Mädchen waren fort und es stellte sich heraus, dass die Thibs in London keine Freunde hatten, abgesehen von einigen Geschäftsverbindungen des Architekten, deren Adresse die alte Dame nicht kannte. Die übrigen Mieter im Hause waren eine siebenköpfige Familie, die sich für den Winter ins Ausland begeben hatte, ein älterer Oberst von heftigem Temperament, der allein mit seinem indischen Diener lebte, und eine höchst ehrbare Familie im dritten Stock, die wegen der Störung über ihren Köpfen wütend war. Das Familienoberhaupt zeigte zwar, als Lord Peter sich an es wandte, eine kleine menschliche Schwäche, aber Mrs. Appledore, die plötzlich in einem warmen Morgenrock erschien, befreite es von den Schwierigkeiten, in die es achtlos getappt war. Bedauer, sagte sie, wir können uns da leider gar nicht einmischen. Das Ganze ist sehr unangenehm, Mr. Ich habe Ihren Namen leider nicht verstanden und wir haben es von jeher besser gefunden, nichts mit der Polizei zu tun zu haben. Natürlich, wenn die Thibs unschuldig sind, und hoffentlich sind sie es, haben sie großes Pech gehabt, aber ich muss sagen, die Umstände kommen mir recht verdächtig vor. Das ist Lord Peter Wimsey, meine Liebe, fiel Theophilus Appledore sanft ein. Ihr machte das keinen Eindruck. Ach so, ich glaube, Sie sind mit meinem verstorbenen Vetter, dem Bischof von Carisbrook, entfernt verwandt. Der Ärmste, er fiel immer auf Betrüger herein, er starb, ohne aus seinen Erfahrungen eine Lehre zu ziehen. Soviel ich weiß, ist er nur ein angeheirateter Verwandter, sagte Lord Peter. Entschuldigen Sie, dass ich mitten in der Nacht bei Ihnen hereingeplatzt bin, obgleich es ja, wie Sie sagen, in der Familie bleibt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, es wird am besten sein, wenn ich die alte Dame zu meiner Mutter bringe und ihnen aus dem Wege schaffe, sonst könnten eines schönen Tages ihre christlichen Gefühle die Oberhand gewinnen, und nichts richtet die häusliche Bequemlichkeit mehr zugrunde als christliche Gefühle. Um zwei Uhr nachts kam Lord Peter Wimsey im Auto eines Freundes beim Wohnsitz der Herzogin Witwe Schloss Denver an, in Begleitung einer schwerhörigen alten Dame und einer uralten Reisetasche. Wie nett, dich zu sehen, Junge, sagte die Herzogin Witwe friedlich. Sie war eine kleine, rundliche Frau mit weißem Haar und schönen Händen. Äußerlich glich sie ihrem zweiten Sohn ebenso wenig wie im Wesen. Ihre dunklen Augen zwinkerten fröhlich, und ihr Benehmen und ihre Bewegungen wurden durch klare, knappe Entschiedenheit gekennzeichnet. Sie trug einen entzückenden Umhang von Liberty und sah zu, wie Lord Peter kalten Braten und Käse aß, als ob seine Ankunft unter solch ungereimten Umständen und in solcher Begleitung das Gewöhnlichste von der Welt wäre, was es für ihn ja auch war. »Hast du die alte Dame zu Bett gebracht?«, erkundigte sich Lord Peter. »Oh ja, mein Lieber, sie ist sehr tapfer.« »Der arme Thibs.« »Wie kommt dein Freund der Inspektor nur darauf, er könnte einen Mord begangen haben?« »Mein Freund der Inspektor will unbedingt beweisen, dass der Eindringling in Mr. Thibs' Badezimmer Sir Ruben Levy ist, der vorige Nacht auf geheimnisvolle Weise aus seinem Hause verschwunden ist.« Er begründet das folgendermaßen. »Es ist ein Herr mittleren Alters ohne Kleider in Battersea gefunden worden. Darum ist es ein und derselbe Punktum.« Und so steckte er Thibs ins Loch. »Warum musste Mr. Thibs verhaftet werden, selbst wenn es ein und derselbe ist?« »Sarg hatte unbedingt jemanden zu verhaften,« antwortete Lord Peter. »Aber es hat sich etwas herausgestellt, das viel dazu beiträgt, Sarg's Theorie zu unterstützen. Nur weiß ich durch das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass es nichts nützt.« Gestern Abend ging eine junge Frau gegen Viertel nach Neun auf der Battersea Park Road spazieren, zu einem Zweck, den sie selbst am besten weiß, und da sah sie einen Herrn im Pelzmantel und mit Zylinder unter einem Regenschirm daher schlendern, und dieser Herr beguckte die Straßenschilder. »Da sie kein schüchternes Mädchen ist, verstehst du?« trat sie auf ihn zu und sagte »Guten Abend«, worauf der geheimnisvolle Fremde fragte, »Könnten Sie mir bitte sagen, ob diese Straße zur Prince of Wales Road führt?« Sie bejahte und fragte ihn neckisch, was er denn so allein treibe und so weiter. Diesen Teil der Unterhaltung schilderte sie nicht sehr ausführlich. Jedenfalls erklärte der alte Knabe, er könne sich ihr gerade nicht widmen, weil er eine Verabredung habe. »Ich muss einen Mann treffen, mein Kind«, soll er zu ihr gesagt haben, und damit ging er durch die Alexandra Avenue zur Prince of Wales Road. Sie schaute ihm nach, immer noch ziemlich verdutzt, als eine Freundin von ihr zu ihr kam und sagte, »Es hat keinen Zweck, mit ihm die Zeit zu verschwenden. Das ist Levy. Ich kenne ihn vom Westend her. Dort nannten ihn die Mädchen den Meergrünen Unbestechlichen.« Die junge Dame vergaß das Ganze, bis der Milchmann ihr heute früh von der Aufregung in Queen Caroline Mansions erzählte. Da ging sie hin, obwohl sie die Polizei im Allgemeinen nicht schätzt. Das ist ihre Geschichte. Sarg ist natürlich begeistert, und deshalb verhaftete er Tipps. »Du meine Güte«, rief die Herzogin, »hoffentlich gerät das arme Mädchen nicht in Schwierigkeiten.« »Glaube ich nicht«, antwortete Lord Peter. »Tipps ist derjenige, das abbekommen wird.« Er hat übrigens etwas Dummes gemacht. Auch das erfuhr ich von Sarg, obwohl er mit Informationen geizte. Offenbar hat sich Tipps in Bezug auf den Zug, mit dem er von Manchester zurückkam, verhaspelt. Zuerst sagte er, er sei um halb elf heimgekommen, dann wurde Gladys Horrocks ausgepumpt, die verlauten dies, er sei erst nach Viertel vor zwölf gekommen. Als Tipps daraufhin ersucht wurde, die Unstimmigkeit zu erklären, geriet er ins Stammeln und sagte, er habe den Zug versäumt. Sarg forschte nun im St. Pancras-Bahnhof nach und entdeckte, dass er dort um zehn einen Koffer eingestellt hatte. Als Tipps wieder um eine Erklärung gebeten wurde, stotterte er noch mehr und sagte, er sei ein paar Stunden spazieren gegangen. Er könne nicht sagen, wann er nach Hause gekommen ist und woher die Beule an seiner Stirn stamme. Kurz, könne gar nichts erklären. Gladys Horrocks wurde nochmals verhört. Diesmal sagte sie, Tipps sei um halb elf heimgekommen. Dann bekannte sie ihn überhaupt nicht gehört zu haben. Warum sie ihn nicht gehört hatte, vermochte sie nicht zu sagen. Konnte nicht sagen, warum sie zuerst ausgesagt hatte, sie habe ihn gehört. Brach in Tränen aus, widersprach sich. Alle schöpften Verdacht. So wurden die beiden verhaftet. Wie du es darstellst, sagte die Herzogin, klingt alles sehr verwirrend und nicht ganz anständig. Der arme Tipps würde sich über alles, was nicht anständig ist, arg aufregen. Ich möchte wissen, was er angestellt hat. Ich glaube wirklich nicht, dass er einen Mord begangen hat. Außerdem glaube ich, dass dieser Knabe schon ein oder zwei Tage tot war, obwohl ich auf die ärztliche Aussage nicht viel gebe. Es ist ein unterhaltsames kleines Rätsel. Sehr sonderbar, Junge. Aber so traurig. Die Sache mit Sir Ruben. Ich muss Lady Levy ein paar Zeilen schreiben. Ich kannte sie recht gut, von Hampshire her. Weißt du, als sie noch ein junges Mädchen war. Christine Ford hieß sie damals. Und ich erinnere mich gut, was für einen Aufruhr es gab, als sie einen Juden heiraten wollte. Das war natürlich, bevor er im amerikanischen Ölgeschäft so viel Geld verdiente. Ihre Eltern wünschten, dass sie Julian Freak heiratete, dem es später so gut ging und der mit der Familie verwandt war. Aber sie verliebte sich in diesen Mr. Levy und ging mit ihm durch. Er war damals sehr schön, musst du wissen, auf eine fremdländische Weise. Aber er hatte kein Geld. Und die Ford schätzten seine Religion nicht. Natürlich sind wir heutzutage alle judenfreundlich. Kurzum, so war es. Und es war viel besser für das Mädchen, ihn zu heiraten, wenn sie ihn wirklich liebte. Obwohl ich glaube, dass der junge Freak ihr aufrichtig zugetan war. Und sie sind immer noch sehr gute Freunde. Nicht etwa, als ob es jemals zu einer richtigen Verlobung gekommen wäre, nur zu einer gewissen Verständigung mit ihrem Vater. Aber er hat nie geheiratet, verstehst du, und lebt ganz allein in dem großen Haus beim Krankenhaus. Jetzt ist er sehr reich und auch distingiert. Und ich kenne viele Leute, die ihn sich gern geangelt hätten. Lady Mayne Waring zum Beispiel wollte ihn gern für ihre älteste Tochter. Obwohl ich einmal sagen hörte, es wäre sinnlos zu erwarten, dass ein Chirurg von einer ausgestopften Figur eingenommen sein könnte. Ärzte haben ja so viel Gelegenheit, sich ein Urteil zu bilden. Lady Levy hat es offenbar aus Herzen zu brechen, bemerkte Lord Peter, siehe den mehrgrünen Unbestechlichen. Das stimmt, Jungchen. Sie war ein entzückendes Mädchen, und ihre Tochter soll ja ähnlich sein. Ich verlor sie aus den Augen, als sie heiratete, und du weißt ja, dein Vater machte sich nicht viel aus Kaufleuten, aber ich weiß, dass alle immer sagten, sie seien ein Musterehepaar. Es war sogar sprichwörtlich, Sir Ruben sei im eigenen Hause so beliebt wie verhasst außerhalb. Ja, man kann wohl behaupten, dass er sich ein paar Feinde gemacht hat. Die Herzogin schaute auf die Uhr, die auf fünf Minuten vor drei zeigte. Ich schicke dir den Tee um halb sieben hinauf, Jungchen. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Ich sagte, man solle dir eine Wärmflasche ins Bett legen. Die Leintücher sind immer so kalt. Du kannst die Wärmflasche ja hinauswerfen, wenn sie dich stört. So steht es also, Parker, sagte Lord Peter, seine Kaffeetasse beiseiteschiebend und zündete sich seine Nachfrühstückspfeife an. Vielleicht finden Sie, dass es Sie weiterführt. Mich führt es mit meinem Badezimmerrätsel jedenfalls nicht weiter. Haben Sie noch etwas ausgerichtet, nachdem wir uns trennten? Nein. Ich war nur heute Morgen auf dem Dach. Haben Sie etwas gefunden? Nicht sehr viel. Ich hielt natürlich nach Fußspurenausschau, aber bei all dem Regen gab es natürlich keine. Ich schaute mir die Dächer ringsum an und kam zu dem Schluss, dass alle Leute in der Häuserheie es getan haben könnten. Alle Treppen gehen auf das Dach und die Häuser sind flach. Man kann darauf spazieren gehen wie auf der Shaftsbury Avenue. Immerhin habe ich einen Beweis, dass die Leiche auf diesem Wege ins Badezimmer gekommen ist. Was für einen? Parker holte seine Brieftasche hervor und entnahm ihr ein paar Fäden, die er seinem Freund hinlegte. Einer hatte sich in der Dachtraufe gerade über Thipps Badezimmerfenster verfangen, ein anderer in einer Spalte der steinernen Brustwehr darüber und das Übrige stammt von dem Schornstein dahinter, wo es an einer Stütze hing. Was meinen Sie dazu? Lord Peter betrachtete die Fäden sehr sorgfältig durch sein Monocle. Sehr interessant, sagte er. Haben Sie die Platten schon entwickelt, Banter? fragte er, als dieser diskrete Gehilfe mit der Post hereinkam. Jawohl, Milord. Etwas gefunden? Ich weiß nicht, ob ich es so bezeichnen soll, Milord, antwortete Banter zweifelnd. Ich werde die Abzüge bringen. Tun Sie das, sagte Wimsy. Hallo, da ist ja unser Inserat wegen der Goldkette in der Times. Sieht sehr nett aus. Schreiben, anrufen oder sich melden bei Piccadilly 110 A. Aber Sie glauben doch wohl nicht, dass der Kerl, der die Kette bei der Leiche ließ, sich verrät, indem er herkommt und danach fragt? Das glaube ich nicht, entgegnete Lord Peter. Deshalb möchte ich ja den Juwelier ausfindig machen, der die Kette ursprünglich verkauft hat. Begriffen? Er wies auf das Inserat. Es ist keine alte Kette, kaum abgenutzt. Oh, vielen Dank, Banter. Schauen Sie, Parker, da sind die Abdrücke, die Ihnen gestern auf dem Fensterbrett und am Kopfende der Badewanne auffielen. Ich übersah sie. Sie haben das alleinige Verdienst an der Entdeckung. Die drei Männer betrachteten die Fotografien. Lord Peter sagte erbittert, der Verbrecher kletterte über das Dach und machte sich natürlich die Finger rußig. Er legte den Toten in die Badewanne und wischte alle Spuren auf, bis auf zwei, die er uns netterweise ließ, um uns zu zeigen, wie wir vorgehen sollten. Wir erfahren durch einen Flecken am Boden, dass er Gummisohlen hatte, und durch diese schönen Fingerabdrücke am Rande der Wanne, dass er normal große Hände hat und Gummihandschuhe trug. Er schob die Fotos beiseite und kehrte zur Untersuchung der Fäden in seiner Hand zurück. Plötzlich pfiff er leise vor sich hin. Können Sie damit etwas anfangen, Parker? Es scheinen Fäden von einem rauen Baumwollstoff zu sein, ein Bettlaken vielleicht oder ein improvisiertes Seil. Ja, sagte Lord Peter, ja, es kann ein Fehler sein, es kann unser Fehler sein. Ich frage mich, glauben Sie etwa, dass ein so dünner Stoff stark genug ist, dass ein Mensch daran baumeln kann? Er schwieg. Seine großen Augen wurden zu Schlitzen hinter dem Rauch seiner Pfeife. Was schlagen Sie vor, was heute Vormittag getan werden soll? fragte Parker. Mir scheint es an der Zeit, dass ich mich in Ihre Arbeit einschalte, antwortete Lord Peter. Gehen wir zum Park Lane und schauen wir, was Sir Ruben Levy vorige Nacht im Bett getrieben hat. Und nun, Mrs. Pamming, wenn Sie so freundlich sein wollen, mir eine Decke zu geben, sagte Mr. Banter, als er in die Küche hinunterkam, und erlauben Sie mir, ein Leintuch über den unteren Teil dieses Fensters zu hängen und hier die Jalousie herunterzulassen, damit es keine Spiegelung gibt. Sie verstehen? Dann können wir an die Arbeit gehen. Sir Ruben Levy's Köchin, der Mr. Banters herrenmäßige und gut gekleidete Erscheinung nicht entging, beeilte sich, alles Nötige zu holen. Ihr Besucher stellte auf den Tisch einen Korb, der eine Wasserflasche, eine silberne Haarbürste, ein paar Schuhe, eine kleine Rolle Linoleum und die in Leder gebundenen Briefe eines Selfmade-Kaufmanns an seinen Sohn enthielt. Er zog einen Schirm unter dem Arm hervor und fügte ihn der Sammlung hinzu. Dann schleppte er eine mächtige Kamera herbei und stellte sie in der Küche auf. Er breitete eine Zeitung über den fleckenlos geschrubbten Tisch. Nun krempelte er seine Ärmel auf und zog sich Gummihandschuhe an. Sir Ruben Levy's Diener, der in diesem Augenblick eintrat und ihn so beschäftigt fand, schob das Küchenmädchen fort, das von einem Parkettplatz auszugesehen hatte und betrachtete kritisch den Apparat. Mr. Banter nickte ihm vergnügt zu und entkorkte ein Fläschchen mit grauem Pulver. »Eine ulkige Nummer, Ihr Herr, nicht?« sagte der Diener leicht hin. »Ganz eigenartig, ja«, antwortete Mr. Banter. »Nun, meine Liebe«, sagte er schmeichelnd zu dem Zimmermädchen, »könnten Sie wohl ein bisschen von diesem grauen Pulver über die Flasche schütten, während ich sie halte und auch über die Schuhe hier an dieser Stelle. Vielen Dank, Miss. Wie heißen Sie? Price? Aber Sie haben doch noch einen anderen Namen außer Price, nicht? Mabel, ah! Das ist ein sehr hübscher Name. Sehr schön gemacht. Sie haben eine ruhige Hand, Miss Mabel. Sehen Sie das? Das sind die Fingerabdrücke. Hier drei und da zwei und an zwei Stellen verwischt. Nein, nicht anfassen, mein Kind, sonst geht das Beste ab. Wir wollen Sie hierher stellen, bis Sie zur Portraitaufnahme bereit sind. So, als nächstes kommt die Haarbürste an die Reihe. Vielleicht sind Sie so gut, Mrs. Pamming, und heben Sie sorgfältig an den Borsten hoch. An den Borsten, Mr. Banter? Wenn ich bitten darf, Mrs. Pamming, und legen Sie sie hierher. Nun, Miss Mabel, noch eine kleine Vorführung Ihrer Geschicklichkeit, bitte sehr. Nein, diesmal wollen wir Lampenruß verwenden. Ausgezeichnet hätte es selbst nicht besser machen können. Oh, das ist ein prächtiger Abdruck. Diesmal ist nichts verwischt. Das wird seine Lordschaft interessieren. Jetzt das kleine Buch. Ich nehme es selbst. Mit diesen Handschuhen sehen Sie und nur am Rande. Ich bin ein sehr vorsichtiger Verbrecher, Mrs. Pamming. Nein, ich will keine Spuren hinterlassen. Bestäuben Sie den ganzen Deckel, Miss Mabel. Jetzt die andere Seite. So macht man es. Viele Abdrücke und alle klar, wie es sich gehört. Oh, bitte, Mr. Graves, Sie dürfen das Buch nicht anfassen. Es ist um mich geschehen, wenn es angerührt wird. Haben Sie oft derlei zu tun, erkundigte sich Mr. Graves von einem überlegenen Standpunkt aus. Sehr oft antwortete Mr. Bunter mit einem Stöhnen, das darauf abzielte, Mr. Graves Herz zum Schmelzen zu bringen und sein Vertrauen zu erringen. Wenn Sie so freundlich sein wollen und dieses Stückchen Linoleum an einem Ende halten, Mrs. Pamming, ich halte es am anderen Ende, während Miss Mabel sich betätigt. Ja, Mr. Graves, es ist ein hartes Leben, Tagsüberdiener und Nachtsfotograf, Morgentee jederzeit von halb sieben bis elf und kriminelle Untersuchungen zu allen Stunden. Es ist fantastisch, was für Ideen sich diese reichen Herren in den Kopf setzen, die nichts zu tun haben. Es wundert mich, wie Sie das aushalten, sagte Mr. Graves. So etwas gibt es hier nicht. Ein ruhiges, geordnetes, häusliches Leben hat viel für sich, Mr. Bunter, regelmäßige Mahlzeiten, anständige, achtbare Familien zu Gast, keins von den bemalten Weibern und keine Nachtarbeit. Das hat sehr viel für sich. Ich halte im Allgemeinen nichts von Neureichen und natürlich verstehe ich es, Mr. Bunter, dass Sie es vorteilhaft finden, in einer adeligen Familie zu dienen. Aber heutzutage findet man das als nichts Besonderes mehr. Und ich muss sagen, dass niemand Sir Ruben wohl gern nennen könnte, obwohl er sich aus eigenem Empor gearbeitet hat. Und meine Dame ist auf jeden Fall von Vornehmem geblüht. Eine Miss Ford war sie früher, von den Fords aus Hampshire. Und beide sind immer sehr rücksichtsvoll. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Mr. Graves. Seine Lordschaft und ich waren nie dafür, engherzig und kleinlich zu sein. Oh ja, mein Kind, natürlich ist es eine Fußspurt. Das ist ja ein Stück von Linoleum unter dem Waschbecken. Sir Ruben ist in seinem Geschmack sehr einfach, nicht wahr? Für einen so reichen Mann, meine ich. Ja, sehr einfach, sagte die Köchin. Das Essen, das er und die gnädige Frau bestellen, wenn sie mit Miss Rachel allein sind. Na, wenn die Gesellschaften nicht wären, wo es immer sehr gutes Essen gibt, so wären meine Begabung und meine Ausbildung hier für die Katz. Mr. Banter fügte den Griff des Regenschirms seiner Sammlung hinzu und machte sich daran, unterstützt von dem Zimmermädchen, ein Leintuch, vors Fenster zu spannen. Großartig, sagte er. So, wenn ich nun um die Decke dort auf dem Tisch bitten dürfte und um ein Handgestell oder etwas Ähnliches für den Hintergrund, sehr freundlich von ihm, Mrs. Pamming. Ach, ich wünschte, seine Lordschaft verlangte keine Nachtarbeit. Oft sitze ich bis drei oder vier Uhr auf und dann muss ich in aller Frühe wieder hinaus, um ihn zu wecken, weil er ans andere Ende des Landes fahren will und der Schmutz, den er sich an Kleidern und Schuhen holt. Das ist sicher sehr bitter, Mr. Banter, sagte Mrs. Pamming herzlich. So etwas finde ich gemein. Meine Ansicht nach ist Polizeiarbeit keine geeignete Beschäftigung für einen vornehmen Herrn, ganz zu schweigen von einem Lord. Alles wird auch erschwert, sagte Mr. Banter, der edelmütig den Charakter seines Arbeitgebers und seine eigenen Gefühle um einer guten Sache Willen opferte. Die Schuhe in den Winkel geworfen, die Kleider am Boden. Das trifft man oft bei Menschen, die von vornehmer Herkunft sind, bestätigte Mr. Graves. Da ist Sir Ruben ganz anders. Er hat seine guten altmodischen Gewohnheiten nie aufgegeben. Die Kleider werden ordentlich zusammengelegt, die Schuhe ins Ankleidezimmer gestellt, sodass man sie morgens holen kann und alles wird einem leicht gemacht. Vorgestern Abend hatte sie aber vergessen. Die Kleider, nicht die Schuhe. Sir Ruben denkt immer an andere. Ach, hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Nein, hoffentlich nicht, der arme, gnädige Herr, stimmte die Köchin ein. Und was das Gerede betrifft, er habe sich aus dem Hause gestohlen, um etwas Verbotenes zu tun. Oh, das würde ich niemals von ihm glauben, Mr. Banter, und wenn ich auf dem toten Bett darauf schwören müsste. Ah, rief Mr. Banter, indem er seinen Scheinwerfer aufstellte und mit dem nächsten elektrischen Schalter verbannt, das ist mehr, als die meisten von uns von den Leuten sagen können, die uns bezahlen. Der Tote in der Badewanne CD 2 1,62 m, sagte Lord Peter, und kein Zentimeter darüber. Er betrachtete zweifelnd den Eindruck im Bett und maß ihn zum zweiten Mal mit seinem Allerwelsstock. Parker trug diese Feststellung in ein adrettes Notizbuch ein. Ich nehme an, bemerkte er, dass ein Mann, der 1,87 m groß ist, einen Eindruck von 1,62 m hervorrufen kann, wenn er sich zusammenrollt. Da schwitze ich mir das Gehirn aus, um einen wirklich sensationellen Beigeschmack in ihre langweilige und schimpfliche kleine polizeiliche Untersuchung zu bringen, und sie zeigen keinen Funken von Begeisterung. Es hat keinen Zweck, zu schnell Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu schnell? Sie geben nicht einmal angesichts einer Schlussfolgerung ihr Schneckentempo auf. Ich glaube, wenn Sie eine Katze mit dem Kopf im Rahmtopf erwischen würden, dann würden Sie sagen, man könnte ja auch annehmen, der Rahmtopf sei leer gewesen, als sie den Kopf hineinsteckte. Nun, das wäre immerhin annehmbar, nicht wahr? Zum Kuckuck mit Ihnen, sagte Lord Peter. Er klemmte sich das Monokel ins Auge und beugte sich den Atem anhaltend über das Kopfkissen. Geben Sie mir bitte die Pinzette, bat er plötzlich. Dann zwickte er etwas beinahe Unsichtbares von dem Leinen auf. Was haben Sie da? fragte Parker. Ein Haar, antwortete Wimsey, dessen harte Augen noch härter geworden waren. Gehen wir und schauen wir uns Levis Hüte an, ja? Und klingeln Sie bitte nach dem Diener. Graves heißt er. Als der herbeigerufene Graves das Ankleidezimmer betrat, hockte Lord Peter Wimsey auf dem Fußboden vor einer Reihe Hüte, die er umgekehrt vor sich angeordnet hatte. Da sind Sie ja, sagte Lord Peter fröhlich. Passen Sie auf, Graves, dies ist ein Rätselwettbewerb. Hier sind neun Hüte, einschließlich drei Zylinder. Gehören alle diese Kopfbedeckungen, Sir Ruben Levy? Ja? Sehr gut. Jetzt darf ich dreimal raten, was er an dem Abend, an dem er verschwand, aufgehabt hat und wenn ich richtig rate, habe ich gewonnen und wenn nicht, haben Sie gewonnen. Verstanden? Bereit? Übrigens nehme ich an, dass Sie die Antwort schon wissen. Wenn ich Eure Lordschaft richtig verstehe, so fragen mich Eure Lordschaft, welchen Hut Sir Ruben trug, als er am Montagabend ausging. Nein, Sie verstehen es ganz falsch, entgegnete Lord Peter. Ich frage, ob Sie es wissen. Sie sollen es mir nicht sagen. Ich will raten. Ich weiß es, sagte Mr. Graves vorwurfsvoll. Schön. Als er zum Essen ins Ritz ging, trug er einen Zylinder. Hier sind drei Zylinder. Bei dreimaligem Raten muss ich ja den richtigen treffen, nicht wahr? Das wäre also sehr ungerecht. Ich werde so nur einmal raten. Es war dieser. Er wies auf den Zylinder, der dem Fenster am nächsten war. Stimmt's, Graves? Habe ich gewonnen? Das ist der richtige Hut, Milord, antwortete Mr. Graves ungerührt. Danke, sagte Lord Peter. Mehr wollte ich nicht wissen. Bitten Sie, Banter, herzukommen, ja? Mr. Banter kam mit bekümmerter Miene herein. Sein sonst so ordentliches Haar war von dem Kameratuch zerzaust. Oh, da sind Sie ja, Banter, sagte Lord Peter. Schauen Sie, Ja, da bin ich, Milord, fiel Mr. Banter mit respektvollem Vorwurf ein. Aber mit Verlaub zu sagen, ich sollte unten sein, wo all die jungen Frauenzimmer sind. Sie werden an den Beweisstücken herumfummeln, Milord. Ich bitte um Gnade, erwiderte Lord Peter. Aber ich habe mit Mr. Parker hoffnungslos gestritten und den geschätzten Graves verwirrt, und ich möchte von Ihnen hören, was für Fingerabdrücke Sie gefunden haben. Vorher kann ich nicht glücklich sein. Seien Sie also nicht so hart mit mir, Banter. Eure Lordschaft wissen wohl, dass ich Sie noch nicht fotografiert habe. Doch ich will nicht leugnen, dass Sie interessant aussehen. Das kleine Buch auf dem Nachttisch trägt nur Abdrücke von einem Menschen. Am rechten Daumen ist eine kleine Narbe, sodass Sie leicht zu erkennen sind. Auch die Haarbürste hat nur dieselben Abdrücke. Der Schirm, das Zahnputzglas und die Schuhe haben alle zweierlei Abdrücke. Die Hand mit der Daumennarbe, das ist vermutlich Sir Rubens Hand, und darüber verwischte Abdrücke, die, wenn ich so sagen darf, von derselben Hand in Gummihandschuhen stammen könnten. Oder auch nicht. Ich kann es genauer sagen, wenn ich die Aufnahmen gemacht und nachgemessen habe, Milord. Das Linoleum vor dem Waschbecken ist sehr ergiebig. Außer den Spuren von Sir Rubens Schuhen, die eure Lordschaft festgestellt haben, trägt es den Abdruck eines nackten Männerfußes. Viel kleiner, Milord, nicht größer als 25 Zentimeter, würde ich sagen, wenn Sie mich fragen. Lord Peters Gesicht erstrahlte geradezu in Verzückung. Ein Fehler, hauchte er, ein kleiner Fehler, aber er kann ihn sich nicht leisten. Wann wurde der Linoleumboden das letzte Mal aufgewaschen, Banter? Montagmorgen, Milord. Das Zimmermädchen wusch auf und dachte daran, es zu erwähnen. Die einzige Bemerkung, die sie bis jetzt gemacht hat, und sie ist treffend. Die anderen Angestellten Banters Züge drückten Verachtung aus. Was habe ich gesagt, Parker? Ein Meter zweiundsechzig und kein Zentimeter größer. Und er wagte, die Haarbürste nicht zu benutzen. Wunderschön. Aber er musste es mit dem Zylinder wagen. Ein Herr kann spätnachts im Regen nicht ohne Kopfbedeckung herumlaufen, verstehen Sie, Parker? Was halten Sie nun davon? Zweierlei Fingerabdrücke auf allem außer auf dem Buch und der Bürste, zweierlei Fußabdrücke auf dem Linoleum und zweierlei Haare in dem Hut. Lord Peter hob den Zylinder ans Licht und holte die Beweisstücke mit der Pinzette heraus. Stellen Sie sich vor, Parker, an die Haarbürste zu denken und den Hut zu vergessen. Die ganze Zeit an die Hände zu denken und den einen gedankenlosen Schritt auf das Linoleum zu machen. Da sind sie. Sehen Sie? Schwarze Haare und rote Haare. Schwarze Haare in der Melone und im Strohhut, schwarze und rote im Zylinder von gestern Abend. Und dann, nur damit wir sicher sind, dass wir auf der richtigen Fährte sind, auf dem Kopfkissen ein einziges rotes Haar, das nicht dorthin gehört. Das bringt mir beinahe Tränen in die Augen. Wollen Sie damit sagen, begann der Detektiv langsam. Ich will damit sagen, unterbrach ihn Lord Peter, dass der Mann, den die Köchin gestern Nacht an der Haustür sah, nicht Sir Ruben Levy war. Es war ein anderer, vielleicht ein Kopfkleiner, der in Levis Kleidern herkam und sich mit Levis Hausschlüssel Einlass verschaffte. Oh, es war ein kühner, schlauer Teufelparker. Er hatte Levis Schuhe an und trug Gummihandschuhe, die er überhaupt nicht auszog und er tat alles, um den Anschein zu erwecken, dass Levy vorige Nacht hier schlief. Er ließ es auf ein Wagnis ankommen und gewann. Er ging hinauf, zog sich um, wusch sich sogar und putzte sich die Zähne, benutzte hingegen nicht die Haarbürste, um ja keine roten Haare zu hinterlassen. Er musste erraten, was Levy mit seinen Kleidern und Schuhen anfing. In einem Punkt riet er daneben. Das Bett musste aussehen, als ob Levy darin geschlafen hätte, deshalb legte er sich im Pyjama seines Opfers hinein. In aller Frühe, wahrscheinlich in der stillsten Stunde zwischen zwei und drei, stand er auf, zog seine eigenen Sachen an, die er in einem Koffer mitgebracht hatte, und schlich hinunter. Wenn jemand aufwachte, wäre er verloren gewesen, aber er war kühn und ließ es darauf ankommen. Er öffnete die Haustür, die er beim Hereinkommen nicht versperrt hatte, lauschte auf Schritte und schlüpfte hinaus. Auf seinen Gummisohlen ging er schnell davon. Nach einer Pause fügte Lord Peter hinzu, entweder hat er Sir Ruben Levy wegen eines albernen Spaßes fortgezaubert, oder der Mann mit dem rotbraunen Haar hat einen Mord auf sein Gewissen geladen. »Himmel«, rief der Detektiv, »Sie sehen das Ganze sehr dramatisch an.« Lord Peter strich sich mit einer etwas müden Gebärde übers Haar. »Das ist die richtige Einstellung, mein Freund. Es ist umso sonderbarer, als der gute alte Levy sicher keiner Fliege etwas zu Leide getan hätte. Wissen Sie, Parker, im Grunde kümmert mich dieser Fall nichts eher.« »Welcher? Dieser oder Ihrer?« »Beide.« »Sagen Sie, Parker, wollen wir ruhig nach Hause wandern und essen und dann ins Kolosseum gehen?« »Tun Sie es, wenn Sie wollen,« erwiderte der Detektiv, »aber Sie vergessen, dass ich mich wegen des täglichen Brotes mit diesen Dingen befasse.« »Und ich habe nicht einmal diese Entschuldigung,« sagte Lord Peter. »Also, wie ist der nächste Zug? Was würden Sie an meiner Stelle tun?« »Ich würde aller Arbeit, die Sark jemals geleistet hat, misstrauen und bei allen Bewohnern der Queen Caroline Mansions Familienforschung betreiben. Ich würde ihre sämtlichen Abstellkammern und Dachluken untersuchen, würde mit Ihnen eine Unterhaltung anknüpfen und plötzlich die Wörter »Leiche« und »Zwicker« einfließen lassen und schauen, wie Sie darauf reagieren, genau wie es die modernen Psychiater machen.« »Das würden Sie tun?« Lord Peter lächelte. »Ziehen Sie also los und tun Sie es.« »Ich werde mir es bei Windham gut gehen lassen.« Parker schnitt eine Grimasse. »Sie werden nie ein Berufsdetektiv werden, solange Sie die Kleinarbeit ablehnen, Wimsey. Wie steht's mit dem Mittagessen?« »Ich bin auswärts eingeladen,« erwiderte Lord Peter großartig. »Ich laufe schnell und ziehe mich im Club um. In diesen Lumpen kann ich mit Freddy Arbethnot nicht essen gehen.« Lord Peter und der Ehrenwirte Freddy Arbethnot, die zusammen wie eine Reklame für Herrenkleidung aussahen, betraten den Speisesaal bei Windham. »Habt dich seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen?« sagte der Ehrenwirte Freddy. »Was hast du gemacht?« »Och, mich herumgetrieben,« antwortete Lord Peter matt. »A la creme oder klar?« fragte der Kellner den Ehrenwirten Freddy. »Was möchtest du, Peter?« Damit fällste Freddy die Last des Wählens auf seinen Gast ab. »Beides ist gleich giftig.« »Hier nun, klare Suppe ist leichter, aus dem Löffel zu lecken,« entschied Lord Peter. »Klar,« bestellte der Ehrenwirte Freddy. »Consommet polonais,« nickte der Kellner, »ist ausgezeichnet, Sir.« Die Unterhaltung erlarmte, bis der Ehrenwirte Freddy in dem Seezungenfilet eine Gräte fand und den Oberkellner kommen ließ, um sich das Vorhandensein der Gräte erklären zu lassen. Als diese Angelegenheit erledigt war, brachte Lord Peter die Energie auf, zu sagen, »Tut mir leid, was ich von deinem Vater hörte, alter Freund.« »Ja, der Ärmste,« antwortete Freddy, »das heißt, er wird es nicht lange überleben.« »Was?« »Oh, der Montrachet,« Jahrgang 1908. »In diesem Lokal gibt es nichts Passendes zu trinken,« fügte er düster hinzu. Nach dieser Beleidigung eines edlen Jahrgangs gab es wieder eine Pause, bis Lord Peter sagte, »Wie steht die Börse?« »Mies,« lautete die Antwort. Freddy bediente sich mit Wild-Dragout. »Kann ich irgendetwas tun?« erkundigte sich Lord Peter. »Oh, nein, danke. Sehr anständig von dir, aber es wird mit der Zeit alles gut werden.« »Das ist kein schlechtes Ragout,« bemerkte Lord Peter. »Ich habe schon schlechtere gegessen,« stimmte sein Freund zu. »Was ist mit diesen Argentiniern?« fragte Lord Peter. »He, Kellner, da ist ein Stückchen Kork in meinem Glas.« »Kork!« rief der Ehrenwerte Freddy mit einer Gemütsbewegung, die einem Temperamentsbeweis nahe kam. »Das werden Sie noch zu hören bekommen, Kellner. Erstaunlich, dass ein Mensch, der dafür bezahlt wird, nicht einmal imstande ist, eine Flasche zu entkorken.« »Was sagtest du?« »Argentinier.« »Alle beim Teufel.« »Da der alte Levy plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist, hat die Börse den Boden unter den Füßen verloren.« »Was du nicht sagst,« antwortete Lord Peter. »Was, glaubst du, ist dem Alten zugestoßen?« »Tja, wenn ich das wüsste.« »Hat von den Bessiers eins auf den Kopf bekommen,« würde ich meinen. »Vielleicht ist er verduftet. Doppelleben, weißt du. Manche Geschäftsleute sind verteufelte Lebemänner.« »Oh, nein!« entgegnete der Ehrenwerte Freddy, leicht entrüstet. »Nein, Peter, das darfst du nicht sagen. Er ist ein anständiges altes Haus, und seine Tochter ist ein entzückendes Mädchen. Außerdem sitzt er fest genug im Sattel. Der alte Anderson ist nun bös dran.« »Wer ist Anderson?« »Ein Mann, der da draußen einen Besitz hat. Er wollte Levy am Dienstag treffen. Er befürchtet, dass die Eisenbahnleute jetzt einsteigen, werden, und dann ist alles aus.« »Wer leitet denn die Eisenbahngesellschaft hier?« fragte Lord Peter. »Ein Amerikaner namens John P. Milligan. Er hat eine Option oder behauptet es wenigstens. Diesen Gesellen kann man nie trauen.« »Kann sich Anderson nicht halten?« »Anderson ist nicht Levy. Hat nicht genug Geld. Zudem steht er allein. Levy beherrscht die Lage. Er könnte Milligans eklige Eisenbahn boykottieren, wenn er wollte. Da hat er den Druck ausgeübt. Verstehst du?« »Ich glaube, ich habe Milligan irgendwo einmal kennengelernt,« sagte Lord Peter nachdenklich. »Ist er nicht ein Hühner mit schwarzem Haar und Bart?« »Du verwechselst ihn,« versetzte Freddy. »Milligan ist nicht größer als ich und hat eine Glatze.« Lord Peter überlegte dies beim Gorgonzola. Dann sagte er, »Ich wusste gar nicht, dass Levy eine entzückende Tochter hat.« »Oh, doch,« erwiderte Freddy mit auffallender Gelöstheit. »Ich lernte sie und die Mama voriges Jahr im Ausland kennen. Dadurch kam ich mit dem Alten zusammen. Er war sehr anständig. Er machte es mir möglich, bei diesem argentinischen Geschäft einzusteigen. Wusstest du das nicht?« »Na ja,« sagte Lord Peter, »du könntest noch schlimmer daran sein. Geld ist Geld, nicht? Und Lady Levy ist ein recht wertvoller Punkt. Wenigstens kannte meine Mutter ihre Familie.« »Oh, sie ist in Ordnung,« stimmte Freddy zu, »und der Alte ist kein Mensch, dessen man sich heutzutage schämen müsste. Er gibt nicht vor, etwas anderes als ein Self-Made-Man zu sein, in keiner Weise. Rachel, das ist die Tochter, lacht immer über die Sparsamkeit ihres Alten. »Ich nehme an, man hat Lady Levy kommen lassen,« bemerkte Lord Peter. »Vermutlich,« pflichtete sein Freund bei, »ich gehe wohl am besten hin. Es sähe nicht gut aus, wenn ich es unterließe, aber es ist verflucht peinlich. Was sagt man in einem solchen Fall?« »Ich glaube, es spielt keine große Rolle, was du sagst,« antwortete Lord Peter hilfsbereit, »ich würde fragen, ob du irgendetwas tun könntest.« »Danke,« sagte der Verliebte, »das werde ich machen, als tatkräftiger junger Mann auftreten.« Mr. John P. Milligan, der Londoner Vertreter der großen Milligan Eisenbahn und Schiffsgesellschaft, diktierte gerade in seinem Büro an der Lombard Street seinem Sekretär, als ihm eine Visitenkarte gebracht wurde. Mr. Milligan ärgerte sich über die Störung, aber wie viele seiner Landsleute hatte er einen schwachen Punkt, und das war die englische Aristokratie. Er verschob die Ausmerzung einer bescheidenen, aber vielversprechenden Farm auf der Karte um einige Minuten und befahl den Besucher hereinzuführen. »Guten Tag,« sagte Lord Peter, ungezwungen eintretend, »es ist sehr freundlich von Ihnen, mir Ihre Zeit zu opfern und mich ohne weiteres zu empfangen. Ich will mich möglichst kurz fassen, obwohl es nicht meine Begabung ist, zur Sache zu kommen. Mein Bruder wollte nie zulassen, dass ich für die Grafschaft aufgestellt wurde. Er sagte, ich machte immer solche Umschweife, dass niemand weiß, wovon ich eigentlich rede. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Lord Whimsey,« sagte Mr. Milligan. »Wollen Sie nicht Platz nehmen?« »Danke,« antwortete Lord Peter. »Aber ich bin kein Pär, müssen Sie wissen. Das ist mein Bruder Denver. Mein Name ist Peter. Ein alberner Name finde ich so brav und tugendhaft, aber wir haben immer einen Peter nach dem dritten Herzog, der irgendwann um die Zeit der Rosenkriege fünf Könige verriet. Es besteht also bei näherem Zusehen kein Grund, darauf stolz zu sein. Immerhin, man muss das Beste daraus machen.« Mr. Milligan, der auf diese Weise den Nachteil hatte, welcher mit Unwissenheit verbunden ist, kämpfte um eine bessere Stellung und bot dem Störenfried eine Corona an. »Herzlichen Dank,« sagte Lord Peter. »Aber Sie dürfen mich wirklich nicht verführen, den ganzen Nachmittag hier zu vertrönen. Wahrhaftig, Mr. Milligan, wenn Sie den Leuten derartige Sessel und solche Zigarren anbieten, wundert es mich, dass Sie nicht in Ihrem Büro Hütten bauen.« Im Stillen fügte er hinzu, »Ich wünschte, ich könnte dir deine Schuhe ausziehen. Wie soll ein Mensch die Größe deiner Füße feststellen und ein Kopf wie eine Kartoffel?« »Sagen Sie nun, Lord Peter,« begann Mr. Milligan, »womit kann ich Ihnen dienen?« »Es handelt sich um eine Mutter, eine wunderbare Frau. Doch es ist ihr nicht ganz klar, was es heißt, einem vielbeschäftigten Manne wie Ihnen die Zeit wegzunehmen. Wir haben es hier nicht so eilig, müssen Sie wissen, Mr. Milligan.« »Nicht der Rede wert,« sagte Mr. Milligan. »Es würde mich freuen, der Herzogin einen Gefallen zu tun.« »Tausend Dank, sehr liebenswürdig. Meine Mutter, eine höchst tatkräftige, selbstlose Frau, geht mit dem Gedanken, um diesen Winter in Denver eine Art Wohltätigkeitsbasar zu eröffnen, zugunsten des Kirchendachs. Verstehen Sie? Eine sehr traurige Sache, Mr. Milligan, schöne, antike Fenster, frühenglisch und ein mit Engeln ausgeschmücktes Dach. Alles verfällt und es regnet hinein und so weiter. Man hat einen Mann angestellt, der es machen soll. Ein kleines Kerlchen namens Thibs lebt mit einer alten Mutter in Battersea. Ein ordinärer kleiner Geselle soll sich aber auf Engel, Dächer und dergleichen verstehen. Bei diesem Punkt beobachtete Lord Peter seinen Gesprächspartner scharf. Da er aber feststellte, dass dieses Geschwätz keine erschütterndere Reaktion auslöste als höfliches, mit schwacher Verwirrung gefärbtes Interesse, ließ er von diesem Untersuchungsverfahren ab und fuhr fort. Entschuldigen Sie, ich bin leider entsetzlich weitschweifig. Kurzum, meine Mutter will diesen Bazar eröffnen und sie meinte, es würde sehr wohl interessant sein, wenn sie nebenher Vorträge veranstalten würde. Kleine Plaudereien, verstehen Sie, die von hervorragenden Geschäftsleuten aus aller Herren Länder gehalten werden sollen. Von der Art, wie es mir gelang, verstehen Sie? Ein Tropfen Öl von einem Petroleumkönig, Geld, Gewissen und Gewinn und so weiter. Das würde die Leute dort ungeheuer interessieren. Sehen Sie, alle Bekannten meiner Mutter werden kommen und keiner von uns hat Geld. Ich meine, was Sie Geld nennen würden, vermutlich könnten wir mit unserem Vermögen nicht einmal Ihre Telefonrechnungen bezahlen, nicht wahr? Aber wir hören für unser Leben gern von Leuten, die wirklich Geld machen können. Das hebt gewissermaßen unsere Gefühle, verstehen Sie? Nun, jedenfalls meine ich, meine Mutter würde sich riesig freuen und wäre Ihnen sehr dankbar, Mr. Milligan, wenn Sie kommen und ein paar Worte als Vertreter Amerikas sprechen würden. Es braucht nicht länger als ungefähr zehn Minuten zu dauern, weil die Bevölkerung dort übers Schießen und Jagen hinaus nicht viel begreift und die Bekannten meiner Mutter können sich nicht länger als zehn Minuten auf etwas konzentrieren. Aber wir würden es sehr schätzen, wenn Sie ein bis zwei Tage zu uns kommen würden und ein paar treffende Worte über den allmächtigen Dollar vom Stapel lassen. Gewiss, antwortete Mr. Milligan, das werde ich gern tun, Lord Peter, sehr freundlich von der Herzogin mich vorzuschlagen. Es ist sehr traurig, wenn diese schönen Antiquitäten in die Brüche gehen. Ich komme mit großem Vergnügen und vielleicht sind Sie so freundlich und nehmen einen kleinen Zuschuss zum Restaurierungsfonds an. Diese unerwartete Entwicklung brachte Lord Peter beinahe aus der Fassung. Einen liebenswürdigen Herrn, den man eines besonders abgefeimten Mordes zu bezichtigen geneigt ist, auszuhorchen und von ihm im Verlauf der Maßnahmen einen großen Scheck für ein wohltätiges Unternehmen entgegenzunehmen, das hat für jeden außer dem abgehärteten Kriminalbeamten etwas Unangenehmes. Lord Peter passte sich den Umständen an. Das ist sehr großzügig von Ihnen, erwiderte er. Man wird Ihnen bestimmt sehr dankbar sein, aber besser geben Sie den Scheck nicht mir. Ich könnte ihn ausgeben oder verlieren. Ich bin leider nicht allzu zuverlässig. Der Pfarrer ist die geeignete Person, Pfarrer Constantine in Throckmorton, St. Johns Pfarrhaus bei Schloss Denver, wenn Sie ihn dorthin senden wollen. Werde ich, sagte Mr. Milligan, stellen Sie den Scheck bitte gleich auf tausend Pfund aus, gut, sonst vergesse ich es später. Der Sekretär, ein rothaariger junger Mann mit langem Kinn und ohne Augenbrauen, tat schweigend wie ihm geheißen. Lord Peter blickte von dem kahlen Schädel Mr. Milligans zu dem roten Kopf des Sekretärs, verhärtete sein Herz und versuchte es nochmals. Oh, ich bin Ihnen unendlich dankbar, Mr. Milligan, und meine Mutter wird es ebenfalls sein, wenn ich es ihr erzähle. Ich werde Ihnen Bescheid geben, wann der Bazar eröffnet wird. Das Datum steht noch nicht fest und ich muss mich noch mit einigen anderen Geschäftsleuten in Verbindung setzen. Ich dachte daran, einen Chef der Inseratenabteilung einer großen Zeitung aufzufordern, als Vertreter der britischen Reklamebegabung, Was meinen Sie dazu? Und ein Freund von mir hat mir einen führenden deutschen Bankier versprochen und ich muss noch jemand finden, der den jüdischen Standpunkt vertritt. Ich wollte Levy bitten, aber dummerweise ist er verschwunden. Tja, nickte Mr. Milligan, das ist eine merkwürdige Sache. Allerdings gebe ich zu, dass es mir in den Kram passt. Er hatte etwas gegen meine Eisenbahnfirma, aber ich persönlich hatte nichts gegen ihn und wenn er wieder auftaucht, nachdem ich mein Geschäft zum Abschluss gebracht habe, werde ich ihn mit Freuden begrüßen. Ein Bild erstand vor Lord Peters geistigem Auge. Sir Ruben, der irgendwo gefangen gehalten wurde, bis eine Finanzkrise vorüber war. Das wäre durchaus möglich und weitaus angenehmer als seine frühere Mutmaßung. Es stimmte auch besser mit dem Eindruck überein, den er von Mr. Milligan gewonnen hatte. Tja, es ist rätselhaft, sagte er, aber er hatte wohl seine Gründe. Viel besser nach den Gründen der Leute nicht zu fragen, nicht wahr? Zumal ein Freund von mir, der bei der Polizei ist und mit dem Fall zu tun hat, behauptet, er habe sich die Haare gefärbt, bevor er fortging. Er hat sich die Haare gefärbt, wiederholte Mr. Milligan. Rot gefärbt, erklärte Lord Peter. Der Sekretär blickte auf. Das Sonderbare ist, fuhr Lord Peter fort, dass man die Flasche mit dem Haarfärbemittel nicht finden kann, das stimmt doch etwas nicht, meinen Sie nicht auch? Das Interesse des Sekretärs schien verdampft zu sein. Er legte ein neues Blatt in seinen Ordner ein und übertrug darauf einige Ziffern von der vorhergehenden Seite. Ich glaube, es ist nichts daran, sagte Lord Peter und stand auf, um zu gehen. Also, es war sehr liebenswürdig von Ihnen, sich so von mir belästigen zu lassen, Mr. Milligan. Meine Mutter wird sich riesig freuen. Sie wird Ihnen noch wegen des Datums schreiben. »Es war mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen,« sagte Mr. Milligan. Mr. Scoot stand schweigend auf, um die Türe zu öffnen. Dabei enthüllte er erstaunlich lange und dünne Beine, die bisher unter dem Schreibtisch verborgen gewesen waren. Mit einem stillen Seufzer schätzte Lord Peter ihn auf einen Meter 192. »Schade, daß ich Scoots Kopf nicht auf Milligans Schultern setzen kann,« sagte sich Lord Peter, als er in den Wirbel der City eintauchte. »Und was wird Mutter sagen?« Mr. Parker war Junggeselle und hauste in einer georgianischen, aber ungemütlichen Wohnung an der Great Ormond Street Nummer 12a, für die er wöchentlich ein Pfund zahlte. Er erwachte vom Geruch nach verbranntem Haferbrei. Durch sein Schlafzimmerfenster, das hygienischerweise geöffnet war, wallte langsam ein rauer Nebel herein und der Anblick einer wollenen Unterhose, die er am vorigen Abend hastig über einen Stuhl geworfen hatte, verdross ihn, weil er ihn an die Lächerlichkeit der menschlichen Gestalt erinnerte. Das Telefon läutete und er kroch ärgerlich aus dem Bett und lief ins Wohnzimmer, wo Mrs. Munns, die tagsüber bei ihm tätig war, gerade den Tisch steckte. Schnaubend ging sie hinaus. Mr. Bunter meldete sich. Seine Lordschaft lässt sagen, dass er sich sehr freuen würde, wenn Sie zum Frühstück kommen könnten, Sir. Wenn der Duft nach Nieren und Speck durch den Draht getrieben wäre, hätte Mr. Parker kein stärkeres Gefühl des Trostes empfinden können. Richten Sie seiner Lordschaft bitte aus, dass ich in einer halben Stunde bei ihm sein werde, antwortete er dankbar. Er stürzte ins Badezimmer, das auch die Küche war, und teilte Mrs. Munns, die soeben Tee mit nicht mehr kochendem Wasser aufgoss mit, dass er auswärts frühstücken werde. Sie können den Haferbrei mit heimnehmen, fügte er boshaft hinzu und warf seinen Schlafrock mit solcher Entschiedenheit ab, dass Mrs. Munns nur mit einem Schnaufer davon schlurfen konnte. Ein Autobus setzte ihn bloß eine Viertelstunde später, als sein sanguinischer Impuls ihm eingegeben hatte, am Piccadilly ab und Mr. Bunter tischte ihm vor einem flammenden Holz- und Kohlenfeuer köstliches Essen, unvergleichlichen Kaffee und die Daily Mail auf. Eine ferne Stimme, die das »Et iterum venturus est« aus Bachs H-Moll Messe sang, verkündete, dass der Wohnungsbesitzer mindestens einmal im Tag Sauberkeit und Frömmigkeit verbannt und plötzlich brauste laut Peter herein, feucht und verbenen duftend in einem Bademantel, der mit unnatürlich bunten Pfauen gemustert war. »Morgen, alter Knabe«, grüßte er, »scheußliches Wetter, nicht? Sehr lieb von Ihnen sich her zu bemühen. Ich habe nämlich einen Brief erhalten, den ich Ihnen zeigen wollte, und ich brachte die Energie nicht auf, mich zu Ihnen aufzumachen. Banter und ich haben die ganze Nacht geschwelgt. »Was steht denn in dem Brief?«, fragte Parker. »Nehmen Sie sich von der Marmelade, und dann zeige ich Ihnen meinen Dante. Er wurde mir gestern Abend gebracht. Was muss ich heute Morgen lesen, Banter?« »Lord Aris, Sammlung wird versteigert, Milord. Es steht eine Notiz darüber in der Morning Post. Ich denke, Eure Lordschaft sollte sich die Rezension von Sir Julian Freaks neuem Buch »Die Physiologischen Grundlagen des Gewissens« in der literarischen Beilage der Times anschauen. »Dann gibt es einen sehr sonderbaren kleinen Einbruch im Chronicle, Milord, und einen Angriff auf adelige Personen im Herald, ziemlich schlecht geschrieben, mit Verlaub zu sagen, aber nicht ohne ungewollten Humor, den Eure Lordschaft schätzen wird.« »Gut, geben Sie mir das und den Einbruch«, sagte seine Lordschaft. »Ich habe die anderen Zeitungen durchgesehen«, fuhr Mr. Banter fort und wies auf einen ansehnlichen Haufen und die Lektüre für Eure Lordschaft nach dem Frühstück angestrichen. Stille trat ein. Man hörte nur Toast knacken und Papier rascheln. »Wie ich sehe, hat man die gerichtliche Untersuchung verschoben«, bemerkte Parker unvermittelt. »Es blieb nichts anderes übrig«, erwiderte Lord Peter, »aber Lady Levy ist gestern Abend spät angekommen, sie wird wohl heute Vormittag hingehen und zu Sargs Gunsten den Toten nicht identifizieren. Wird auch Zeit«, sagte Parker kurz. Wieder herrschte Schweigen. »Von Ihrem Einbruch halte ich nicht viel, Banter«, sagte Lord Peter nach einer Weile. »Gekonnt, aber ohne Fantasie. Von einem Verbrechen verlange ich Fantasie. Wo ist die Morning Post?« »Nach einer weiteren Pause«, sagte Lord Peter, »Lassen Sie doch bitte den Auktionskatalog kommen, Banter. Dieser Apollonius Rodius könnte sich lohnen. Nein, ich denke nicht daran, mich durch die Buchbesprechung hindurch zu arbeiten, aber Sie können das Buch auf der Liste der Buchhandlung anstreichen, wenn Sie wollen. Sein Buch über Verbrechen war an sich recht unterhaltend, aber der Mann hat einen Floh im Ohr. Er denkt, Gott sei eine Sekretion der Leber. Zur Abwechslung gut und schön, doch es ist nicht nötig, darauf herum zu reiten. Sie es sag. Entschuldigung, sagte Parker, ich habe nicht recht zugehört, die Argentinier werden etwas fester, wie ich sehe. Milligan, erklärte Lord Peter. Öl steht schlecht, da hat Levy etwas ausgemacht. Der sonderbare kleine Boom in Peruanern, den es kurz vor seinem Verschwinden gab, ist veräbbt. Möchte wissen, ob er da beteiligt war. Wissen Sie das zufällig? Ich werde es feststellen, antwortete Lord Peter. Was war das? Ach, ein ganz nebensächliches Unternehmen, von dem man jahrelang nichts gehört hatte. Vorige Woche belebte es sich plötzlich etwas. Ich bemerkte es zufällig, weil meine Mutter vor langer Zeit 200 Aktien kaufte. Sie warfen nie Dividenden ab. Jetzt ist die Sache wieder versandet. Wimsy schob seinen Teller fort und zündete sich die Pfeife an. Da wir fertig sind, habe ich nichts dagegen, ein bisschen zu arbeiten. Sind Sie gestern vorwärts gekommen? Nein, antwortete Parker. Ich schnüffelte in den Wohnungen herum, in meiner eigenen Gestalt und in zwei verschiedenen Verkleidungen. Ich war ein Gasmann und ein Bittgänger für ein Hundeheim und ich erfuhr gar nichts. Nur ein Dienstmädchen in der obersten Wohnung am Ende der Häusereihe an der Battersea Bridge Road sagte, sie glaube, eines Nachts ein Bumsen auf dem Dach gehört zu haben. Als ich sie fragte, in welcher Nacht konnte sie keine näheren Angaben machen. Ich sah auch ihre Freunde, Mr. und Mrs. Appledore, die mich kalt empfingen, aber über Thibs nicht wirklich klagen konnten. Der anglo-indische Oberst im ersten Stock polterte, war aber unerwartet freundlich. Er setzte mir indischen Curry-Reis zum Abendbrot vor und guten Whisky. Aber er ist eine Einsiedler-Natur und wusste mir nichts anderes zu erzählen, als dass er Mrs. Appledore nicht ertrage. Haben sie bei Levy nichts gefunden? Nur sein Privattagebuch. Ich habe es mitgebracht, hier ist es. Man erfährt nicht viel daraus. Laute Eintragungen wie Tom und Annie zum Essen bei uns und Geburtstag meiner lieben Frau schenkte ihr einen alten Opalring. Mr. Abethnot kam zum Tee, er möchte Rachel heiraten, aber ich hätte gern einen standhafteren Mann für mein Kleinod. Immerhin können sie daraus ersehen, wer im Haus verkehrte und dergleichen. Offenbar machte er jeden Abend seine Eintragungen. Am Montag ist keine Eintragung gemacht worden. Ich glaube, es wird nützlich sein, sagte Lord Peter und blätterte in der Agenda. Der arme Kerl, wissen Sie, ich bin jetzt nicht mehr so sicher, dass er umgebracht worden ist, er berichtete Parker die Einzelheiten des Tagewerks. Arbethnot fragte Parker, ist das der gleiche Abesnaht im Tagebuch? Ich nehme es an. Ich traf mich mit ihm, weil ich wusste, dass er sich gern an der Börse herumtreibt. Was Milligen betrifft, so macht er einen guten Eindruck, aber ich glaube, er kann als Geschäftsmann ziemlich rücksichtslos sein und man weiß ja nie. Dann ist da der rothaarige Sekretär, ein Rechengenie mit einem Gesicht wie ein Fisch, hüllt sich eisern in Schweigen. Milligen hätte jedenfalls ein recht gutes Motiv, Levy für ein paar Tage aus dem Wege zu schaffen und dann hätten wir den neuen Mann. Was für einen neuen Mann? Von dem ich den Brief erhielt, den ich vorhin erwähnte. Wo habe ich ihn hingesteckt? Da ist er ja. Gutes, holzfreies Papier, Briefkopf einer Anwaltsfirma in Salisbury und beigelegte Briefmarke, Handschrift eines älteren Geschäftsmannes mit altmodischen Gepflogenheiten. Parker nahm den Brief und las Crumpelschen und Wicks, Rechtsanwälte, Milford Hill, Salisbury, 17. November 1900. Sehr geehrter Herr, Bezug nehmend auf Ihr heutiges Inserat in der Times erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, dass der fragliche Kneifer mit Kette der gleiche sein könnte, den ich vorigen Montag verloren habe, als ich in London zu Besuch weilte. Ich fuhr mit dem Zug 17.45 Uhr vom Viktoria-Bahnhof ab und bemerkte den Verlust erst bei meiner Ankunft in Berlem. Dieser Hinweis und das Rezept des Augenarztes, das ich beilege, sollten genügen, um die Augengläser zu identifizieren und meine Glaubwürdigkeit zu verbürgen. Sollte es sich erweisen, dass es sich um meinen Kneifer handelt, so wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie ihn mir eingeschrieben senden würden, da die Kette ein Geschenk von meiner Tochter ist und zu meinen liebsten Besitztümern gehört. Mit dem besten Dank für Ihre Liebenswürdigkeit zum Voraus und mit Bedauern, dass ich Sie bemühen muss, zeichne ich mit vorzüglicher Achtung Thomas Krimplesham. Du meine Güte, sagte Parker, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Entweder ist es ein außergewöhnliches Missverständnis, meinte Lord Peter, oder Mr. Krimplesham ist ein sehr kühner und schlauer Bösewicht. Oder es handelt sich natürlich um einen anderen Kneifer. Wir sollten diesen Punkt gleich untersuchen. Ich vermute, dass der Kneifer jetzt in Scotland Yard ist. Rufen Sie doch bitte dort an und sagen Sie, man möchte sofort den Bescheid eines Optikers einholen. Sie können auch gleichzeitig fragen, ob es ein ganz gewöhnliches Rezept ist. Recht haben Sie, antwortete Parker und nahm den Hörer ab. Und nun, sagte sein Freund, als das Telefongespräch beendet war, kommen Sie mit mir in die Bibliothek. Auf dem Tisch in der Bibliothek hatte Lord Peter mehrere Abzüge ausgebreitet. Die kleinen hier sind die Originale unserer Aufnahmen, erklärte Lord Peter, und die großen dort Vergrößerungen in genau gleichem Maßstab. Das ist die Fußspur auf dem Linoleum. Wir lassen Sie vorläufig noch beiseite. Diese Fingerabdrücke hier können in fünf Serien eingeteilt werden. Ich habe die Abzüge nummeriert, sehen Sie, und eine Liste gemacht. A. Fingerabdrücke von Levy an dem Buch und auf dem Nachttisch und an der Haarbürste. Hier und hier die kleine Narbe am Daumnis nicht zu verkennen. B. Die verwischten Abdrücke von den behandschuhten Fingern des Mannes, der Montagnacht in Levys Zimmer geschlafen hat. Man sieht sie deutlich auf der Wasserflasche und den Schuhen über Levys Finger abdrücken. Auf den Schuhen sind sie besonders klar. Erstaunlich für behandschuhte Hände und ich leite daraus ab, dass es Gummihandschuhe waren, die vor kurzem erst in Wasser gelegen haben. Hier ist noch ein interessanter Punkt. Wie wir wissen, war Levy am Montagabend im Regen draußen und diese dunklen Flecken sind Schmutzspritzer. Sie sehen, sie liegen auf jeden Fall über Levy's Fingerabdrücken. Nun schauen Sie, auf dem linken Schuh finden wir den Daumenabdruck des Fremden über dem Schmutzfleck oberhalb des Absatzes. Eine merkwürdige Stelle für einen Daumenabdruck auf einem Schuh, nicht? Das heißt, wenn Levy sich die Schuhe selbst auszog. Aber es ist die Stelle, wo man sie zu finden erwartet, wenn ihm ein anderer die Schuhe ausgezogen hätte. Wieder liegen die meisten Fingerabdrücke des Fremden über den Schmutzflecken, aber hier ist ein Schmutzspritzer, der zuoberst liegt. Was mich zu dem Schluss bringt, dass der Fremde sich nach Park Lane mit Levy's Schuhen an den Füßen zurückbegab, in einem Taxi oder im eigenen Wagen, aber irgendwo ginge ein paar Schritte zu Fuß, gerade genug, um in eine Pfütze zu treten und einen Spritzer abzubekommen. Was sagen Sie dazu? Sehr hübsch, antwortete Parker. Ein bisschen verwickelt und die Spuren sind nicht alle so, wie ich mir Fingerabdrücke wünschte. Nun, es stimmt mit unseren früheren Annahmen überein. Nun kommen wir zu C. Die Abdrücke, die mein eigener besonderer Bösewicht auf dem oberen Ende von Tipps Badewanne gefälligerweise hinterlassen hat, wo Sie sie entdeckt haben. Ich sollte geprügelt werden, dass ich sie übersehen habe. Die linke Hand, wie Sie sehen, der untere Teil des Handtellers und die Finger, aber nicht die Fingerspitzen. Das sieht aus, als hätte er sich auf den Rand der Wanne gestützt, während er sich bückte, um unten irgendetwas zu befestigen. Den Kneifer vielleicht. Handschuhe, wie Sie sehen, aber ohne Saum und ohne Naht. Ich sage Gummihandschuhe. Weiter D und E stammen von meiner Visitenkarte. Da in der Ecke steht ein F, das Sie nicht zu beachten brauchen. Auf dem Original ist es ein klebriger Daumenabdruck von dem Jüngling, der mir die Karte abnahm, nachdem er sich mit den Fingern Kaugummi aus den Zähnen gebohrt hatte, um mir mitzuteilen, dass Mr. Milligan vielleicht in einer Sitzung sei. D und E sind die Daumenabdrücke von Mr. Milligan und seinem rothaarigen Sekretär. Ich weiß nicht, wer welcher ist, aber ich sah den Jüngling mit dem Kaugummi die Karte dem Sekretär geben, und als ich ins Allerheiligste kam, hielt John P. Milligan sie in der Hand, so dass es der eine oder der andere ist, und vorläufig spielt es keine Rolle, wer welcher Ja, Parker, das hat Banter und mich bis in den Morgen hinein in Atem gehalten. Ich habe immerzu abgemessen, bis ich mir der Kopf drehte und die Fotos angestarrt, bis ich beinahe blind war, aber ich kann mir keinen Vers machen. Erste Frage, ist C mit B identisch? Zweite Frage, ist D oder E mit B identisch? Man kann sich an nichts halten, außer an Größe und Form und die Abdrücke sind so schwach. Was meinen Sie? Parker schüttelte zweifelnd den Kopf. Ich glaube, E könnte ausgeschaltet werden. Es ist ein so außergewöhnlich langer und schmaler Daumen, aber zwischen der Spanne von B auf der Wasserflasche und C auf der Badewanne scheint mir eine ausgesprochene Ähnlichkeit zu bestehen und ich sehe keinen Grund, warum D nicht derselbe Abdruck wie B sein sollte. Nur ist so wenig vorhanden, wonach es sich beurteilen ließe. Ihre rohe Schätzung und meine Messungen haben uns zur gleichen Schlussfolgerung gebracht, falls man es eine Schlussfolgerung nennen kann, sagte laut Peter bitter. Noch etwas fiel Parker ein. Warum müssen wir überhaupt B mit C verbinden? Die Tatsache, dass wir beide befreundet sind, macht es doch nicht notwendig anzunehmen, dass die zwei Fälle, für die wir uns zufällig interessieren, eine organische Verbindung miteinander haben. Warum sollten sie? Der einzige Mensch, der das glaubt, ist Zag und nach ihm kann man sich nicht richten. Die Sache sähe anders aus, wenn der Mann in der Badewanne Levy wäre, aber wir wissen ja, dass das nicht zutrifft. Es ist lächerlich vorauszusetzen, dass ein und dieselbe Person am gleichen Abend zwei Verbrechen begangen hat, eins in Battersea und eins am Park Lane. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Levy zu dem Zeitpunkt in Battersea war und da wir jetzt wissen, dass er nicht um Mitternacht heimkam, wie es zuerst hieß, brauchen wir nicht anzunehmen, dass er Battersea überhaupt verließ. Stimmt, aber in Battersea gibt es noch mehr Orte außer Thibs Badezimmer. Das ist übrigens der einzige Ort im Weltall, wo Levy bestimmt nicht gewesen ist. Was also hat Thibs Badewanne damit zu tun? Ich weiß nicht, sagte Lord Peter. Na, vielleicht bekommen wir heute einen besseren Fingerzeig. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und las rauchend die Zeitungsartikel, die Banter ihm angestrichen hatte. Man hat sie ins Scheinwerferlicht gerückt, bemerkte er nach einer Weile. Gottlob hasst mich, sag zu sehr, um für mich Reklame zu machen. Oh, da läutet's. Fein, es ist die Antwort von Scotland Yard. Der Bericht von Scotland Yard besagte, dass das Rezept des Augenarztes mit der Bestimmung des Optikers übereinstimmte. Außerdem hieß es, es seien besonders starke Augengläser und zwischen der Sehkraft des rechten und des linken Auges bestehe ein auffallender Unterschied. Das genügt, sagte Parker. Ja, nickte Wimsey. Die dritte Möglichkeit ist also ausgeschaltet. Es bleibt die erste Zufall oder Missverständnis und die zweite absichtliche Spitzbüberei eines beachtlich kühnen und berechnenden Menschen. Betrachten wir einmal ernsthaft die zweite Möglichkeit. Man kann sie wiederum in zwei oder mehr Hypothesen unterteilen. Erste Hypothese, der Verbrecher, den wir als X bezeichnen wollen, ist mit Krimplescham nicht identisch, sondern benutzt dessen Namen als Schild. Diese Hypothese kann in zwei weitere Alternativen gegliedert werden. Alternative A Krimplescham ist ein ahnungsloser und unschuldiger Helfershelfer und X ist bei ihm beschäftigt. X schreibt unter Krimpleschams Namen auf dessen Briefpapier und verlangt, dass der fragliche Gegenstand, das heißt der Kneifer, an Krimpleschams Adresse geschickt werden soll. Er ist in der Lage, das Päckchen in Empfang zu nehmen, um festzustellen, ob es sich um Krimpleschams Putzfrau Kanzlei gehilfen, Sekretärin oder Hauswart handelt, müsste man mit Krimplescham reden und herausfinden, ob er den Brief abgesandt hat und wenn nicht, wer Zugang zu seinen Briefschaften hat. Alternative B Krimplescham steht unter X Einfluss oder Indessen Macht und ist gezwungen worden, den Brief zu schreiben. In diesem Falle kann X ein gewichtiger Verwandter oder Freund sein, ein Gläubiger, einer Presse oder ein Meuchelmörder. Krimplescham seinerseits ist entweder bestechlich oder dumm. Dann bestünde die Untersuchung ebenfalls in einer Unterredung mit Krimplescham, bei der man ihm die Tatsache vor Augen hält und ihm mit den einschüchternsten Ausdrücken versichert, dass er ein höchst unangenehmes Strafgericht zu gewärtigen hat. Nachdem sie mir soweit gefolgt sind, wollen wir zur zweiten Hypothese übergehen, zu der ich persönlich mehr neige und nach der X mit Krimplescham identisch ist. In diesem Falle hat Krimplescham wohl überlegt, angenommen, dass wir keinesfalls erwarten werden, dass der Verbrecher selbst sich auf das Inserat melden wird. Demgemäß blufft er kühn. Er erfindet eine Geschichte, wie er den Kneifer verloren hat, und er bittet ihn zurück. Wenn er den Sachverhalt erfährt, wird niemand erstaunter sein als er. Er wird Zeugen anführen, die beweisen, dass er mit dem angegebenen Zug nach Bellem gefahren ist und am Montagabend mit einem angesehenen Bürger in Bellem Schach gespielt hat. Zum Schluss will ich offen auf den schwachen Punkt all dieser Hypothesen hinweisen, dass nämlich keiner erklärt, warum der besagte Gegenstand auf der Nase des Toten saß. Parker hatte den Vortrag mit lobenswerter Geduld angehört. Könnte nicht X ein Feind von Krimplesham sein, der den Anwalt in Verdacht bringen will, regte er an? Möglich. In diesem Falle wäre er leicht zu entdecken, da er in nächster Nachbarschaft von Krimplesham und dem Kneifer leben müsste und Krimplesham aus Angst um sein Leben ein Verbündeter für die Nachforschungen wäre. Wie steht es denn mit der ersten Möglichkeit? Missverständnis oder Zufall? Och, das ist nichts für eine Diskussion. Jedenfalls scheint es auf der Hand zu liegen, dass man nach Salisbury fahren muss, sagte Parker. Das muss wohl sein, nickte Lord Peter. Na schön, sagte der Detektiv, Sie oder ich oder beide zusammen. Ich, sagte Lord Peter, ich bin beauftragt, von der alten Mrs. Thibbs, vor der ich den größten Respekt habe, mich mit diesem Fall zu befassen und ich lasse nur aus Liebenswürdigkeit zu, dass auch Sie damit zu tun haben. Mr. Parker stöhnte. Werden Sie wenigstens Banter mitnehmen, fragte er. Aus Rücksicht auf Ihre Gefühle werde ich Banter mitnehmen, obwohl er viel nützlicher wäre, wenn er hier Aufnahmen machen oder meine Garderobe nachsehen würde. Wann geht ein guter Zug nach Salisbury, Banter? Ein ausgezeichneter Zug geht um zehn Uhr fünfzig, Milord. Als leichte Reiselektüre nahm Lord Peter Sir Ruben Levy's Tagebuch mit. Es war ein einfaches und im Licht der neueren Tatsachen ziemlich rührendes Dokument. Der gefürchtete Börsenkämpfer, der mit einem Nicken eine Bäs oder eine Oß bewirken konnte, dessen Atem ganze Gebiete mit Hungersnot verseuchte oder Geldpotentaten von ihrem Sitz fegte, enthüllte sich in seinem Privatleben als freundlich, häuslich, unschuldig, stolz auf sich selbst und seine Besitztümer, vertrauensvoll, großzügig und ein bisschen langweilig. Seine eigenen kleinen Ausgaben waren pflichtschuldigst eingetragen, neben extravaganten Geschenken an seine Frau und seine Tochter. Geringfügige Haushaltsangelegenheiten erschienen, wie heute wurde das Dach repariert oder der neue Diener Simpson, den mir die Goldbergs empfohlen haben, ist heute gekommen. Ich glaube, er wird gut sein. Alle Besucher und gesellschaftlichen Unternehmungen waren aufgezählt, von einem großartigen Essen für Lord Dewsbury, den Außenminister, und für Dr. Jabez K. Word, dem amerikanischen Gesandten, über eine Folge diplomatischer Gastmale für hervorragende Bankiers bis zu intimen Familienfesten, deren Teilnehmer mit dem Vornamen oder mit einem Spitznamen aufgeführt waren. Vom Mai ab wurden Lady Labbys Nerven erwähnt. Im September stand da, Freak kam, um meine liebe Frau zu untersuchen und riet zu vollständiger Ruhe und Luftveränderung, sie denkt daran, mit Rachel ins Ausland zu gehen. Der Name des berühmten Nervenspezialisten tauchte ungefähr einmal im Monat bei einem Essen auf und es kam Lord Peter in den Sinn, dass Freak der geeignete Mensch wäre, den man nach Levy selbst fragen könnte. Manche Leute vertrauen sich ihrem Arzt an, murmelte er vor sich hin und wahrhaftig, wenn Levy am Montag Abend einfach nur zu Freak ging, dann hätte er ja mit dem Battersea Fall gar nichts zu tun. Er nahm sich vor, Sir Julian aufzusuchen und blätterte weiter. Am 18. September war Lady Levy mit ihrer Tochter vom 5. Oktober fand Lord Peter, was er gesucht hatte. Goldberg, Skryner und Milligan zum Abendessen. Da war der Beweis, dass Milligan in Levy's Haus gewesen war. Es war ein formelles gesellschaftliches Zusammenkommen gewesen, eine Begegnung, als ob zwei Duellanten vor dem Zweikampf einander die Hand drückten. Skryner war ein bekannter Kunsthändler. Lord Peter stellte sich vor, dass man nach dem Essen hinaufgegangen war, um die beiden Korreau im Salon schauen, auch das Porträt der ältesten Tochter Levy's, die mit 16 Jahren gestorben war. Augustus John hatte es gemalt und es hing im Schlafzimmer. Der Name des rothaarigen Sekretärs war nirgends erwähnt. Es sei denn, Initial S, das bei einer anderen Eintragung vorkam, bezog sich auf ihn. Im September und Oktober war Anderson, der junge Windham, ein häufiger Gast gewesen. Lord Peter schüttelte den Kopf und lenkte seine Gedanken auf das Geheimnis von Battersea Park. Während es im Fall Levy ganz leicht war, ein Motiv für das Verbrechen zu finden, falls ein Verbrechen vorlag, und die Schwierigkeit darin bestand, die Ausführungsmethode und den Aufenthaltsort des Opfers zu entdecken, lag die Hauptschwierigkeit bei den Nachforschungen im anderen Fall darin, dass kein denkbares Motiv vorhanden war. Obwohl sämtliche Zeitungen des Landes die Nachricht gebracht hatten und an alle Polizeistationen eine Beschreibung des Toten ergangen war, hatte sich merkwürdigerweise niemand gemeldet, um den geheimnisvollen Benutzer von Tibbs Badewanne zu identifizieren. Allerdings war die Beschreibung, die die glatt rasierte Haut, den eleganten Haarschnitt und den Kneifer erwähnte, ziemlich irreführend. Doch andererseits war es der Polizei gelungen, die Zahl der fehlenden Backenzähne anzugeben und Größe, Hautfarbe und andere Einzelheiten waren durchaus richtig angeführt, auch der mutmaßliche Zeitpunkt des Todes. Es schien jedoch, als ob der Mann von der Bildfläche abgetreten wäre, ohne eine Lücke oder das geringste Wellengekräusel zu hinterlassen. Das Motiv für einen Mord an einem Menschen nachzuweisen, der weder Verwandte noch Bekannter hatte, ja nicht einmal Kleider, das war, als wollte man sich die vierte Dimension vergegenwärtigen. Eine wunderbare Übung für die Vorstellungskraft, aber schwierig und zu nichts führend. Selbst wenn die Unterredung mit Krimplesham dunkle Flecken in seiner Vergangenheit oder seinem jetzigen Leben ergab, wie sollten sie mit einem Menschen in Verbindung gebracht werden, der anscheinend keine Vergangenheit hatte und dessen Gegenwart sich auf ein Badezimmer und das Leichenschauhaus beschränkte. Banter, sagte laut Peter, ich bitte sie, mich in Zukunft davon zurückzuhalten, zwei Hasen gleichzeitig laufen zu lassen, diese Fälle zehren an meiner Gesundheit. Der eine Hase hat keinen Ausgangspunkt, der andere kein Ziel. Wenn es überstanden ist, werde ich Türe widmen. Die Nähe von Milford Hill bewog Lord Peter im Hotel zu Münster zu Mittag zu Essen, statt im Roten Ochsen oder einem anderen malerisch gelegenen Gasthof. Das Essen war nicht danach angetan, seine Laune zu bessern. Wie in allen Städten mit einer Kathedrale schien die Nahrung mit Gebetbüchern gewürzt zu sein. Während er betrübt die langweilige blasse Substanz verzehrte, die ohne nähere Angabe als Käse bezeichnet wird, denn es gibt Käsesorten, die offen zu ihrer Herkunft stehen, wie Camembert, Gruyère, Edammer, Emmentaler oder Gorgonzola, wo hingegen Käse, Käse ist und überall dasselbe, fragte er den Kellner nach Crümpelschims Büro. Der Kellner wies ihn zu einem etwas weiter entfernten Haus und setzte hinzu, jeder kann Ihnen da Bescheid geben, Sir, Mr. Crümpelschim ist hier sehr bekannt. Er ist wohl ein guter Anwalt, erkundigte sich Lord Peter. Oh ja, Sir, antwortete der Kellner, Sie könnten keinen besseren finden als Mr. Crümpelschim, manche Leute nennen ihn altmodisch, aber ich würde meiner Angelegenheiten lieber Mr. Crümpelschim anvertrauen als einem dieser schneidigen jungen Männer. Mr. Crümpelschim wird sich zwar bald zur Ruhe setzen, glaube ich, denn er muss nahe an die 80 sein, aber dann führt eben der junge Mr. Wicks das Büro weiter und das ist ein sehr netter, seriöser junger Herr. Ist Mr. Crümpelschim wirklich schon so alt? Du meine Güte, er muss noch sehr rüstig sein für seine Jahre. Ein Freund von mir hatte erst vorige Woche in London mit ihm geschäftlich zu tun. Wunderbar rüstig, Sir, Aber ich denke oft, wenn man erst einmal über ein gewisses Alter hinaus ist, dann wird man umso zäher, je älter man wird, und bei den Frauen ist das ebenso oder sogar noch ausgeprägter. Ja, das stimmt, sagte laut Peter und verabschiedete das geistige Bild eines 80-Jährigen mit einem steifen Bein, der zu mitternächtlicher Stunde einen Toten über das Dach einer Wohnung in Battersea trug. Er ist zäh, Sir, zäh ist der alte Joey Backstock, zäh und teuflisch schlau, fügte er gedankenlos hinzu. Wirklich, Sir, gab der alte Kellner zurück, das würde ich gewiss nicht sagen. Entschuldigung, sagte laut Peter, ich zitierte Dickens sehr dumm von mir, ich gewöhnte mir das auf dem Mutterschoß an und kann es nicht lassen. Danke bestens, Sir, sagte der Kellner und steckte ein großzügig bemessenes Trinkgeld ein. Sie werden das Haus leicht finden, kurz bevor Sie zur Penny Farthing Street kommen, nach zwei Querstraßen rechts auf der anderen Seite. Leider scheidet Crumpelsham X damit aus, bemerkte laut Peter. Das tut mir eigentlich leid. Er war eine so schöne düstere Figur, wie ich ihn mir vorstellte. Immerhin er könnte das Hirn hinter der Hand sein, die bejahte Spinne, die unsichtbar mitten in dem zitternden Netz sitzt. Verstehen Sie Banter? Jawohl, Milord, antwortete Banter. Sie gingen zusammen über die Straße. Dort ist das Büro, stellte Lord Peter fest. Ich glaube, Banter, Sie gehen am besten in diesen kleinen Laden und kaufen eine Sportzeitung und wenn ich nicht aus der Höhle des Löwen in dreiviertel Stunden zurückkomme, können Sie die Schritte unternehmen, die Ihnen Ihr Scharfsinn vorschreibt. Mr. Banter betrat wie geheißen den Laden und Lord Peter überquerte den Fahrdamm und läutete entschlossen bei der Anwaltsfirma. Die Wahrheit, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit scheint mir hier angebracht, murmelte er, und als die Tür von einem Kanzleristen geöffnet wurde, gab er seine Karte mit entschiedener Haltung ab. Er wurde sofort in ein vertrauenerweckendes Büro geführt, das offensichtlich in den ersten Jahren der Regierung der Königin Victoria eingerichtet und seither nie mehr geändert worden war. Ein schlanker, gebrechlich aussehender alter Herr erhob sich munter aus seinem Stuhl und hinkte ihm entgegen. »Mein lieber Sir«, rief der Anwalt, »wie außerordentlich liebenswürdig von Ihnen persönlich herzukommen. Wirklich, ich schäme mich, Ihnen so viel Mühe zu machen. Ich hoffe, dass Ihr Weg Sie ohnehin hier vorbeigeführt hat und dass mein Kneifer Ihnen nicht allzu große Ungelegenheiten bereitet hat. Nehmen Sie bitte Platz, Lord Peter. Er eugte dankbar auf den jungen Mann über einen Kneifer hinweg, der offensichtlich ein Aktenstück in Scotland Yard schmückte. Lord Peter setzte sich, der Anwalt setzte sich. Lord Peter nahm einen gläsernen Briefbeschwerer vom Schreibtisch und wog ihn mit der Hand. Unbewusst bemerkte er, was für prachtvolle Fingerabdrücke er darauf zurückließ. Er setzte ihn genau auf die Mitte des Briefstapels. »Es ist alles in Ordnung,« sagte er. »Ich hatte hier geschäftlich zu tun. Es freut mich sehr, Ihnen zu Diensten zu sein. sehr ärgerlich, wenn man die Brille verliert, Mr. Crumpisham. Ja,« stimmte der Anwalt zu, »ich versichere Ihnen, ich fühle mich ganz verloren. Ich habe noch diesen Kneifer, aber er passt nicht richtig auf meine Nase und außerdem hat die Kette für mich einen großen persönlichen Wert. Ich war ganz bestürzt, als ich bei meiner Ankunft den Verlust bemerkte. Ich fragte beim Fundbüro der Bahn an doch vergeblich. ein solches Gedränge und bis Bellum war der Zug überfüllt. Haben Sie ihn im Zug gefunden? Nein, erwiderte Lord Peter, ich fand ihn an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort. Würden Sie so gut sein und mir sagen, ob Sie Ihre Mitreisenden wiedererkennen würden? Der Anwalt starrte ihn an. Keine Seele, antwortete er. Warum fragen Sie? Nun ja, ich hat ihn spaßeshalber an sich genommen. Der Anwalt machte ein verwirrtes Gesicht. Behauptete die Person mich zu kennen? Ich kenne eigentlich niemand in London außer dem Freund, bei dem ich in Berlin war, Dr. Phil Potts. Und ich würde mich sehr wundern, wenn er sich mir gegenüber einen Scherz erlauben würde. Er wusste recht gut, wie unglücklich ich über den Verlust war. Ich fuhr nach London, um einer Aktionärsversammlung der Medlicots Bank beizuwohnen. Aber die Herren, die dort waren, kannte ich persönlich nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von ihnen sich eine solche Freiheit herausnehmen würde. Jedenfalls fügte er hinzu, da der Kneifer jetzt hier ist, will ich nicht zu neugierig sein. Ich bin ihnen für ihre Bemühungen zutiefst verbunden. Lord Peter zögerte. Bitte verzeihen Sie mir meine scheinbare Zudringlichkeit, sagte er, aber ich muss Sie noch etwas fragen. Es Wissen Sie, ob Sie irgendeinen Feind haben, ich meine einen, der einen Gewinn davon hätte, wenn Ihnen ein Unglück zustieße? Mr. Crimpelsham saß zu steinerner Überraschung und Missbilligung erstarrt. Darf ich mich nach der Bedeutung dieser ungewöhnlichen Frage erkundigen? entgegnete er steif. Ja, die Umstände sind etwas ungewöhnlich. Sie erinnern sich vielleicht, dass mein Inserat sich an den Juwelierwante, der die Kette verkauft hat. Das wunderte mich, als ich es las, sagte Mr. Crimpelsham, aber ich finde, dass Ihr Inserat ebenso sonderbar ist, wie Ihr Benehmen. Das stimmt, antwortete Lord Peter. In Wirklichkeit erwartete ich gar nicht, dass sich jemand auf mein Inserat melden würde. Mr. Crimpelsham, Sie haben sicher in der Zeitung von dem Geheimnis in Battersea Park gelesen. Ihr Kneifer ist derjenige, der bei der Leiche gefunden wurde und er liegt jetzt in Scotland Yard, wie Sie hieraus ersehen können. Er legte dem Anwalt den Bericht von Scotland Yard vor. Großer Gott, stieß Mr. Crimpelsham hervor. Er blickte auf das Papier und sah dann Lord Peter mit gerunzelter Stirn an. Sind Sie bei der Polizei? Nicht offiziell, erwiderte Lord Peter. Ich untersuche die Angelegenheit privat, im Interesse einer Partei. Mr. Crimpelsham stand auf. Mein guter Mann, sagte er, das ist ein unverschämter Versuch, aber Erpressung ist ein Verbrechen und ich rate Ihnen, mein Büro zu verlassen, ehe ich Sie verklage. Er läuterte die Glocke. Ich befürchtete, dass Sie es so auffassen würden, gab Lord Peter zurück. Es scheint, als hätte mein Freund Detektiv Parker diese Arbeit doch übernehmen sollen. Er legte Parkers Karte neben den Polizeibericht und fügte hinzu, wenn Sie mich vor morgen früh wiedersehen wollen, Mr. Crimpelsham, finden Sie mich im Hotel zum Münster. Mr. Crimpelsham hielt es für unter seiner Würde noch eine Antwort zu geben, sondern wies den eintretenden Kanzlisten nur an, den Herrn hinauszuführen. Beim Ausgang prallte Peter beinahe mit einem großen jungen Mann zusammen, der gerade das Haus betreten wollte und der ihn mit einer Miene überraschten Erkennens anstarrte. Sein Gesicht erweckte jedoch keine Erinnerungen in Lord Peters Gedächtnis und so rief er Banter aus dem Zeitungsladen und begab sich zu seinem Hotel, um ein Ferngespräch mit Parker anzumelden. Inzwischen wurde im Anwaltsbüro der entrüstete Mr. Crumpelsham in seinem Sinnen durch den Eintritt seines jüngeren Partners unterbrochen. Sagen Sie, hob Dr. Wicks an, hat endlich jemand etwas wirklich Schlimmes verbrochen? Was sonst könnte einen so hervorragenden Amateurkriminalisten in unsere nüchterne Bude bringen? Ich war das Opfer eines gemeinen Erpressungsversuchs, erwiderte Mr. Crumpelsham ein Individuum, das sich als Lord Peter Whimsey ausgab. Aber das war ja Lord Peter Whimsey, unterbrach ihn Mr. Wicks. Er ist unverkennbar, ich sah ihn einmal im Zeugenstand. Er ist auf seine Weise ein großes Tier und geht mit dem Direktor von Scotland Yard fischen. Ach, du meine Güte, sagte Mr. Crumpelsham. Das Schicksal fügte es, dass Mr. Crumpelsham's Nerven an diesem Nachmittag auf die Probe gestellt wurden. Als er von Mr. Wicks begleitet ins Hotel zum Münster kam, erfuhr er vom Portier, Lord Peter Whimsey ausgegangen sei und erwähnt habe, er wolle der Vesper beiwohnen. Aber sein Diener ist hier, fügte der Portier hinzu, falls sie ihm etwas ausrichten lassen wollen, Sir. Mr. Wicks fand es im Ganzen genommen gut, etwas ausrichten zu lassen. Nachdem sie sich erkundigt hatten, fanden sie Mr. Bunter neben dem Telefonapparat, wo er auf eine Fernverbindung wartete. Als Mr. Wicks ihn anredete, klingelte das Telefon und Mr. Bunter nahm sich höflich entschuldigend den Hörer ab. Hallo, rief er in die Muschel, ist dort Scotland Yard? Ist Herr Inspektor Parker da? Kann ich mit ihm sprechen? Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich Sie warten lassen muss, ich bin gleich fertig. Hallo, sind Sie es, Mr. Parker? Lord Peter wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie nach Salisbury kommen würden. Oh nein, Sir, es geht ihm gesundheitlich ausgezeichnet, Besten Dank, Sir. An sich passte es Parker gar nicht, London zu verlassen. Am späten Vormittag hatte er Lady Levy aufsuchen müssen und infolgedessen war sein ganzer Stundenplan umgeworfen worden, zumal es sich dann herausstellte, dass die verschobene gerichtliche Untersuchung am Nachmittag stattfinden sollte, da Inspektor Sacks Nachforschungen zu nichts zu führen schien. Beamte und Zeugen waren für drei Uhr aufgeboten worden. Mr. Parker hätte das Ereignis ganz versäumt, wenn er am Vormittag nicht mit Sack in Scotland Jahr zusammengestoßen wäre und ihm die Informationen extrahiert hätte, wie man einen widerstrebenden Zahn zieht. Inspektor Sack betrachtete nämlich Parkers Tätigkeit als störende Einmischung. Zudem stand er auf sehr gutem Fuße mit Lord Peter Wimsey und Inspektor Sack hatte keine Worte für Lord Peters Quertreibereien. Auf unverblümte Fragen hin konnte er jedoch nicht abstreiten, dass die gerichtliche Untersuchung am Nachmittag stattfinden würde und ebensowenig konnte er es verhindern, dass Parker von seinem Recht als britischer Staatsbürger Gebrauch machte, der Verhandlung beizuwohnen. Kurz vor drei war Parker also zur Stelle und unterhielt sich damit, die Bemühungen all jener Personen zu beobachten, die erschienen, als der Saal schon gesteckt voll war und sich durch Bestechung oder hochfahrendes Benehmen einen Platz ergattern wollten. Der Kronbeamte, ein Mediziner von starrer Pedanterie und fantasielose Anschauung, trat pünktlich auf und ließ alle Fenster öffnen, so dass ein stromfeuchten Nebels über die Köpfe der Unglücklichen ging, die auf dieser Seite saßen. Dadurch gab es Bewegung und unwillige Bemerkungen, die der Kronbeamte abbremste, indem er streng erklärte, dass ungelüftete Räume bei der herrschenden Grippe eine Todesfalle seien. Im Übrigen stehe es einem jeden frei, den Saal zu verlassen, wenn ihm die offenen Fenster nicht passten, und falls es Störungen gäbe, würde er den Saal räumen lassen. Hierauf steckte er sich ein Formament in den Mund und rief nach den üblichen einleitenden Worten vierzehn brave und gesetzestreue Personen auf, die schwören mußten, ein gerechtes Urteil zu fällen in Bezug auf den Tod des Herrn mit dem Kneifer. Nachdem die Einwände eines weiblichen Mitglieds der Jury einer bebrillten älteren Frau, die ein Schokoladengeschäft besaß und Kronbeamten samt und Sonn, das abgetan worden waren, ging die Jury davon, um die Leiche zu besichtigen. Mr. Parker blickte sich um und entdeckte den unglücklichen Mr. Thibs und Gladys, die unter grimmiger polizeilicher Bewachung aus einem Nebenzimmer herangeführt wurden. Bald folgte ihnen eine magere alte Dame, die einen Mantel und ein Häubchen trug. Mit ihr ging in einem wunderbaren Pelzmantel und eine Automütze von faszinierendem Schnitt die Herzogin Witwe von Denver, deren flinke dunkle Augen dahin und dorthin über die Menge glitten. Sogleich erspähten sie Mr. Parker, der mehrmals bei ihr im Hause gewesen war, und sie nickte ihm zu und sprach dann mit einem Polizisten. Binnen Kurzem öffnete sich wie durch ein Wunder ein Weg durch das und sagte was ist mit dem armen Peter los? Parker begann zu erklären und der Kronbeamte schaute gereizt in ihre Richtung. Jemand trat zu ihm und flüsterte ihm etwas ins Ohr, worauf er hüstelte und noch ein Formament einnahm. Wir sind mit dem Auto gekommen, sagte die Herzogin. So beschwerlich, ganz schlechte Straßen zwischen Denver und Gunbury St. Walters und ich hätte Gäste zum Mittagessen haben sollen. Ich musste den Leuten absagen. Ich konnte die alte Dame doch nicht allein gehen lassen, nicht wahr? Übrigens, so etwas Sonderbares hat sich beim Fond der Kirchenrestaurierung ergeben. Der Pfarrer, ach du meine Güte, da kommen diese Leute schon zurück. Na, ich erzähle es ihnen später. Schauen sie nur, wie entsetzt die Frau dort aussieht und das junge Mädchen im Tweet ein grässlicher Mensch der Kronbeamte nicht? Er erdolcht mich mit seinen Blicken. Glauben sie, dass er mich hinauswerben wird? Der erste Teil der Verhandlung war für Mr. Parker nicht sehr interessant. Der unglückselige Mr. Thibs, der sich im Untersuchungsgefängnis eine Erkältung geholt hatte, erklärte krächzend, wie er die Leiche entdeckt hatte, als er um 8 Uhr morgens hatte baden wollen. Er um Cognac bitten musste. Er hatte den Toten noch nie zuvor gesehen. Er ahnte nicht, woher er kam. Ja, er war am Vortag in Manchester gewesen. Er war um 10 Uhr am St. Pancras Bahnhof angekommen. Er hatte seinen Koffer dort abgestellt. An diesem Punkt wurde Mr. Thibs sehr rot, unglücklich und schaute nervös umher. Hören Sie, Mr. Thibs, sagte der Kronbeamte energisch, wir müssen über Ihre Unternehmungen genau Bescheid wissen. Sie müssen sich über die Bedeutung klar sein. Sie haben sich bereit erklärt auszusagen, wozu Sie nicht gezwungen waren. Aber nun ist es am besten, wenn Sie genaue Auskunft geben. Ja, antwortete Mr. Thibs leise. Haben Sie diesen Zeugen gewarnt, Herr Inspektor fragte der Kronbeamte Inspektor Sack. Der Inspektor erwiderte, er habe Mr. Thibs darüber aufgeklärt, dass alle seine Aussagen gegen ihn verwendet werden könnten. Mr. Thibs wurde aschfahl und sagte mit krächzender Stimme, er habe nichts Unrechtes tun wollen. Diese Bemerkung rief eine leichte Sensation hervor und der Kronbeamte wurde noch säuerlicher. Vertritt jemand Mr. Thibs? Erkundigte er sich gereizt. Nein? Haben Sie ihm nicht erklärt, dass er einen Rechtsvertreter haben sollte? Aber, aber, Herr Inspektor, wussten Sie nicht, Mr. Thibs, dass Ihnen das Recht zusteht, einen Rechtsberater zur Seite zu haben? Mr. Thibs klammerte sich an seine Stuhllehne, um sich zu stützen und verneinte mit kaum hörbarer Stimme. Unglaublich, sagte der Kronbeamte, dass die sogenannten Gebildeten so wenig von den in Ihrem Vaterland wissen. Das bringt uns in eine peinliche Lage. Ich bezweifle, Herr Inspektor, ob ich den Häftling, Mr. Thibs, überhaupt aussagen lassen soll. Es ist eine heikle Lage. Auf Mr. Thibs Stirn brach der Schweiß aus. Bewahre Belastet, antwortete Parker. Dummes Zeug. Wie kann der Mensch sich selbst belasten, wenn er gar nichts getan hat? Ihr Männer denkt immer so bürokratisch. Der Tote in der Badewanne CD 3 Inzwischen hatte Mr. Thibs sich die Stirn mit einem Taschentuch abgewischt und Mut gefasst. Er stand mit einer gewissen schwachen Würde da, wie ein kleines weißes Kaninchen, das von Hunden gestellt worden ist. Ich möchte lieber aussagen, erklärte er, obwohl es für einen Menschen in meiner Lage ziemlich unangenehm ist. Aber ich hätte wirklich keinen Augenblick gedacht, dass ich dieses schreckliche Verbrechen begangen haben könnte. Ich versichere Ihnen, meine Herren, das könnte ich nicht ertragen. Nein, ich möchte lieber die Wahrheit sagen, obwohl ich dadurch in eine ziemlich ... Also, ich will es Ihnen sagen. Sie begreifen doch wohl den Ernst einer solchen Aussage, Mr. Thibs, fragte der Kronbeamte. Durchaus, es ist gut. Und dürfte ich um ein Glas Wasser bitten. Lassen Sie sich Zeit, sagte der Kronbeamte, der diesen Worten alle Überzeugungskraft nahm, indem er gleichzeitig auf die Uhr blickte. Besten Dank, sagte Mr. Thibs. Also, es ist wahr, dass ich um zehn Uhr am St. Pancras Bahnhof ankam, aber im gleichen Abteil wie ich war ein Mann gefahren. Er war in Lester eingestiegen. Zuerst erkannte ich ihn nicht, aber dann entpuppte er sich als ein alter Schulkamerad von mir. Wie heißt dieser Herr? fragte der Kronbeamte mit gezücktem Bleistift. Mr. Thibs schrumpfte sichtlich zusammen. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, versetzte er. Sehen Sie, das heißt, Sie werden es sehen. Er würde in Schwierigkeiten geraten, und das kann ich nicht zulassen. Nein, ich könnte es wirklich nicht, und wenn mein Leben davon abhinge. Nein, fügte er hinzu, als ihm die unheilvolle Bedeutung des letzten Satzes aufging. Ich könnte es gewiss nicht. Gut, gut, warf der Kronbeamte ein. Die Herzogin wandte sich wieder zu Parker. Ich fange an, den kleinen Kerl zu bewundern. Mr. Thibs fuhr fort. Als wir am Bahnhof ankamen, wollte ich nach Hause gehen, aber mein Freund sagte nein. Wir hätten uns lange nicht mehr gesehen und wir sollten das Ereignis feiern, wie er sich ausdrückte. Ich war leider schwach und ließ mich überreden, ihn zu begleiten. Ich gab meinen Koffer ab, weil er fand, wir sollten uns nicht damit belasten und dann fuhren wir in ein Taxi zur Ecke Tottenham Court Road und Oxford Street. Wir gingen ein kleines Stück und bogen in eine Seitenstraße ein, ich ich hörte den Mann an der Kasse etwas über ihren Freund sagen, womit er mich meinte und mein Freund sagte, oh ja, er war schon früher hier, nicht wahr, Alf? So wurde ich in der Schule genannt. Aber ich versichere Ihnen, Sir, hier wurde Mr. Tibbs sehr ernst, ich war noch nie dort gewesen und nichts in der Welt würde mich dazu bringen, wieder ein solches Lokal aufzusuchen. Wir einen Kellerraum hinunter, wo Alkohol ausgeschenkt wurde und mein Freund trank mehrere Gläser und veranlasste mich auch ein paar zu nehmen, obwohl ich in der Regel sehr mäßig bin und er sprach mit einigen Männern und jungen Mädchen. Es waren sehr gewöhnliche Leute, fand ich, obwohl ich sagen muss, dass einige der jungen Damen sehr hübsch aussahen. Eine von ihnen setzte sich meinem Freund auf den Schoß, nannte ihn einen langweiligen alten Knacker und sagte, er solle doch mitkommen. So gingen wir denn in einen anderen Raum, wo eine Menge Leute diese modernen Tänze tanzten. Mein Freund tanzte und ich saß auf einem Sofa. Eine der jungen Damen kam zu mir und fragte, ob ich nicht tanzen wolle und als ich verneinte, sagte sie, ob ich ihr dann nicht ein Gläschen spendieren wolle. Ich meinte, es sei schon zu spät, aber sie erklärte, das spiele keine Rolle, also bestellte ich etwas zu trinken, denn ich mochte nicht Nein sagen, die junge Dame schien es zu erwarten und ich hätte es unrütterlich gefunden, ihre Bitte abzuschlagen, aber es ging mir gegen das Gewissen, sie war noch so jung und sie umarmte mich nachher und gab mir einen Kuss, gerade als ob sie mir das Gläschen vergelten wollte und das rührte mich wirklich, sagte Mr. Thipps ein wenig dunkel, aber mit ungewöhnlichem Nachdruck. Hier sagte jemand im Hintergrund Prost und man hörte ein Geräusch wie von schmatzenden Lippen. Entfernen Sie die Person, die sich da so unanständig benommen hat, befahl der Kronbeamte mit großer Entrüstung, fahren Sie bitte fort, Mr. Thipps. Also, sagte Mr. Thipps, gegen halb eins, schätze ich, begann es ziemlich lebhaft zuzugehen und ich schaute mich nach meinem Freund um, um ihm gute Nacht zu sagen, weil ich nicht länger bleiben wollte, was Sie wohl verstehen werden. Denn als ich ihn mit einer der jungen Damen sah, schienen sie allzu gut miteinander zu stehen. Mein Freund zog ihr nämlich die Träger von den Schultern und die junge Dame lachte und so weiter, sagte Mr. Thipps hastig. Deshalb wollte ich still hinaus schlüpfen. Doch da hörte ich eilige Schritte und einen Ruf und ehe ich wußte, was los war, erschienen ein halbes Dutzend Polizisten und die Lichter gingen aus und alles stob auseinander und schrie. Es war grässlich. Ich wurde in dem Wirrwarr umgeworfen und stieß mich unangenehm an einen Stuhl. Daher habe ich die Beule, nach der ich gefragt wurde. Und ich hatte große Angst, dass ich niemals fortkomme und dass ich vielleicht in der Zeitung genannt würde. Da packte mich jemand, ich glaube, es war die junge Dame, der ich zu trinken gegeben hatte und sie sagte hier durch und schob mich durch einen Gang und dann durch eine Hintertür hinaus. Daraufhin rannte ich Razzia in der Zeitung und er sah daraus, dass mein Freund entronnen war und da das Dinge waren, die ich nicht an die Öffentlichkeit bringen wollte und um ihm auch keine Schwierigkeiten zu bereiten, sagte ich nichts davon. Aber das ist die Wahrheit. Schön, Mr. Thibs, nickte der Kronbeamte. Wir werden imstande sein, Ihren Bericht zu beglaubigen. Der Name Ihres Freundes? Nein, unterbrach Mr. Thibs fest, um keinen Preis. Sehr gut, antwortete der Kronbeamte, können Sie uns nun sagen, um wie viel Uhr Sie nach Hause kamen? Gegen halb zwei würde ich annehmen, ich war aber so aufgeregt, gewiss, gingen Sie gleich zu Bett? Ja, ich trank erst mein Glas Milch und aß ein Brötchen. Ich dachte, das würde mich innerlich beruhigen, fügte der Zeuge abbittend hinzu, da ich es nicht gewöhnt bin, so spätabends Alkohol zu mir zu nehmen, noch dazu auf leeren Magen. Gewiss, war niemand mehr auf, um auf Sie zu warten? Niemand. Wie lange brauchten Sie, um zu Bett zu gehen? Mr. Thibs meinte, es könnte eine halbe Stunde gewesen sein. Gingen Sie vorher noch ins Badezimmer? Nein. Und hörten Sie nichts in der Nacht? Nein, ich schlief bald ein, ich war immer noch aufgeregt, deshalb nahm ich ein Schlafmittel und durch die Müdigkeit, die Milch und das Schlafmittel schlief ich gleich ein und erwachte erst, als Glädis bei mir anklopfte, um mich zu wecken. Das weitere Verhör ergab wenig. Ja, das Fenster im Badezimmer war offen gewesen, als er am Morgen hinein ging. In diesem Punkt war er sicher, er hatte deshalb dem Mädchen den Kopf gewaschen. Er war bereit, jede Frage zu beantworten. Er wäre nur zu glücklich, wenn diese schreckliche Angelegenheit ganz ergründet würde. Gladys Horrock sagte aus, dass sie seit ungefähr drei Monaten bei Mr. Thibs in Stellung war. Ihre früheren Arbeitgeber könnten über ihre Vorzüge Auskunft geben. Es lag ihr ob abends, nachdem sie um zehn Uhr Mrs. Thibs zu Bett gebracht hatte, die Runde in der Wohnung zu machen. Ja, sie erinnerte sich, das am Montagabend getan zu haben. Sie hatte in alle Zimmer geschaut. Ob sie sich erinnerte, das Badezimmer an dem Abend geschlossen zu haben? Nein, das könnte sie nicht beschwören. Aber als Mr. Thibs sie am Morgen ins Badezimmer rief, da stand es entschieden offen. Sie war nicht im Badezimmer gewesen, bevor Mr. Thibs hineingegangen war. Ja, es war schon vorher vorgekommen, dass sie das Fenster nicht geschlossen hatte, wenn jemand am Abend gebadet und die Jalousie unten gelassen hatte. Mrs. Thibs hatte am Montagabend gebadet. Sie pflegte montags immer zu baden. Sie befürchtete sehr, das Fenster dann nicht geschlossen zu haben. Wasser, während der Kronbeamte sich mit einer dritten Pille erfrischte. Nachdem die Zeugin sich erholt hatte, sagte sie aus, dass sie vor dem zu Bett gehen bestimmt in alle Zimmer geschaut hätte. Nein, ausgeschlossen, dass eine Leiche in der Wohnung versteckt war, ohne dass sie sie gesehen hätte. Sie war den ganzen Abend in der Küche gewesen und dort war kaum Platz, um das Essen anständig anzurichten, geschweige denn für eine Leiche. Die alte Mrs. Thibs hatte im Wohnzimmer gesessen. Ja, sie war sicher, dass sie auch im Esszimmer gewesen war. Wieso? Weil sie dort die Milch und die Brötchen für Mr. Thibs bereitgestellt hatte. Dort war nichts gewesen, das konnte sie beschwören. Ebenso wenig in ihrer eigenen Kammer oder im Vorraum. Ob sie den Schrank im Schlafzimmer und die Besenkammer durchsucht hatte. Je nun durchsucht eigentlich nicht. Sie hatte nicht die Gewohnheit, jeden Abend bei anderen Leuten nach Geheimnissen zu schnüffeln. Ein Mann hätte sich also in der Besenkammer oder in einem Schrank verstecken können. Sie nahm an, dass das möglich gewesen wäre. Auf die Frage einer Geschworenen? Ja, sie war mit einem jungen Mann ausgewiesen. Williams hieße Bill Williams. Nun ja, William Williams, Bestand. Er war Glaser von Beruf. Ja, er war manchmal in der Wohnung gewesen. Ja, man könnte wohl sagen, dass er die Wohnung kannte. Ob sie jemals? Nein, niemals. Und wenn sie gewusst hätte, dass einem anständigen Mädchen eine solche Frage gestellt würde, hätte sie sich nicht zur Aussage bereit erklärt. Der Pfarrer von St. Mary würde für sie eintreten und auch für Mr. Williams. Vor 14 Tagen war Mr. Williams das letzte Mal in der Wohnung gewesen. Nein, da hatte sie Mr. Williams nicht das letzte Mal gesehen. Ja, das letzte Mal am Montag Abend. Nun, wenn sie die Wahrheit sagen musste, so musste sie wohl die Wahrheit sagen. Ja, man hatte sie gewarnt, aber es war nichts Schlimmes daran, und es war besser, die Stelle zu verlieren, als gehängt zu werden, obwohl es eine Schande war, dass ein junges Mädchen lässliche Leiche zum Fenster hereinkam und sie in Schwierigkeiten brachte. Nachdem sie Mrs. Tibbs zu Bett gebracht hatte, war sie hinausgeschlüpft, um zum Ball der Glaser und Spengler im Schwarzen Widder zu gehen. Mr. Williams hatte sie abgeholt und nach Hause gebracht. Er konnte bezeugen, wo sie gewesen, und dass nichts Schlimmes daran war. Sie war vor dem Ende des Balles heimgegangen, es mochte zwei Uhr gewesen sein, als sie zurück kam. Sie hatte sich die Schlüssel aus Mrs. Tibbs Kommode geholt, als Mrs. Tibbs nicht schaute. Sie hatte um Ausgangserlaubnis gebeten, aber nicht erhalten, weil Mr. Tibbs an dem Abend nicht zu Hause war. Es tat ihr bitterlich leid, das getan zu haben. Sicher würde sie dafür bestraft werden. Sie hatte beim Heimkommen nichts Verdächtiges gehört, sie war strax zu Bett gegangen, ohne sich in der Wohnung umzuschauen. Nein, Mr. und Mrs. Tibbs hatten fast nie Besuch, sie lebten sehr zurückgezogen. Am Morgen war die Wohnungstür wie gewöhnlich verriegelt gewesen. Niemals hätte sie von Mr. Tibbs etwas Böses gedacht. Dann kam Mrs. Tibbs an die Reihe. Sie sorgte mehr für Unterhaltung als für Aufklärung, da sich ihr Verhör als ein glänzendes Beispiel für das Spiel Fragen und verkehrte Antworten erwies. Nach viertelstündigem Leiden, sowohl in stimmlicher Beziehung als auch in seelischer, gab der Kronbeamte den Kampf auf und ließ der alten Dame das letzte Wort. Sie brauchen mich nicht anzuschnauzen, junger Mann, sagte die achtzig jährige Forch, sitzend da und verderben sich den Magen mit ihren grässlichen Hustenbonbons. An diesem Punkt erhob sich ein junger Mann im Saal und bat eine Aussage machen zu dürfen. Nachdem er erklärt hatte, dass er William Williams sei, Glaser, wurde er vereidigt und bestätigte, dass Gladys Horrocks am Montagabend im Schwarzen Widder gewesen war. Sie waren, glaubte er, vor zwei Uhr zurückgekehrt, sicher später als halb zwei. Es tat ihm leid, dass er Miss Horrocks überredet hatte, mit ihm auszugehen, obwohl sie keine Ausgangserlaubnis gehabt hatte. Er hatte weder beim Abholen noch beim Heimbringen in der Prince of Wales Road irgendetwas Verdächtiges bemerkt. Inspektor Sarg sagte aus, dass er am Dienstagmorgen um halb neun benachrichtigt worden war. Er hatte das Benehmen des Mädchens verdächtig gefunden und es verhaftet. Nach spätere Information, die zu dem Verdacht führte, dass der Unbekannte am Abend vorher ermordet worden war, hatte er auch Mr. Thibs verhaftet. Er hatte in der Wohnung keine Spuren gefunden, die auf einen Einbruch schließen ließen. Auf dem Fensterbrett des Badezimmers waren Abdrücke abdrücken, dass jemand auf diesem Wege eingedrungen war. Im Hof waren keine Fußspuren, auch keine Spuren einer Leiter. Der Hof war asphaltiert. Er hatte das Dach untersucht, dort jedoch nichts gefunden. Seiner Meinung nach war die Leiche früher in die Wohnung geschafft und unter Beihilfe des Mädchens bis zum Abend versteckt worden, und zwar von einer Person, die sich in der Nacht durch das Badezimmerfenster entfernt hatte. Warum hatte das Mädchen in diesem Falle den Betreffenden nicht zur Tür hinausgelassen? Nun, das wäre auch möglich. Ob er Spuren in der Wohnung gefunden hatte, die darauf schließen ließen, dass sich hier ein Mensch oder eine Leiche oder beides versteckt hätten. Nichts ließ darauf schließen, dass sie dort nicht versteckt gewesen sein könnten. Aufgrund welcher Beweise nahm er an, dass der Tod am Montagabend erfolgt war. Hierauf schien es dem Inspektor unbehaglich zumute zu sein. Er zog es vor, sich hinter seiner beruflichen Würde zu verschanzen. Doch als man ihm zusetzte, räumte er ein, dass es dafür keine Beweise gab. Einer der Geschworenen hatte der Verbrecher irgendwelche Fingerabdrücke zurückgelassen. An der Badewanne waren Abdrücke gefunden worden, aber der Verbrecher hatte Handschuhe getragen. Der Kronbeamte folgern Sie aus dieser Tatsache etwas in Bezug auf die Erfahrung des Verbrechers. Inspektor sagt, es sieht ganz so aus, als ob er ein alter Kunde wäre, Sir. Der Geschworene stimmt das überein mit der Anklage gegen Alfred Thipps? Der Inspektor Spieg. Der Kronbeamte Halten Sie angesichts der soeben gehörten Aussagen die Anklage gegen Alfred Thipps und Gladys Horrocks immer noch aufrecht? Inspektor Saga Ich betrachte die ganzen Umstände als höchst verdächtig. Thipps Aussage lässt sich nicht nachprüfen und was die Horrocks betrifft, woher sollen wir wissen, ob dieser Williams nicht auch beteiligt ist? William Williams Na hören Sie Ich kann Hunderte von Zeugen beibringen Der Kronbeamte Bitte Ruhe Es wundert mich, Inspektor, dass Sie so weit gehen, das ist ganz ungerechtfertigt. Übrigens können Sie uns sagen, ob am Montagabend tatsächlich in einem Nachtlokal in der Nähe von St. Giles Circus eine polizeiliche Razzia stattgefunden hat? Inspektor Saga finster Ich glaube ja Der Kronbeamte Sie werden dieser Angelegenheit zweifellos nachgehen Mir ist als hätte ich davon in der Zeitung gelesen Besten Dank Herr Inspektor das genügt Nachdem mehrere Zeugen über Charakter und Leumund von Mr. Thibs und Gladys Horrocks einvernommen worden waren Tat tat der Kronbeamte seine Absicht Kund den medizinischen Sachverständigen anzuhören Sir Julian Freak Es gab beträchtliche Bewegung im Saal als der große Spezialist vortrat um seine Aussage zu machen Er war nicht nur ein distinguierter Mann sondern auch eine auffallende Erscheinung mit seinen breiten Schultern seiner aufrechten Haltung und dem Löwenhaupt Die Art wie er die ihm vorgelegte Bibel zu dem üblichen Gemurmel eines Beamten küsste war die eines heiligen Paulus der sich herablässt dem Hokuspokus abergläubischer Korinther zu Willfahren So schön finde ich immer raunte die Herzogin Mr. Parker zu ganz genau wie William Morris mit dieser Haarmähne und dem Bart und den faszinierenden Augen ein echter Wissenschaftler Wenn ich nervenkrank wäre würde ich bestimmt zu Sir Julian gehen nur um ihn anzuschauen Augen über die man nachdenken muss und gerade das brauchen diese Leute ja ich meine die nervenkranken finden sie nicht auch Sie sind Sir Julian Frick sagte der Kronbeamte und wohnen im St. Lucas Spital Prince of Wales Road Battersea Sie leiten die chirurgische Abteilung des Krankenhauses Sir Julian stimmte dieser Definition seiner Persönlichkeit kurz zu Sie sahen als erster Mediziner den Toten ja und nachher haben Sie zusammen mit Dr. Grimbold von Scotland Yard die Untersuchung vorgenommen Ja Sie sind Sie sind über die Todesursache einig Im Allgemeinen Ja Wollen Sie Ihre Eindrücke bitte der Jury bekannt geben Ich Ich war gerade im Sezia Saal des St. Lucas Spitals mit Forschungsarbeiten beschäftigt als mir am Dienstag morgen gegen 9 Uhr mitgeteilt wurde dass Inspektor Sagmech zu sprechen wünschte Er sagte mir dass man in dem Hause Queen Caroline Mansions 59 unter geheimnisvollen Umständen einen Toten gefunden habe Er fragte mich ob es sich wohl um einen dummen Streich irgendwelcher Studenten im Spital handeln könnte Ich war in der Lage ihm aufgrund einer Nachprüfung der Spitalbücher zu versichern dass im Seziersaal keine Leiche fehlte Wem unterstehen diese Leichen William Watts dem Wärter im Seziersaal Ist William Watts anwesend fragte der Kronbeamte William Watts war anwesend und konnte einvernommen werden wenn der Kronbeamte es nötig fand Ich nehme an dass ohne Ihr Wissen Sir Julian kein Toter ins Spital geschafft werden kann Gewiss nicht Danke Wollen Sie bitte fortfahren Inspektor Sack bat mich dann einen Arzt zu schicken der sich den Toten ansehen sollte Ich sagte ich würde selbst gehen Warum erklärten sie sich dazu bereit Ich muss gestehen aus gewöhnlicher menschlicher Neugier von der auch ich nicht frei bin Gelächter von einem Medizinstudenten im Hintergrund des Saales Als ich in die Wohnung kam fand ich den Toten auf dem Rücken in der Badewanne liegen Ich untersuchte und stellte fest dass der Tod durch einen Schlag in den Nacken verursacht war Der vierte und der fünfte Halswirbel waren luxiert Das Rückgrat verletzt eine innere Blutung und teilweise Lähmung des Gehirns hatten stattgefunden Ich nahm an dass der Tod vor mindestens zwölf Stunden eingetreten war möglicherweise früher Am Körper bemerkte ich keinerlei Spuren einer Gewalttätigkeit Der Tote war ein kräftiger wohl genährter Mann von 50 bis 55 Jahren Konnte er sich die Verletzungen ihrer Meinung nach selbst beigebracht haben Ausgeschlossen Sie stammten von einem schweren stumpfen Instrument Der Schlag war von hinten geführt mit großer Kraft und beträchtlicher Berechnung Konnte es ein Unfall gewesen sein Das ist natürlich möglich Wenn der Mann zum Beispiel aus dem Fenster geschaut hätte das von oben heftig auf ihn niedergesaust wäre Nein in diesem Falle hätte man Erstickungsanzeichen und eine Quetschung am Hals gefunden Aber er könnte durch ein zufällig niederfallendes schweres Gewicht umgekommen sein Er könnte Ist der Tod ihrer Ansicht nach sofort eingetreten Das lässt sich schwer sagen Ein solcher Schlag kann sofortigen Tod bewirken Der Patient kann aber auch eine Zeit lang in teilweise Lähmung liegen Im gegebenen Falle neige ich zu der Ansicht dass der Mann noch einige Stunden am Leben war Diese Ansicht gründet sich auf den Zustand des Gehirns der sich bei der Autopsie ergab Ich muss jedoch sagen dass Dr. Grimbold und ich in diesem Punkt verschiedener Meinung sind So viel ich weiß sind Andeutungen über die Identität des Toten gemacht worden Sie sind wohl nicht in der Lage ihn zu identifizieren Gewiss nicht Ich habe ihn noch nie vorher gesehen Die Andeutung auf die Sie anspielen ist grotesk und hätte nie gemacht werden dürfen Ich erfuhr davon erst heute sonst wäre ich der Sache entgegengetreten und ich möchte meiner Missbilligung Ausdruck verleihen dass man einer Dame mit der bekannt zu sein ich die Ehre habe unnötigen Schrecken und Kummer bereitet hat Es war nicht meine Schuld Sir Julian sagte der Kronbeamte Ich hatte nichts damit zu tun Ich stimme mit Ihnen überein dass es ein Unglück war sie nicht beizuziehen Die Journalisten kritzelten emsig und die Leute im Saal fragten einander was gemeint sei während die Geschworenen sich bemühten ein Gesicht zu machen als ob sie Bescheid wüssten Betreffs der Brille die der Tote trug Sir Julian gibt sie einem Mediziner irgendwelchen Aufschluss Es sind ungewöhnliche Augengläser Ein Augenarzt könnte sich dazu entschiedener äußern Ich persönlich möchte sagen dass ich sie eher bei einem älteren Menschen erwartet hätte Würden sie als Arzt der ja den menschlichen Körper näher kennt aus der Erscheinung des Toten irgendwelche Schlüsse auf seine persönlichen Gepflogenheiten ziehen Ich würde sagen dass seine Lebensverhältnisse gut waren dass er aber erst kürzlich zu Geld gekommen ist Seine Zähne waren in schlechtem Zustand und seine Hände verrieten dass er noch vor kurzem manuelle Arbeit verrichtet hat Ein australischer Kolonist zum Beispiel der zu Geld gekommen ist Etwas der gleichen Natürlich kann ich es nicht genau sagen Natürlich nicht Besten Dank Sir Julian Dr. Grimbold der dann aufgerufen wurde bestätigte alle Aussagen seines geschätzten Kollegen nur dass seiner Ansicht nach der Tod erst mehrere Tage nach dem Schlag eingetreten war Mit ausgesprochenem Zögern wich er in diesem Punkt von Sir Julian Freak ab und er betonte dass er sich irren könnte Ebenfalls ließ es sich schwer entscheiden und als er die Leiche sah war der Mann seines Erachtens schon seit mindestens 24 Stunden tot Wieder wurde Inspektor Sack aufgerufen Würde er bitte der Jury mitteilen was für Schritte zur Identifizierung des Mannes unternommen worden waren Alle Polizeistationen und sämtliche Zeitungen hatten eine Beschreibung erhalten Waren auch in Anbetracht der von Sir Julian Freak angedeuteten Möglichkeiten alle Häfen benachrichtigt worden Jawohl Ohne Ergebnisse Ganz ohne Ergebnisse Hatte sich niemand gemeldet den Toten zu identifizieren Doch viele Leute hatten sich gemeldet aber niemand hatte ihn identifizieren können Hatte man sich bemüht die durch den Kneifer gegebene Spur zu verfolgen Inspektor Sack bat ihn im Interesse der weiteren Nachforschungen von der Beantwortung dieser Frage zu entheben Konnte die Jury den Kneifer sehen Der Kneifer wurde den Geschworenen ausgehändigt William Watts der als nächster aufgerufen wurde bestätigte die Aussagen Sir Julian Freaks in Bezug auf die Verhältnisse im Sezier Saal Er erklärte das System der Leicheneinlieferung Gewöhnlich stammten sie aus den Armenhäusern und kostenlosen Volksspitälern sie unterstanden allein seiner Obhut Die jungen Herren konnten unmöglich an die Schlüssel gelangen War Sir Julian Freak oder einer der anderen Spitalärzte im Besitz der Schlüssel Nein nicht einmal Sir Julian Freak Hatte er die Schlüssel am Montag Abend gehabt Ja Jedenfalls war diese Frage wohl irrelevant da ja keine Leiche fehlte oder jemals gefehlt hatte Das stimmte Der Kronbeamte wandte sich dann an die Geschworenen und erinnerte sie mit einiger Schärfe daran dass sie nicht darüber zu reden hätten wer der Tote sein könnte oder nicht sein könnte sondern ihre Meinung über die Todesursache kundgeben sollten Er ermahnte sie in Anbetracht des medizinischen Gutachtens zu überlegen ob es sich um Unfall vorsätzlichen Mord oder Selbstmord handelte Wenn sie die Beweise in dieser Beziehung ungenügend fänden könnten sie den Wahrspruch offen lassen Jedenfalls durften sie mit ihrem Wahrspruch keine Person belasten Wenn er auf Mord lautete müssten alle Indizien oder Beweise erst noch einmal dem Richter unterbreitet werden Hierauf entließ er sie mit dem verblümten dringenden Ersuchen sich zu beeilen Sir Julian Freak hatte nach seiner Einvernahme den Blick der Herzogin eingefangen und ging nun zu ihr um sie zu begrüßen Ich habe sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen sagte sie Wie geht es ihnen Viel Arbeit antwortete der Spezialist Gerade gerade ist ist mein neues Buch heraus gekommen so etwas kostet Zeit Haben Sie Lady Levy schon gesprochen Nein die Ärmste Ich kam nur heute wegen dieser Verhandlung her Mrs. Tibbs ist mein Gast eine von Peters Überspanntheiten Die arme Christine Ich muss bald zu ihr gehen Das ist Mr. Parker fügte sie hinzu Er befasst sich mit diesem Fall Oh sagte Sir Julian und machte eine Pause Wissen Sie sagte er dann mit leiser Stimme zu Parker Es freut mich Sie kennen zu lernen Haben Sie schon mit Lady Levy gesprochen Ja heute Vormittag Hat sie sie gebeten ihre Nachforschungen fortzusetzen Ja erwiderte Parker Sie meint setzte er hinzu Sir Ruben könnte in den Händen eines Konkurrenten sein oder vielleicht von irgendwelchen Schurken festgehalten werden die Lösegeld fordern wollen Ist das auch ihre Meinung erkundigte sich Sir Julian Ich halte es für sehr wahrscheinlich gab Parker offen zurück Sir Julian zögerte wieder Ich wünschte sie würden mit mir kommen wenn das hier fertig ist Mit dem größten Vergnügen sagte Parker In diesem Augenblick kamen die Geschworenen wieder und nahmen ihre Plätze ein Es gab ein Graschel und Zischen Der Kronbeamte wandte sich an den Vorsitzenden und fragte ob sie in ihrem wahr warnt übereing wir Wir sind wir unbekannte an den Folgen eines Schlages in den Nacken gestorben ist um aber zu bestimmen wie diese Verletzung entstanden ist dazu liegen unseres Erachtens nicht genügend Beweise vor Mr. Parker und Sir Julian Freak gingen zusammen über die Straße Ich hatte nicht die geringste Ahnung bis sich Lady Levy heute früh sprach sagte der Arzt dass man diese Angelegenheit mit dem Verschwinden von Sir Ruben verknüpft Das ist einfach eine ungeheuerliche Idee die nur im Kopf dieses lächerlichen Polizeibeamten entstanden sein kann hätte ich etwas davon gewusst so hätte ich ihn eines besseren belehren können und dann wäre all dies vermieden worden Ich gab mir alle Mühe erwiderte Parker so wie ich bei dem Fall Levy zugezogen wurde Wer hat sie zugezogen wenn ich fragen darf Nun zuerst die Dienerschaft und dann schrieb mir Sir Rubens Onkel Mr. Levy vom Portman Square ich sollte mit den Nachforschungen fortfahren Und jetzt hat Lady Levy diese Anordnungen bestätigt Gewiss antwortete Parker mit einiger Verwunderung Sir Julian schwieg Ich fürchte ich war derjenige der Inspektor Sark den Gedanken in den Kopf gesetzt hat sagte Parker ein wenig schuldbewusst Als Sir Ruben verschwand ging ich sofort daran alle Verkehrsunfälle Selbstmorde und so weiter nachzuprüfen die an dem Tag gemeldet worden waren und im Rahmen dieser Nachforschungen ging ich auch nach Battersea Park um mit den Toten dort anzusehen Natürlich fand ich es gleich lächerlich als ich dort war Aber Sark hielt an dem Gedanken fest Es stimmt ja auch dass zwischen dem Toten und den Bildern die ich von Sir Ruben gesehen habe eine gewisse Ähnlichkeit besteht Eine stark oberflächliche Ähnlichkeit pflichtete Sir Julian bei Die obere Gesichtshälfte zeigt nichts auffälliges und da Sir Ruben einen Vollbart trug und keine Möglichkeit Bestand Mund und Kinn zu vergleichen kann ich verstehen dass man auf solch einen Gedanken verfällt aber man müsste ihn sofort aufgeben Ich bedauere es fügte er hinzu weil die ganze Angelegenheit für Lady Levy peinlich war Sie müssen wissen Mr. Parker ich bin ein alter Freund der Levy wenn ich mich auch nicht als intimen Freund bezeichnen möchte Das hörte ich schon Ja als ich noch jung war hätte ich gern kurzum Mr. Parker ich hegte einmal die Hoffnung Lady Levy zu heiraten Mr. Parker ließ das übliche teilnahmsvolle Gemurmel hören Ich habe nie geheiratet wie Sie wissen fuhr Sir Julian fort Wir sind gute Freunde geblieben Ich habe immer alles getan was ich konnte ihr Kummer zu ersparen Glauben Sie mir Sir Julian sagte Parker Ich fühle sehr mit Ihnen und Lady Levy und ich habe mir alle Mühe gegeben Inspektor Sarg von seiner Idee abzubringen Der unglückliche Zufall dass Sir Ruben am Montag Abend in der Battersea Park Road gesehen wurde Ach ja fiel Sir Julian ein Oh da sind wir mit hinein Mr. Parker und wir trinken Tee oder Whiskey Soda oder sonst etwas Parker nahm die Einladung prompt an da er das Gefühl hatte dass noch mehr zu sagen wäre Die beiden Männer betraten eine geräumige schön ausgestattete Halle mit einem Kamin auf der gleichen Seite wie die Tür und einer gegenüberliegenden Treppe Die Esszimmertür stand offen zu ihrer Rechten und als Sir Julian läutete erschien ein Diener am anderen Ende der Halle Was hätten Sie gern erkundigte sich der Arzt Nach dieser schrecklichen Kälte in dem Saal hätte ich am liebsten literweise heißen Tee antwortete Parker falls Sie als Nervenspezialist nicht ganz dagegen sind Vorausgesetzt dass Sie ihn mit Zitrone nehmen habe ich nichts dagegen einzuwenden sagte Sir Julian im selben Ton Tee in der Studierstube wies er den Diener an und ging die Treppe voraus Außer dem Esszimmer benutze ich die unteren Räume nicht viel erklärte er indem er seinen Gast in eine kleine aber fröhliche Studierstube im ersten Stock eintreten ließ dieses Zimmer steht mit meinem Schlafzimmer in Verbindung und ist bequemer ich halte mich hier nur teilweise auf aber es ist sehr praktisch für meine Forschungsarbeit im Spital das ist dort meine Haupttätigkeit es ist eine fatale Sache für einen Theoretiker die praktische Arbeit zu vernachlässigen Mr. Parker Sezieren ist die Grundlage aller guten Theorie und aller richtigen Diagnosen Hand und Auge müssen in Übung bleiben dieses Zimmer ist für mich viel wichtiger als die Harley Street und eines Tages werde ich meine Sprechstunde ganz aufgeben und mich hier niederlassen um mich meinen Forschungen zu widmen und meine Bücher in Frieden zu schreiben so viele Dinge in diesem Leben sind Zeitverschwendung Mr. Parker Mr. Sehr oft kann ich für meine Forschungsarbeit die schärfste Beobachtung und stärkste Konzentration erfordert nur Nachtszeit finden nach einem langen Tagewerk und bei künstlichem Licht das die Augen mehr anstrengt als Tageslicht da die Lampen im Seziersaal sehr stark sind zweifellos müssen sie ihre Arbeit unter noch anstrengenderen Umständen erledigen Ja manchmal erwiderte Parker aber die Umstände bilden ja gewissermaßen einen Teil meiner Arbeit Ganz recht ganz recht nickte Sir Julian Sie meinen dass der Einbrecher zum Beispiel seine Methoden nicht im Lichte des Tages vorführt oder seine Fußspuren nicht mitten auf einem feuchten Sandfleck anbringt so dass sie sie analysieren könnten In der Regel nicht sagte der Detektiv aber ich bezweifle nicht dass viele ihrer Krankheiten ebenso hinterlistig sind wie die Einbrecher wahrhaftig lachte Sir Julian und genau wie sie setze ich meinen Stolz darein sie zum Wohl der Menschheit aufzuspüren die Neurosen sind besonders geschickte Verbrecher sie vermummen und verkleiden sich und verwischen ihre Spuren kunstvoll aber wenn man eine wirkliche Untersuchung vornehmen kann wenn man den Toten seziert oder was vorzuziehen ist den Lebenden mit dem Skalpell öffnet findet man die Spuren immer die Wahnsinn Krankheit Trunksucht oder eine ähnliche Pest hinterlassen hat die Schwierigkeit besteht nur darin sie zurück zu verfolgen weil man lediglich die oberflächlichen Symptome bemerkt Hysterie Hang zum verbrecherischen religiösen Fanatismus Angst Gehemmtheit übertriebenes Gewissen oder was es sonst sein mag genau wie sie einen Diebstahl oder einen Mord bemerken und die Spuren des Täters suchen so bemerke ich einen hysterischen Anfall oder einen Frömmigkeits Ausbruch und jage dann dem kleinen mechanischen Reiz nach der ihn hervorgerufen hat betrachten sie alle diese Dinge als körperlich bedingt unbedingt ich weiß wohl dass es eine andere Anschauung gibt Mr. Parker aber ihre Vertreter sind meistens Scharlatane oder Selbstbetrüger sie haben sich so sehr hineingeheimnist dass sie wie das Medium Slarge ihren eigenen Unsinn glauben ich würde gern ihr Gehirn erforschen Mr. Parker dann könnte ich ihnen die kleinen Fehler und Verschiebungen in den Zellen zeigen die falschen Verbindungen und Kurzschlüsse der Nerven die diese Anschauungen und Abhandlungen hervorrufen wenn ich sie ihnen heute nicht zeigen kann fügte er hinzu seinen Gast düster ansehend so werde ich wenigstens morgen dazu in der Lage sein oder in einem Jahr oder vor meinem Tode er blickte eine Weile ins Feuer während das rote Licht auf seinem lohfarbenen Bart spielte und in seinen zwingenden Augen antwortende Lichter entfachte Parker trank schweigend seinen Tee und betrachtete ihn im großen Ganzen interessierten ihn die Ursachen nervöser Erscheinungen wenig und seine Gedanken glitten zu Lord Peter ab der sich jetzt in Salisbury mit dem zweifelhaften Crimplesham befasste Lord Peter wünschte dass er nachkam dies bedeutete dass entweder Crimplesham sich als widerspenstig erwiesen hatte oder dass eine Spur verfolgt werden sollte Banta hatte jedoch gesagt dass es genügte wenn Parker morgen käme und das war gut die Battersea Affäre war ja nicht sein Fall er hatte mit dem Besuch einer zu nichts führenden gerichtlichen Einvernahme schon wertvolle Zeit verloren und er musste endlich mit seiner eigentlichen Arbeit vorwärts kommen er musste noch Levy Sekretär vornehmen und die kleine Angelegenheit mit dem peruanischen Öl untersuchen er schaute auf seine Uhr so leid es mir tut wenn sie mich entschuldigen wollen murmelte er mit einem Ruck kehrte Sir Julian in die Wirklichkeit zurück ihre Arbeit ruft sie wohl lächelte er nun das kann ich verstehen ich will sie nicht zurück halten aber ich möchte ihnen noch etwas in Bezug auf ihre gegenwärtige Untersuchung sagen ich weiß nur nicht recht ich würde ungern Parker setzte sich wieder und verbannte jeden Hinweis auf Eile in seiner Miene und Haltung ich bin ihnen sehr dankbar für jede Hilfe sagte er leider handelt es sich eher um ein Hindernis erwiderte Sir Julian mit einem kurzen Auflachen ich werde ihnen einen Indiz vernichten und meinerseits einen Vertrauensbruch begehen aber da zufällig einiges herausgekommen ist sollte vielleicht besser alles herauskommen mr mr parker gab den ermutigenden laut von sich der sozusagen das auffordernde ja mein sohn des priesters ersetzt sir ruben levis besuch am montag abend galt mir erklärte sir julian ja gab mr parker ausdruckslos zurück er hatte ursache sich wegen seiner gesundheit ernstlich zu sorgen fuhr sir julian langsam fort als ob er abwägte wie viel er einem fremden anstandshalber verraten durfte er zog es vor zu mir zu kommen statt zu seinem hausarzt weil er besonders darauf bedacht war die sache vor seiner frau geheim zu halten wie ich ihnen schon sagte er kannte mich ziemlich gut und lady levy hatte mich im sommer wegen einer nervenstörung konsultiert hatte er sich mit ihnen verabredet fragte parke wie bitte versetzte der andere zerstreut hatte er sich mit ihnen verabredet verabredet oh nein er erschien plötzlich am abend nach dem nachtessen ohne dass ich ihn erwartete ich führte ihn hier herauf und untersuchte ihn und er ging glaube ich so gegen zehn uhr fort darf ich nach dem ergebnis der untersuchung fragen warum möchten sie es könnte erklären nun man könnte dann in bezug auf sein nachfolgendes benehmen mutmaßungen anstellen antwortete parker vorsichtig diese geschichte schien mit allem übrigen wenig zusammenhang zu haben und er überlegte ob es wohl nur ein werk des zufalls gewesen sein mochte dass Sir Ruben am gleichen Abend verschwunden war ich verstehe bemerkte Sir Julian also im Vertrauen gesagt ich erkannte ernste verdachtsmomente aber vorläufig noch keine Gewissheit einer Schädigung besten Dank Sir Ruben ging um zehn Uhr fort um zehn Uhr herum ich erwähnte zuerst nichts davon weil Sir Ruben so viel daran lag seinen Besuch bei mir geheim zu halten und ein Unfall auf der Straße steht ja außer Frage da er um Mitternacht unversehrt nach Hause kam ganz recht nickte Parker es ist ein Vertrauensbruch sprach Sir Julian weiter und ich erzähle es ihnen auch nur weil Sir Ruben zufällig gesehen wurde und weil ich es ihnen lieber privat dem mitteile als dass sie sich hier zu schaffen machen und meine Angestellten ausfragen entschuldigen sie meine Offenheit Mr. Parker oh bitte erwiderte Parker ich verteidige die Maßnahmen meines Berufes nicht Sir Julian ich bin ihnen sehr verbunden dass sie mir dies gesagt haben ich hätte sonst wertvolle Zeit mit falschen Nachforschungen verloren ich brauche sie gewiss nicht darum zu bitten die Sache ihrerseits vertraulich zu behandeln sagte der Arzt wenn es an die Öffentlichkeit käme wäre Sir Ruben damit nur geschadet seine Frau hätte Koma und ich stünde außerdem vor meinen Patienten in einem sonderbaren Licht ich verspreche ihnen es für mich zu behalten antwortete Parker nur muss ich natürlich fügt er hastig hinzu meinen Kollegen informieren sie bearbeiten diesen Fall zusammen mit einem Kollegen ja was ist das für ein Mensch er wird vollkommen diskret sein Sir Julian ist es ein Polizei Beamter Sie brauchen nicht zu befürchten dass Ihre vertrauliche Mitteilung in die Akten von Scotland Yard gelangt ich sehe Sie wissen wie man diskret ist Mr. Parker wir haben auch unsere Berufs Etikette Sir Julian nach der Rückkehr in die Great Ormond Street fand Parker ein Telegramm vor in dem Stand herkommen unnötig alles gut eintreffe morgen Wimsey Als Lord Peter am folgenden Vormittag nach einigen bestätigenden Nachforschungen in Bellem und am Viktoria Bahnhof vor der Essenszeit heimkehrte wurde er an der Wohnungstür von Mr. Banter der von Waterloo aus schnurstracks nach Hause gegangen war mit einer telefonischen Meldung und ernster Kindermädchen Miene begrüßt Lady Swatham hat angeläutet Milord und gesagt sie hoffe sie hätten nicht vergessen dass sie bei ihr zum Mittagessen eingeladen sind ich habe es vergessen Banter und ich will es auch vergessen ich vertraue darauf dass sie ihr gesagt haben ich wäre plötzlich an Encephalitis Lethargica erkrankt von Blumenspenden bitte abzusehen Lady Swatham sagte sie zähle auf sie melord sie hat gestern die Herzogin von Denver getroffen wenn meine Schwägerin dort ist gehe ich nicht hin das ist ja klar fiel lord Peter ein verzeihung milord die Herzogin Witwe was tut sie denn in der Stadt ich nehme an sie kam wegen der gerichtlichen untersuchung her milord ach ja das haben wir verpasst Banter jawohl milord ihre durchlaucht wird bei Lady Swatham essen Banter ich kann nicht ich kann wirklich nicht sagen sie ich lege mit Keuchhusten im Bett und bitten sie meine Mutter nach dem essen her zu kommen sehr wohl milord mrs frail wird bei ladies wotham sein milord und mr milligan mr wer mr john pimmeligen milord und lieber gott Banter warum haben sie das nicht gleich gesagt habe ich noch Zeit vor ihm dort zu sein gut ich renne mit in diesen beinkleidern milord widersprach Banter und vertrat ihm mit achtungsvoller festigkeit den weg zum ausgang ach Banter lassen sie mich nur dieses eine mal flehte lord peter sie wissen ja nicht wie wichtig es ist um keinen preis milord es geht um meine ehre die beinkleider sind ganz in ordnung banter nicht für ladies wotham den man der in salisbury mit einer milchkanne gegen sie gerannt ist und banter wies mit anklagen finger auf einen fettfleck der sich auf dem hellen stoff zeigte ich wünschte zu gott ich hätte sie sich niemals zu einem privilegierten bevollmächtigten auswachsen lassen sagte lord peter bitter und stieß seinen spazierstock in den schirmständer sie haben keine ahnung was meine mutter anrichten könnte mr banter lächelte grimmig und schleppte sein opfer ab als ein untadeliger lord peter ziemlich verspätet für's mittagessen in ladies woffams salon geführt wurde saß die herzogin witwe von denver auf einem sofa vertieft in eine angeregte unterhaltung mit mr john p milligan aus chicago es es freut mich sie kennenzulernen herzogin waren die eröffnungsworte dieses finanzmanns gewesen so kann ich ihnen doch für ihre außerordentlich freundliche einladung danken ich versichere ihnen das ist ein kompliment das ich sehr zu schätzen weiß die herzogin strahlte ihn an während sie schnell ihre geistigen streitkräfte aufmarschieren ließ setzen sie sich zu mir mr milligan sagte sie ich unterhalte mich so gern mit bedeutenden geschäftsleuten warten sie sie sind ein eisenbahn könig mr milligan setzte sich ja ja sagte er für uns geschäftsleute ist es sicher ebenso interessant englische aristokraten kennenzulernen wie für sie engländer amerikanische eisenbahn könige herzogin und sicher werde ich ebenso viele faux pas begehen wie sie in chicago weizen zur verteuerung aufkaufen wollten stellen sie sich vor neulich nannte ich ihren prächtigen sohn lord whimsy und er dachte ich hätte ihn für seinen bruder gehalten da kam ich mir ziemlich dumm vor das war ein unverhofftes leitseil die herzogin griff es vorsichtig auf der liebe junge und das hörte sie wieso weiß ich nicht und sie sagte fluchen sie nicht junger man wenn sie da im angesicht gottes sitzen ich weiß nicht was aus den jungen leuten heutzutage werden soll dabei ist er 60 müssen sie wissen in folge einer natürlichen gedanken verbindung erwähnte mrs frale den mann der gehängt worden war weil er drei frauen in der badewanne ermordet hatte das fand ich immer sehr einfallsreich sagte sie und blickte lord peter seelenvoll an und stellen sie sich vor als das geschah hatte Tommy gerade eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen und ich bekam solche angst dass ich morgens nicht mehr badete sondern nachmittags wenn er nicht zu hause war meine gnädigste erwiderte laut peter vorwurfsvoll ich erinnere mich deutlich dass alle diese frauen ganz und gar reizlos waren aber es war ein sehr einfallsreiches verfahren das erste mal nur hätte er es nicht wiederholen dürfen heutzutage verlangt man etwas mehr originalität auch von mördern sagte ladies zu shakespears zeiten war es viel einfacher nicht war immer dasselbe mädchen als man verkleidet und auch das war von bocaccio oder dante oder sonst einem anderen entlehnt ich bin sicher wenn ich eine shakespearsche heldin gewesen wäre hätte ich beim ersten blick auf einen schlanken pagen gesagt herr jeder ist ja das mädchen schon wieder genau das ist auch in wirklichkeit geschehen antwortete lord peter sehen sie lady swatham wenn sie jemals einen mord begehen wollen müssen sie unbedingt vermeiden dass die leute gedanken assoziationen bekommen die meisten menschen haben keine ihre gedanken rollen einfach durcheinander wie erbsen auf einem tablett vollführen großen lärm und gelangen nirgends hin aber wenn man erst einmal zulässt dass sie ihre erbsen auf ein halsband aufziehen dann wird es stark genug dass man sie daran aufknüpfen kann du meine güte rief mrs frail mit einem kleinen aufschrei was für ein segen dass keiner meiner freunde solche gedanken hat schauen sie sagte lord peter und balancierte stirne runzelnd einen bissen ente auf seiner gabel nur in detektiv geschichten denken die menschen logisch zu ende wenn uns etwas abwegiges erzählt wird sagen wir gewöhnlich nur wahrhaftig oder wie traurig und belassen ist dabei eine halbe stunde später haben wir es vergessen falls dann nicht irgendetwas auftaucht das es wieder erweckt zum beispiel sagte ich ihnen doch lady swatham ich sei in salisbury gewesen und das stimmt auch nur nehme ich an dass es ihnen keinen großen Eindruck gemacht hat und ich nehme auch an dass es ihnen keinen großen Eindruck machen wird wenn sie morgen in der Zeitung von der tragischen Entdeckung eines toten Anwalts in salisbury lesen werden aber wenn ich nächste woche wieder nach salisbury führe und man fände tags darauf einen toten arzt in salisbury so könnten sie anfangen zu denken ich wäre ein böses omen für die einwohner von salisbury und wenn ich die woche darauf abermals nach salisbury ginge und sie am folgenden tage dass der bischofsstuhl von salisbury frei geworden wäre dann fragen sie sich vielleicht was ich in salisbury immerzu zu suchen hätte und warum ich früher nie davon gesprochen habe dass ich dort Freunde habe nicht war und sie kämen vielleicht auf den Gedanken selbst nach salisbury zu fahren und dort alle möglichen leute zu fragen ob sie zufällig einen jungen Mann mit blauen Socken am bischofspalast herumlungern sahen das würde ich wohl tun meinte ladies woffen ganz recht und wenn sie dann erfahren dass der anwalt und der arzt früher in poggleton lebten zu einer zeit als der bischof dort pfarrer war dann fällt ihnen auf einmal ein dass ich vor langer zeit nach poggleton gefahren war sie schlagen dort das pfarrregister nach und entdecken dass ich in poggleton unter einem angenommenen namen von dem pfarrer mit der witwe eines reichen landwirts getraut wurde die dann plötzlich an bauchfell entzündung starb wie der arzt bescheinigt hat nachdem sie mir in einem vom anwalt beglaubigten testament all ihr geld vermacht hatte und dann fangen sie an zu denken ich könnte allen grund haben solch vielversprechende erpresser wie den anwalt den arzt wort um die ecke brachte so wären sie niemals auf die idee verfallen nach poggleton zu fahren und sie hätten sich nicht erinnert dass ich einmal dort war waren sie wirklich einmal dort fragte mrs frail gespannt ich glaube nicht entgegnete lord peter der name reiht keine perlen in meinem kopf auf aber es könnte eines tages sein aber wenn man ein verbrechen untersucht sagte lady muss man doch mit den üblichen dingen beginnen würde ich annehmen feststellen was die person getan hat wer bei ihr gewesen ist und ein motiv suchen nicht wahr oh ja antwortete lord peter doch die meisten von uns hätten viele motive alle möglichen harmlosen leute zu ermorden ich würde gerne eine ganze menge umbringen sie nicht auch haufenweise stimmte lady swatham zu da ist dieser gräss vielleicht sage ich lieber nicht sonst erinnern sie sich am ende später daran ich würde es an ihrer stelle auch nicht sagen erwiderte lord peter liebenswürdig man kann nie wissen es wäre arg peinlich wenn der betreffende morgen plötzlich sterben würde die schwierigkeit bei dem bettas sie geheimnis ist wohl knüpfte mr milligan wieder an dass niemand eine gedanken verbindung mit dem herrn in der badewanne hat so schwer für den armen inspektor sag sagte die herzogin er tat mir beinahe leid als er da stand und lauter fragen beantworten musste obwohl er gar nichts vorzubringen hatte lord peter widmete sich dem entenbraten da er etwas ins hintertreffen geraten war plötzlich hörte er jemand die herzogin fragen ob sie schon mit lady levy gesprochen habe sie hat große sorge setzte die dame die gesprochen hatte eine mrs freemantle hinzu obwohl sie sich an die hoffnung klammert dass er wieder auftaucht ich nehme an sie kannten ihn mr milligan kennen ihn sollte ich sagen denn hoffentlich ist er noch am leben mrs freemantle war die gattin eines hervorragenden eisenbahndirektors und berühmt für ihre unkenntnis der finanzwelt ihre vorpaas in dieser beziehung belebten die teegesellschaften der damen die mit geschäftsleuten verheiratet waren nun ja ich habe mit ihm gegessen erwiderte mr milligan gutmütig ich glaube wir haben uns beide alle mühe gegeben einander zu ruinieren mrs freemantle wenn wir hier in den staaten wären fügt er hinzu würde man mich wohl stark verdächtigen sir ruben an einen sicheren ort gebracht zu haben aber in der alten welt kann man auf diese weise nicht geschäfte machen in amerika muss das geschäftsleben aufregend sein warf lord peter ein das ist es auch nickte mr milligan ich glaube meine kollegen haben es jetzt dort gut ich werde bald wieder bei ihnen sein sobald ich hier auf dieser seite ein paar sachen für einen bazar abreisen sagte die herzogin den nachmittag verbrachte lord peter mit einer vergeblichen suche nach mr parker er fand ihn schließlich nach dem abendessen in der great ormond street parker saß in einem eltlichen aber zärtlichen lehnstuhl die füße stützte er auf den kaminsims während er seinen geist mit einer modernen deutung des galater briefes entspannte er empfing lord peter mit stiller freude nicht mit hingerissener begeisterung und mischte ihm einen whisky soda peter nahm das buch das sein freund hingelegt hatte und blätterte darin alle diese leute haben vorurteile so oder so sagte er sie finden was sie suchen ja stimmte der detektiv zu aber das lernt man fast automatisch abziehen als ich studierte stand ich ganz auf der anderen Seite bei Connie Bear Robertson Drews und diesen Männern bis ich merkte dass sie alle gewissermaßen so viel damit zu tun hatten einen einbrecher zu suchen den niemand jemals gesehen hatte dass sie die spuren der hausbewohner nicht erkennen konnten dann verbrachte ich zwei jahre damit vorsicht zu lernen hm machte lord peter demnach muss theologie eine gute übung für den kopf sein denn sie sind wohl der vorsichtigste teufel den ich kenne aber lesen sie ruhig weiter es ist eine schande dass ich herkomme und sie so aus ihrer freizeit beschäftigung reiße schon gut alter freund erwiderte parker die beiden männer schwiegen eine weile dann fragte lord peter lieben sie ihren beruf der detektiv dachte darüber nach und antwortete ja ja ich liebe ihn ich weiß dass er nützlich ist und dass ich dazu tauge ich mache meine sache ganz gut vielleicht nicht mit inspiration aber genügend gut um stolz auf meine leistungen zu sein er ist abwechslungsreich und er zwingt mich mich zusammen zu nehmen und mich nicht gehen zu lassen und er hat eine zukunft ja ich liebe ihn warum och nichts weiter für mich ist es ein steckenpferd verstehen sie ich begann es zu reiten als mir das leben schal vorkam weil es eine so spannende beschäftigung ist und diese spannung genieße ich bis zu einem gewissen gerade wenn alles auf dem papier stünde würde ich sie ganz auskosten ich liebe den Anfang einer Aufgabe wenn man noch keine Ahnung hat und alles nur aufregend und unterhaltend ist aber wenn es soweit ist dass man einen lebendigen menschen überführt hat und der arme kerl nun gehängt oder eingesperrt werden soll dann scheint es mir keine entschuldigung für meine Einmischung zu geben da ich davon meinen Lebensunterhalt nicht zu bestreiten brauche und ich habe das Gefühl dass ich es nie mehr unterhalten finden würde aber das ist es dann doch wieder Parker hatte dieser Rede aufmerksam zugehört ich verstehe sagte er da ist zum Beispiel der alte Milligen fuhr lord peter fort in einem buch wäre nichts lustiger als den alten Milligen einzufangen aber wenn man mit ihm spricht ist er ein anständiger netter Kerl Mutter hat ihn gern für mich hat er eine Vorliebe gefasst es ist höchst unterhaltend ihm alles mögliche über einen Bazar zu wohltätigen Zwecken vorzuschwatzen aber wenn er sich dann so darüber freut komme ich mir gemein vor angenommen der alte Milligen hat levy die kehle durchgeschnitten und ihn in der temse versenkt es geht mich ja nichts an es geht sie ebenso an wie jeden entgegnete Parker es ist nicht besser es gegen Bezahlung zu tun als es umsonst zu tun doch sagte Peter eigensinnig für den Lebensunterhalt zu sorgen ist die einzige Entschuldigung für eine solche Tätigkeit aber ich bitte sie rief Parker wenn Milligen den armen alten levy umgebracht hat nur um sich zu bereichern sehe ich nicht ein warum er sich loskaufen will indem er 1000 Pfund für das Kirchendach von Denver her gibt oder warum man ihm vergeben soll bloß weil er kindisch eitel oder kindisch snobbistisch ist das ist hässlich ausgedrückt also gut wenn sie wollen sogar weil er für sie eine Vorliebe hat nein aber sagen sie wimsy glauben sie dass er levy wirklich ermordet hat nun ja es könnte sein aber glauben sie es ich mag es nicht glauben weil er eine Vorliebe für sie hat das beeinflusst mich natürlich ich finde das einen berechtigten Einfluss sie glauben wohl nicht dass ein bösartiger Mörder eine Vorliebe für sie hegen würde je nun außerdem habe ich auch eine Zuneigung zu ihm gefasst auch das wird wohl berechtigt sein sie haben ihn beobachtet und aus ihren Beobachtungen unbewusst Schlüsse gezogen und das Ergebnis ist dass sie ihn nicht verdächtigen nun warum nicht sie dürfen das ruhig in Betracht ziehen vielleicht irre ich mich aber und da hat es doch warum lassen sie dann ihren eitlen stolz auf ihre menschenkenntnis der entlarvung des kaltblütigen mordes an einem unschuldigen und liebenswerten menschen im wege stehen ich weiß aber ich finde dass ich nicht anständig spiele schauen sie peter sagte parker ziemlich ernst treiben sie sich doch einmal diesen etener spielkomplex aus es scheint kein großer zweifel zu bestehen dass Sir angenehmes zugestoßen ist nennen wir es mord um der sache mehr nachdruck zu verleihen wenn man Sir ruben ermordet hat ist es dann ein spiel und ist es richtig es als ein spiel zu betrachten deshalb deshalb schäme ich mich auch antwortete lord peter für mich ist es ein sport den ich fröhlich betreibe und dann merke ich plötzlich dass jemand etwas abbekommen wird und ich möchte damit aufhören ja ja ich weiß aber das liegt daran dass sie an ihre Einstellung denken sie möchten sie selbst sein sie möchten hübsch aussehen sie möchten entweder artig durch eine Komödie tänzeln oder würdig durch eine Tragödie stelzen aber das ist kindisch wenn sie der gesellschaft nützlich sein wollen indem sie die wahrheit über morde herausfinden müssen sie sich so einstellen wie es die gelegenheit verlangt sie möchten elegant und locker sein das ist gut und schön wenn sie die wahrheit auf diese weise herausfinden doch an sich hat es keinen Wert sie möchten würdig und fest wirken was hat das damit zu tun sie möchten um des sportes willen einen mörder jagen und ihm dann die hand drücken und sagen gut gespielt pech morgen sollen sie ihre revanche haben nein das geht nicht das leben ist kein fußball match sie möchten ein sportsmann sein sie können kein sportsmann sein sie sind ein mensch mit verantwortung ich glaube sie sollten nicht so viele theologische bücher lesen erwiderte lord peter das hat einen verrohenden einfluss er stand auf und ging im zimmer auf und ab wobei er müßig über die bücher gestelle blickte dann setzte er sich wieder stopfte seine pfeife zündete sie an und sagte ich will ihnen nun von dem wütenden starkköpfigen crimplesham erzählen er schilderte seinen besuch in salisbury nachdem mr crimplesham sich seiner bona fides versichert hatte war er aufgetaut und hatte ihm alle einzelheiten von seinem londoner aufenthalt berichtet ich habe alles nachgeprüft seufzte lord peter und wenn er nicht halb bellen bestochen hat besteht kein zweifel dass er dort übernachtet hat den nachmittag hat er tatsächlich mit den bankleuten verbracht und die hälfte der Einwohner von salisbury scheint ihn abreisen gesehen zu haben außer seinen angehörigen und dem jungen wicks würde niemand einen gewinn von seinem tode haben und selbst wenn der junge wicks ihn gern aus dem wege hätte so wäre es ziemlich weit gegangen einen unbekannten in thipps wohnung zu ermorden um ihm crimplesham kneife auf die nase zu setzen wo war wicks am montag fragte parker auf einem ball beim kantor antwortete lord peter wütend david er heißt david tanzte vor den augen des domkapitels es entstand eine pause erzählen sie mir von der gerichtsverhandlung bat whimsy parker kam dem ersuchen mit einer zusammenfassenden darlegung der ereignisse nach glauben sie dass man die leiche doch in der wohnung hätte verstecken können fragte er dann wir haben zwar nachgeschaut aber vielleicht ist uns etwas entgangen möglich aber sarg hat auch nachgeschaut sarg sie sind ungerecht gegen sarg tadelte lord peter wenn etwas auf thibs beteiligung an dem verbrechen hingedeutet hätte dann hätte sarg es gefunden wieso wieso weil er darauf aus war er ist wie ihre kommentatoren des galater briefes er meint dass entweder thibs oder gladys horrocks oder gladys horrocks freund der täter ist darum fand er spuren auf dem fensterbrett wo gladys horrocks freund eindringen oder gladys etwas aushändigen konnte auf dem dach fand er keine spuren weil er dort keine suchte aber er schaute vor mir auf dem dach nach ja doch nur um zu beweisen dass dort keine spuren waren er überlegt folgendermaßen gläder und die so auf dem fensterbrett spuren sein und auf dem dach keine auf dem boden unten findet er keine spuren aber er meint er hätte welche finden können wenn der Hof nicht zufällig asphaltiert wäre ebenso meint er mr thibs kann die leiche im abstellraum oder sonst wo versteckt haben sie können darum sicher sein dass er den abstellraum und alle anderen orte auf benutzungszeichen untersucht hat wären dort spuren gewesen so hätte er sie gefunden weil er sie suchte folglich wenn er sie nicht fand so deshalb weil keine da waren gut sagte Parker hören sie auf ich glaube ihnen er berichtete nun von dem medizinischen augenschein übrigens sagte lord peter um einen augenblick auf den anderen fall umzuschalten ist es ihnen eingefallen dass levy am montag abend vielleicht zu freak ging er ging tatsächlich hin bestätigte Parker ziemlich unerwartet und erzählte von seinem gespräch mit dem nerven spezialisten hm machte lord peter finden sie nicht auch dass das sonderbare fälle sind jede nachforschung scheint im sande zu verlaufen bis zu einem gewissen punkt ist es sehr spannend und dann kommt nichts dabei raus wirklich wie bei flüssen die versickern ja nickte Parker noch einer ist heute vormittag versickert was 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 denn ich pumpte sie 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 zum beispiel naja das ist wahr sagte lord peter und ging der tote in der badewanne cd vier lord peter kam gegen mitternacht nach hause er fühlte sich ungewöhnlich wach und unternehmungslustig in seinem kopf summte und schwirrte es wie in einem bienenkorb der mit einem stock aufgestöbert worden ist es war ihm zumute als stünde er vor einem schwierigen rätsel dessen lösung man ihm einmal gesagt er aber hätte sie vergessen und wäre immer zu nah daran sich zu erinnern irgendwo sagte lord peter zu sich irgendwo habe ich den schlüssel zu diesen beiden dingen ich weiß ich habe ihn nur fällt mir nicht ein was es ist jemand hat es mir gesagt vielleicht habe ich es gesagt ich kann mich nicht erinnern wo aber ich weiß dass ich den schlüssel habe laut sagte er gehen sie zu bett banter ich werde noch ein wenig aufbleiben ich ziehe nur schnell meinen schlafrock an in seinem faun schlafrock ließ er er dann mit der pfeife im mund beim kamin nieder er verfolgte diese und jene linie der nachforschungen lauter flüsse die im sande versickerten sie entsprangen dem gedanken an levy der zuletzt um zehn uhr in der prince of wales road gesehen worden war sie liefen zurück von dem bilde des grotesken toten in mr tipps badezimmer sie liefen über das dach und verloren sich verloren sich im sande flüsse die im sand versickerten flüsse die unterirdisch strömten sehr tief unten dort strömte alf der heilige fluss durch höhlen unermesslich für den menschen hinab zu einem sonnenlosen meer in dem lord peter den kopf senkte dünkte es ihn als könnte er sie hören ganz schwach wie sie irgendwo in der dunkelheit murmelten und rauschten aber wo er war überzeugt daß irgendjemand es ihm einmal gesagt hatte nur hatte er es vergessen er stand auf warf ein holz scheit aufs feuer und ergriff ein buch das der unermüdliche banter mitten in der aufregung besondere aufgaben auch seine alltagspflichten erfüllend vom times bücher club geholt hatte zufällig waren es sir julian freaks physiologische grundlagen des gewissens deren besprechung tags zuvor erschienen war die sache mit dem basar hat sie großartig gemacht ich hätte sie warnen sollen sie sagte einmal etwas ein paar minuten lang erging er sich in erinnerungen bis alles mit einem spöttischen schwanzwedeln verschwand er nahm seine lektüre wieder auf plötzlich zuckte ihm ein anderer gedanke durch den kopf den die fotografie eines chirurgischen experiments erweckt hatte wenn freaks und what's aussagen nicht so positiv gewesen wären sagte er sich hätte ich nicht übel lust mich mit diesen fäden am schornstein näher zu befassen er dachte darüber nach schüttelte den kopf und las entschlossen weiter geist und materie waren ein und dasselbe das war das thema des arztes die materie konnte in ideen ausbrechen man konnte leidenschaften mit dem messer in das gehirn schnitzen man konnte eine vorstellung mit rauschmitteln ausmerzen und eine veraltete gewohnheit wie eine krankheit heilen das wissen um gut und böse ist eine beobachtete erscheinung es beruht auf einer bestimmten verfassung der gehirnzellen die sich ausmerzen lässt so lautete ein satz und weiter das gewissen des menschen kann tatsächlich mit dem stachel einer biene verglichen werden der weit davon entfernt zum wohlbefinden des besitzers beizutragen nicht einmal einen einzigen Augenblick funktionieren kann ohne dessen Tod herbeizuführen sein wert vom standpunkt des überlebens ist infolgedessen jedenfalls rein sozialer art wenn die menschheit von ihrer jetzigen phase der sozialen entwicklung jemals zu der eines höheren individualismus übergeht wie manche unserer philosophen zu hoffen wagen dürfen wir annehmen dass dieses interessante geistige phänomen allmählich verschwinden wird genau wie die muskeln und nerven mit denen früher die bewegungen unserer ohren und unserer kopfhaut bei allen menschen mit ausnahme einiger zurückgebliebener individuen der atrophie anheimgefallen und nur noch für den physiologen von interesse sind wahrhaftig dachte lord peter müßig das ist eine ideale doktrin für den verbrecher ein mensch der glaubte würde niemals und da trat es ein das ereignis das er halb unbewusst erwartet hatte so plötzlich so unmissverständlich trat es ein wie der sonnenaufgang es fiel ihm ein nicht etwas bestimmtes oder eine logische folge von dingen sondern alles das ganze vollkommen und in allen dimensionen als ob er außerhalb der weltstünde und es im unendlichen dimensionalen raume aufgehängt sähe er brauchte überhaupt nicht mehr zu überlegen oder darüber nachzudenken er wusste es es gibt eine rätselart bei der man die aufgabe hat bestimmte buchstaben umzustellen und daraus ein wort zu bilden zum beispiel patepnark auf langsame weise löst man dieses rätsel indem man es der reihe nach mit allen buchstaben kombinationen versucht und alle unmöglichen verbindungen ausschaltet wie kretp ein anderes verfahren besteht darin die zugeordneten elemente so lange anzustarren bis sich ohne einen fassbaren logischen prozess vielleicht infolge einer zufälligen äußeren anregung die buchstaben folge tarn kappe ganz von selbst ergibt danach braucht man die buchstaben gar nicht mehr zu ordnen das rätsel ist gelöst ebenso formten sich die verstreuten elemente zweier grotesker rätsel die in lord peters kopf wie kraut und rüben durcheinander geflogen waren ganz plötzlich von selbst so dass die lösung mit einem schlage da war ein geräusch auf dem dach des letzten hauses levy in einer regen pütze der mit einer prostituierten in der battersea road sprach ein einzelnes rötliches haar scharpier fäden inspektor sag der den bedeutenden chirurgen aus dem sezier saal des spitals herbeirief lady levy mit einer nervenstörung der geruch nach karbolseife die stimme der herzogin keine richtige verlobung nur eine gewisse verständigung mit ihrem vater peruanische ölaktien die dunkle haut und das krumme fleischige profil des mannes in der badewanne dr grimboles aussage meiner ansicht nach ist der tod erst mehrere tage nach dem schlag eingetreten gummihandschuhe sogar die schwache stimme des mr appledore er kam einmal mit einer kampfschrift gegen die vivisektion alle diese dinge und noch viele andere klangen zusammen und ergaben einen ton sie schwangen zusammen wie glocken in einem kirchturm mit dem starken tenor der das getöse übertönte das wissen um gut und böse ist eine erscheinung des gehirns und lässt sich ausmerzen 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 das wissen um gut und böse lässt sich ausmerzen lord peter wimsy war kein mensch der sich gewohnheitsmäßig sehr ernst nahm aber diesmal war er richtig entsetzt es ist unmöglich sagte seine vernunft matt credo quia impossibile sagte seine innere stimme mit unerschütterlicher selbstgewissheit gut sagte das gewissen das sich sogleich mit dem blinden glauben verbündete was gedenkst du nun zu tun lord peter stand auf und schritt im zimmer auf und ab lieber gott sagte er lieber gott er nahm who's who von dem kleinen bücherbord über dem telefonapparat und suchte trost in diesem nachschlagwerk freak sir julian doktor med oberarzt am st lucas spital bettersi geboren 16. märz 1872 in grillingham einziger sohn von edward cursen freak bildungsgang harrow und trinity college in cambridge ehemals mitglied des medizinischen militäramtes publikationen anmerkungen über die pathologischen aspekte des genies 1892 statistische beiträge zum studium der kinderlähmung in england und wales 1894 funktionelle störungen des nervensystems 1899 cerebrospinale erkrankungen 1904 das grenzgebiet der geisteskrankheiten 1906 untersuchung der behandlung mittelloser geisteskranker in england 1906 moderne entwicklung der psychotherapie 1910 kriminelle geistesgestörtheit 1914 anwendung der psychotherapie bei der behandlung von nervenerschütterung 1917 strukturelle modifikationen bei neurosen 1920 clubs whites oxford und cambridge alpine und so weiter freizeitbeschäftigung schach bergsteigen angelsport adresse 282 harley street und st lucas spital prince of wales road battersea park südwest 11 er warf das buch fort bestätigung stöhnte er als ob ich sie noch brauchte er setzte sich wieder und vergrub das gesicht in den händen ganz plötzlich fiel ihm ein wie er vor jahren vor dem frühstückstisch in schloss denver gestanden hatte ein kleiner schmaler knabe in blauer hose mit heftig klopfendem herzen die anderen waren noch nicht heruntergekommen auf dem tisch stand ein großer silberkessel mit einem spirituskocher und das wasser brodelte in der kaffeemaschine er hatte an der tischtuch ecke gezupft zupfte noch stärker und der kessel kippte und alle teelöffel klirrten er packte das tischtuch mit festem griff und zog kräftig noch jetzt fühlte er die spannung als der kessel und die kaffeemaschine und das ganze rosenthal servies mit gewaltigem krachen niederstürzten er erinnerte sich an das entsetzte gesicht des dieners und an den aufschrei einer zu gastweilenden dame ein holzscheit zerbrach und sank in eine weiße ascheflocke zusammen ein später lastwagen ratterte am fenster vorbei mr banter der den schlaf des braven und getreuen dieners schlief wurde in tiefer nacht von einem heiseren geflüster geweckt banter ja milord sagte banter richtete sich auf und knipste das licht an machen sie das licht aus sie wahnsinniger sagte die stimme horchen sie da drüben können sie es hören es ist nichts milord entgegnete banter stieg rasch aus dem bett und fasste nach seinem herren es ist gut gehen sie schnell zu bett ich bringe ihnen ein paar tropfen brum oh sie zittern ja sie haben zu lange aufgesessen pssst nein nein es ist das wasser sagte lord peter mit klappernden zähnen es steht ihnen da unten bis zu den hüften den armen teufeln aber horchen sie hören sie es nicht sie unterminieren uns aber ich weiß nicht wo ich kann es nicht hören ich kann nicht horchen sie doch da ist es wieder wir müssen es finden wir müssen es aufhalten horchen sie oh gott ich kann es nicht hören ich höre nichts wegen des gewehrlärms können sie nicht mit dem schießen aufhören du meine güte sagte banter zu sich selbst nein nein es ist gut er major machen sie sich keine sorgen aber ich höre es widersprach peter ich auch antwortete mr banter mannhaft man hört es gut milord das sind arbeiten regen sie sich deshalb nicht auf sir lord peter packte seinen arm mit fieberheißer hand unsere eigenen sapere bestimmt ganz bestimmt bekräftigte mr banter fröhlich sie werden den turm umlegen sagte lord peter sicher und zwar sehr sauber kommen sie nur und ruhen sie sich ein bisschen aus sir die anderen haben diesen abschnitt hier übernommen ist es wirklich nicht gefährlich ihn zu verlassen ganz ungefährlich sir beschwichtigte mr banter zog den arm seines herren unter den seinen und führte ihn aus seinem zimmer ton ton kam in seine stimme kleiner dummkopf sagte wachtmeister banter als mr parker der nach piccadilly 110 a gerufen worden war am nächsten morgen dort ankam stellte er fest dass die herzogin witwe die zügel ergriffen hatte sie begrüßte ihn liebenswürdig ich nehme den dummen jungen übers wochenende nach denver sagte sie und wies auf lord peter der gerade schrieb und den eintritt seines freundes nur mit einem kurzen nicken zur kenntnis nahm er hat sich übernommen ist in salisbury und überall herumgelaufen und nie mehr zu bett gegangen sie sollten ihn wirklich nicht dazu ermuntern mr parker das ist sehr unrecht von ihnen da weckt er den armen banter mitten in der nacht mit schreck gesichten aus dem krieg auf als ob das nicht seit jahren vorbei wäre ewig hat er keinen solchen Anfall gehabt aber nun haben wir es nerven sind etwas sonderbares und peter litt schon an angsträumen als er noch ganz klein war oft wollte er natürlich bloß sein kleines kopfkissen haben aber 1918 war er ja so schlimm daran wie sie wissen und ich glaube in ein paar jahren lassen sich die schrecknisse eines krieges nicht vergessen eigentlich sollte ich dankbar sein dass meine beiden Söhne mit dem Leben davongekommen sind immerhin ein wenig Frieden und Ruhe in denver werden ihm nichts schaden tut mir leid dass es ihnen schlecht ging alter freund sagte parker unbestimmt mitfühlend sie sehen etwas angegriffen aus charles sagte lord peter mit völlig ausdrucksloser stimme ich gehe zwei tage fort weil ich ihnen in london doch nichts nützen kann was augenblicklich zu tun ist das wird viel besser von ihnen erledigt als von mir bringen sie das hier bitte sofort zu scotland yard er faltete sein schreiben und steckte es in einen umschlag und lassen sie es an alle armen häuser spitäler polizeistationen männer herbergen und dergleichen in london gehen es ist die beschreibung des toten in der badewanne wie er aussah bevor er rasiert und gewaschen wurde ich möchte wissen ob irgendein mann auf den die beschreibung passt in den letzten 14 tagen tot oder lebendig irgendwo aufgenommen worden ist sprechen sie mit sir andrew mckensee persönlich er soll das schriftstück sofort hinausgehen lassen sagen sie ihm sie hätten die probleme von dem mord an levy und dem bett sie geheimnis gelöst mr parker stieß einen ruf der verwunderung aus den sein freund nicht beachtete und bitten sie ihn einen haft befehl auszustellen damit sie einen sehr gefährlichen und wichtigen verbrecher jederzeit verhaften können wenn die antworten auf dieses schriftstück einlaufen achten sie auf jede erwähnung des st lucas spitals oder irgendeiner person die mit im st lucas spital zusammenhängt und benachrichtigen sie mich dann sofort inzwischen knüpfen sie wie ist mir gleich mit einem der studenten im st lucas spital bekanntschaft an aber sagen sie dort nichts von morden und haft befehlen sonst landen sie in einer zwangsjacke ich komme zurück sobald ich von ihnen höre und ich erwarte dass ich zu meiner begrüßung einen lieben begabten knochensäger vorfinden werde er lächelte schwach soll das heißen dass sie der sache auf den grund gekommen sind fragte parker ja ich kann mich irren hoffentlich irre ich mich aber ich weiß dass es stimmt sie wollen es mir wohl nicht sagen lieber nicht offen gestanden wie gesagt ich könnte mich irren und dann wäre mir zumute als ob ich den Erzbischof von Canterbury verleumdet hätte verraten sie mir wenigstens ist es ein geheimnis oder sind es zwei eins sie sprachen von dem mord an levy ist levy tot lieber gott ja sagte peter schaudernd die herzogin die den tätler las blickte auf und fragte peter bekommst du wieder schüttelfrost worüber ihr beide auch reden mögt hört sofort damit auf wenn es dich aufregt außerdem ist es zeit dass wir gehen schön mutter sagte peter er wandte sich an banter der mit einem mantel und einem koffer respektvoll an der türe stand sie wissen doch was sie zu tun haben nicht war durchaus milord der wagen ist soeben vorgefahren durchlaucht und mrs tipps sitzt darin sagte die herzogin sie wird sich freuen dich wieder zu sehen peter du erinnerst sie an mr tipps auf wiedersehen banter auf wiedersehen durchlaucht parker begleitete sie hinunter als sie abgefahren waren betrachtete er verständnislos den umschlag in seiner hand doch dann fiel ihm ein dass samstag war weswegen eile not tat und er rief ein taxi an scotland yard wies er den chauffeur an am dienstag morgen streiften lord peter und ein mann in manchester joppe fröhlich durch rübenfelder die schon vom frühen frost gelb angetönt waren ein stückchen vor ihnen verriet eine wellenförmige bewegung unter den blättern die unsichtbare doch immer nahe gegenwart eines jungen setters des herzogs von denver plötzlich flog ein rebhuhn mit einem lärm wie von einer knarre auf und lord peter schoss es ab sehr zielsicher für einen menschen der vor einigen tagen erst eingebildete deutsche sapöre gehört hatte der junge setter sprang vergnügt durch die rüben und brachte den toten vogel braver hund lobte lord peter dadurch ermutigt machte der hund einige lächerliche freudensprünge und bellte ein dummes tier sagte der mann in der manchester joppe kann sich nicht still verhalten zu nervös milord einer von black las letztem wurf du meine güte erwiderte lord peter lebt die alte hündin immer noch nein milord wir mussten sie im frühling abtun peter nickte er behauptete immer er hasse das landleben und sei froh nichts mit dem familien gut zu tun zu haben aber an diesem morgen hatte er die prickelnde luft und die um seine blank geputzten stiefel zischenden blätter genossen in denver ging alles seinen ordentlichen gang niemand starb plötzlich oder erlitt einen gewaltsamen Tod außer bejahten Hunden und Rebhühnern um genau zu sein mit vergnügen atmete er die herbst gerüche ein in der tasche hatte er einen brief der mit der morgenpost gekommen war aber er wollte ihn noch nicht lesen parker hatte nicht telegrafiert es eilte also nicht er er las den brief nach dem mittagessen im rauchzimmer sein bruder war zugegen über der times dösend ein rechter sauberer engländer fest geformt und konventionell ähnlich wie heinrich der achte in seiner jugend gerald der sechzehnte herzog von denver der herzog fand seinen jüngeren bruder ziemlich entartet und nicht ganz gute klasse erhegte eine abneigung gegen dessen vorliebe für das polizeiwesen der brief war von banter milord ich schreibe um eure lordschaft wie gewünscht vom ergebnis meiner untersuchungen in kenntnis zu setzen ich hatte keine schwierigkeiten mit sir julian freaks diener bekanntschaft zu schließen er verkehrt im selben club wie der diener des ehrenwerten frederick abethnard mit dem ich befreundet bin und der gern bereit war mich vorzustellen er nahm mich gestern abend sonntag in den club mit und wir aßen mit dem mann der john cummings heißt und nachher lud ich cummings zu einem getränk und einer zigarre in die Wohnung ein eure lordschaft werden entschuldigen dass ich das getan habe es ist ja nicht meine gewohnheit aber ich habe immer die erfahrung gemacht dass man das vertrauen eines dieners am besten gewinnt wenn man ihnen glauben lässt dass man sich die abwesenheit des vorgesetzten zunutze macht ich hatte schon immer den verdacht dass banter die menschliche natur studiert dachte lord peter ich setzte ihm den besten alten portwein vor du teufelskerl dachte lord peter da ich sie und mr abethnot darüber reden gehört hatte hm machte lord peter die wirkung entsprach ganz meiner erwartung hinsichtlich meines vorhabens aber ich muss zu meinem bedauern sagen dass er dazu eine zigarre rauchte eine von ihren villery villas eure lordschaft werden begreifen wenn ich mich jetzt dazu nicht weiter äußere aber eure lordschaft werden mit mir fühlen darf ich bei dieser gelegenheit meine dankbare schätzung dafür ausdrücken dass eure lordschaft in bezug auf essen trinken und kleidung einen so ausgezeichneten geschmack haben es ist mit verlaub zu sagen mehr als ein vergnügen eurer lordschaft zu dienen es ist bildend lord peter neigt ernst das haupt was 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 treibst du eigentlich peter sitzt und nickt und grinst wie eine ich weiß nicht was fragte der herzog der plötzlich aus seinem nickerchen aufgefahren war angenehme nachrichten was sehr angenehme der herzog betrachtete ihn zweifelnd hoffentlich geht er nicht hin und heiratet eine ballettratte sagte er im stillen und kehrte zu seiner times zurück beim essen hatte ich mich bemüht cummings vorlieben herauszubekommen und festgestellt dass er eine schwäche für operette und varieté hat beim ersten glas lenkte ich das gespräch auf dieses gebiet da eure lordschaft mir freundlicherweise gelegenheit gegeben hatten alle vorstellungen in london zu sehen und ich sprach freier als ich es sonst für schicklich halte um mich bei ihm beliebt zu machen ich muss sagen dass seine ansichten über frauen und über die bühne so sind wie sie bei einem manne der zum portwein eurer lordschaft raucht zu erwarten sind beim zweiten glas berührte ich die tätigkeit eurer lordschaft um zeit zu sparen werde ich unser gespräch in dialog form beschreiben möglichst genau so wie es sich abgewickelt hat cummings sie scheinen viel gelegenheit zu haben vom leben etwas zu sehen mr banter banter dazu hat man immer gelegenheit wenn man weiß wie man sie findet cummings oh sie haben leicht reden mr banter erstens einmal sind sie nicht verheiratet banter da weiß ich besseres mr cummings cummings ich auch jetzt nachdem es zu spät ist er seufzte tief und ich schenkte ihm nach banter lebt ihre frau mit ihnen in bettas cummings ja wir sind beide bei meinem herrn tätig so ein leben ich kann ihnen sagen es ist langweilig so ganz unter uns in der verdammten vorstadt battersea zu leben banter natürlich nicht sehr praktisch für den besuch der operette cummings glauben sie mir sie haben es gut hier am piccadilly mittendrin könnte man sagen und ihr herr ist wohl oft den ganzen abend weg banter oh häufig mr cummings cummings dann machen sie sich wohl die gelegenheit zunutze auch jedes mal auszufliegen was banter na was meinen sie wohl mr cummings cummings aha da haben wir es aber was kann man machen wenn man einen dummen zankteufel zur frau hat und einen verfluchten wissenschaftler zum vorgesetzten der den ganzen abend leichen aufschneidet und mit fröschen experimentiert banter sicher geht er doch auch manchmal aus cummings nicht oft und immer kommt er vor zwölf zurück und wehe wenn er läutet und man nicht zur stelle ist ich gebe ihnen mein wort mr banter banter wird er wütend cummings nein aber er schaut einen eklig an als ob man auf seinem operationstisch läge und er wollte einen aufschneiden nichts worüber man sich wirklich beklagen könnte mr banter nur unangenehme blicke er ist immer korrekt entschuldigt sich wenn er rücksichtslos war aber was nützt das wenn er es war und einen den schlaf geraubt hat banter wie denn müssen sie lange aufbleiben cummings oh nein mitnichten um halb elf wird das haus geschlossen und alle gehen zu bett das ist die regel diese regelmäßigkeit ist trübselig aber wenn ich zu bett gehe möchte ich wenigstens meine ruhe haben banter was tut er denn läuft er im haus herum cummings und wie die ganze nacht zur privattür hinaus ins spital und zurück banter soll das heißen mr cummings das ein bedeutendes spezialist wie sir julian freak nachtbesuche im spital macht cummings nein nein er erledigt seine eigene arbeit forschungsarbeit wie man sagt seziert leichen da soll er sehr viel können wie ein uhrwerk kann er sie oder mich auseinander nehmen mr banter und wieder zusammensetzen banter schlafen sie denn unten dass sie ihn so deutlich hören cummings nein unser schlafzimmer ist ganz oben aber mein gott was nützt das er knallt die türen dass man es im ganzen hause hört banter oh darauf muss ich lord peter oft aufmerksam machen und gerede die ganze nacht und bäder cummings jawohl bäder neben dem zimmer neben dem zimmer wo meine frau und ich schlafen ist die wasserleitung ein lärm das tote erwachen würden zu jeder stunde wann meinen sie hat der vorigen montagabend gebadet mr banter banter ich kenne solche die um zwei uhr nachts baden mr cummings cummings so na das war um drei um drei uhr nachts wurden wir dadurch geweckt mein ehrenwort banter was sie nicht sagen mr cummings cummings er seziert herum und dann mag er nicht zu bett gehen ehe er die bazillen abgewaschen hat wenn sie mich verstehen das ist ja ganz natürlich aber ich finde mitten in der nacht sollte man sich nicht mit krankheiten befassen banter diese großen leute haben ihre eigene anschauung cummings na ich kann nur sagen ich habe eine andere das glaubte ich gern milord cummings hat nichts von größe und seine beinkleider sind nicht so wie ich sie bei einem menschen seines berufes sehen möchte banter wird es bei ihm immer so spät mr cummings cummings nein nicht in der regel könnte man sagen er entschuldigte sich auch am morgen und sagte er würde die wasserleitung nachsehen lassen das ist meiner meinung nach wirklich notwendig denn in die rohre dringt luft ein und das gurgeln und rauschen ist fürchterlich wie ein niagara wenn sie mich verstehen mr banter mein ehrenwort banter nun das ist doch ganz in ordnung mr cummings mit einem herren der so viel lebensart hat sich zu entschuldigen kann man viel machen manchmal können sie natürlich nichts dafür da bekommen sie unerwarteten besuch der lange bleibt cummings das stimmt mr banter richtig nun fällt's mir ein am montagabend war tatsächlich besuch da er kam zwar nicht spät aber er blieb ungefähr eine stunde und dadurch geriet sir julian vielleicht ins hintertreffen banter sehr wahrscheinlich darf ich ihnen noch portwein einschenken mr cummings oder etwas von lord peters altem cognac cummings etwas cognac besten dank mr banter vermutlich sind sie hier der kellermeister er zwinkerte mir zu darauf können sie sich verlassen sagte ich und ich holte ihm den napoleon ich versichere eure lordschaft es ging mir nahe ihn einem solchen menschen vorzusetzen doch da ich sah dass wir ihn auf dem richtigen weg hatten fand ich es keine verschwendung ich wünschte hier kämen abends immer nur herren her sagte ich eure lordschaft werden diese andeutung wohl entschuldigen lieber gott dachte lord peter wenn banter doch in seinen methoden weniger gründlich wäre cummings oh so ist es seine lordschaft ja er kicherte und stieß mich in die seite ich unterschlage hier einen teil des gesprächs der eure lordschaft ebenso verletzen könnte wie er mich verletzt hat er fuhr dann fort nein bei sir julian gibt's nichts dergleichen sehr wenig gäste abends und immer herren sie gehen in der regel auch immer früh wie der den ich erwähnte banter das ist doch schön mr cummings ich finde nichts ermüdender als aufbleiben zu müssen um die gäste zur tür zu begleiten cummings oh ich habe den besucher nicht hinaus begleitet sir julian brachte ihn selbst so gegen zehn uhr ich hörte den herren gute nacht rufen und dann ging er banter tut sir julian das immer cummings das hängt davon ab wenn er mit den besuchern unten sitzt lässt er sie selbst hinaus wenn er sie oben im arbeitszimmer empfängt klingelt er nach mir banter mit diesem gast saß er also unten cummings ja sir julian machte ihm auf wie ich mich erinnere er arbeitete zufällig gerade in der halle doch da fällt mir ein nachher gingen sie ins arbeitszimmer hinauf das ist komisch ich weiß sie gingen hinauf denn ich trug kohlen in die halle und da hörte ich sie oben außerdem läutete sir julian ein paar minuten später im arbeitszimmer nach mir jedenfalls hörten wir den besucher um zehn gehen oder vielleicht etwas früher er war nicht einmal dreiviertel stunden geblieben aber wie gesagt dann knallten die ganze nacht die türen um drei uhr badete sir julian und um acht wollte er schon sein frühstück haben das ärgert mich wenn ich so reich wäre wie er verflucht noch mal dann würde ich nicht mitten in der nacht an leichen herumfummeln ich wüsste mit meiner zeit besseres anzufangen was mr banter ich brauche von seinen reden nichts mehr zu wiederholen da sie unerfreulich und zusammenhanglos wurden und ich konnte ihn nicht mehr auf die ereignisse vom montagabend zurückbringen es war unmöglich ihn vor drei uhr loszuwerden er fiel mir weinend um den hals und sagte ich sei ein glückspilz und sie wären der richtige herr für ihn er sagte sir julian würde sehr böse auf ihn sein weil er so spät nach hause käme aber sonntagabends habe er frei und wenn es vorwürfe absetzte wollte er kündigen ich glaube es wäre nicht ratsam wenn er das täte denn er ist kein diener den ich mit gutem gewissen empfehlen könnte wenn ich an sir julian freaks stelle wäre es fiel mir auf dass seine absätze etwas schief gelaufen waren als lob für den keller euren lordschaft möchte ich noch hinzufügen dass ich obwohl ich genötigt war eine etwas große quantität sowohl vom cockburn 1868 als auch vom napoleon 1800 zu genehmigen heute morgen kein kopfweh oder sonst welche beschwerden habe in der hoffnung dass eure lordschaft sich in der landluft gut erholen und dass sich die kleine information die ich zu erlangen vermochte als befriedigend erweisen wird verbleibe ich mit untertänigsten grüßen an alle angehörigen ihr sehr ergebener mervyn banter wahrhaftig sagte lord peter nachdenklich zu sich selbst manchmal habe ich das gefühl dass mervyn banter sich über mich lustig macht er fuhr auf was gibt's soames ein telegramm milord von parker sagte lord peter und riss das telegramm auf darin stand armenhaus chelsea beschreibung erkannt unbekannter landstreicher vorige woche mittwoch bei verkehrsunfall verletzt starb montag armenhaus auf freaks wunsch gleichen abends ins lukas spital überführt mir rätselhaft parker hurra rief lord peter dessen augen plötzlich blitzten freut mich dass ich parker rätsel aufgebe das verleiht mir selbstvertrauen dadurch fühle ich mich wie sherlock holmes ganz einfach wotzen trotzdem zum kuckuck mit allem es ist eine abscheuliche sache immerhin parker steht vor einem rätsel was ist los fragte der herzog und stand gähnend auf marsch order antwortete lord peter ich muss in die stadt zurück vielen dank für deine gastfreundschaft alter ich fühle mich viel viel besser bin wieder zu allen schandtaten bereit ich wünschte du würdest dich von den polizeigeschichten fernhalten knurrte der herzog es ist so peinlich für mich einen bruder zu haben der sich hervortut tut mir leid gerald ich weiß ich bin ein schlimmer flecken auf dem wappenschild warum heiratest du nicht wirst sesshaft führst ein ruhiges leben und tust etwas nützliches fragte der herzog unbesänftigt weil das einen misserfolg gäbe wie du recht gut weißt versetzte lord peter außerdem fügte er fröhlich hinzu tue ich immerzu etwas nützliches vielleicht brauchst du mich eines tages selbst man kann nie wissen wenn dich einmal jemand erpresst gerald oder wenn deine erste frau unerwartet aus westindien auftaucht wird dir klar werden wie gut es ist einen privatdetektiven der familie zu haben delikate angelegenheiten werden mit takt und diskretion erledigt untersuchungen aller art spezialität scheidungsgründe alle garantie komm jetzt esel sagte lord denver und warf die zeitung heftig in seinen sessel wann willst du den wagen haben fast gleich höre jerry ich nehme mutter mit warum muss sie denn auch hinein verwickelt werden ich brauche ihre hilfe ich finde das unschicklich sagte der herzog die herzogin witwe aber erhob keinen einwand ich kannte sie recht gut als sie noch christine fort war sagte sie warum jungchen weil man ihr eine schreckliche neuigkeit über ihren mann mitteilen muss antwortete lord peter ist er tot ja und sie muss ihn identifizieren die arme christine unter sehr abstoßenden umständen mutter ich komme mit dir jungchen vielen dank mutter du bist ein prachtkerl hast du etwas dagegen sofort deine sachen zusammen zu packen und gleich mit mir zu fahren ich erzähle dir alles unterwegs mr parker ein getreuer jedoch ungläubiger thomas hatte sich pflichtschuldigst seines medizinstudenten versichert eines großen jungen mannes gleich einem überstreckten welpen mit unschuldigen augen und sommersprossigem gesicht er saß auf dem sofa vor lord peters kaminfeuer in der bibliothek gleichermaßen verwirrt durch seinen auftrag seine umgebung und das getränk welches er in sich aufnahm sein gaumen ob zwar ungeschult war natürlich gut und er war sich darüber klar dass es frevel gewesen wäre diese flüssigkeit einfach als alkoholisches getränk zu bezeichnen diesen ausdruck benutzte er gewöhnlich für billigen whisky nachkriegsbier oder ein zweifelhaftes glas claret in einem restaurant in soho dies war etwas außerhalb seiner normalen erfahrung ein genius in einer flasche der man namens parker den er am vergangenen abend zufällig in der wirtschaft an der ecke der prince of wales road kennengelernt hatte schien ein guter kerl zu sein er hatte darauf bestanden ihn zu seinem freund mitzunehmen der prächtig am piccadilly wohnte parker war ganz verständlich er hielt ihn für einen staatsbeamten oder vielleicht irgendeinen geschäftsmann dieser freund hingegen war rätselhaft erstens einmal war es ein lord und sein anzug war gewissermaßen ein vorwurf für die welt im allgemeinen er redete den tollsten unsinn aber auf verwirrende weise er schöpfte einen scherz nicht aus sondern machte ihn leicht hin sozusagen im vorbeigehen und schaltete auf etwas anderes um ehe man eine entgegnung bereit hatte er hatte einen wahrhaft grässlichen diener die sorte von der man in büchern liest der einem mit seiner stummen kritik das mark in den knochen gefrieren ließ parker schien die anspannung gut zu ertragen und deshalb stieg parker in der achtung er musste an den umgang mit dem großen mehr gewöhnt sein als man nach seinem aussehen gedacht hätte man fragte sich was der teppich gekostet haben mochte auf dem parker achtlos zigarrenasche verstreute der vater war tapezierer mr piggott von der firma piggott piggott in liverpool und man verstand genug von teppichen um zu wissen dass man bei diesem den preis nicht einmal erraten konnte wenn man den kopf auf dem üppigen seidenkissen im sofa winkel bewegte verspürte man den wunsch man hätte sich öfter und sorgfältiger rasiert das sofa war ein ungeheuer trotzdem schien es kaum groß genug einen menschen zu fassen dieser lord peter war nicht sehr groß ja er war eher ein kleiner mann aber er wirkte nicht klein er sah richtig aus er vermittelte einem das gefühl dass es ordinär wäre 1 86 zu sein aber alle verhielten sich sehr anständig niemand sagte etwas das man nicht verstand oder rümpfte die nase ringsum auf den gestellen standen erschreckend tiefsinnig aussehende bücher und man hatte in einen dante band geblickt der auf dem tisch lag aber der gastgeber sprach ganz vernünftig und normal über die bücher die man selbst las gute liebes geschichten und kriminal romane deren hatte man eine menge gelesen so dass man sich darüber äußern konnte und die anderen hörten zu was man zu sagen hatte obwohl lord peter auch eine sonderbare art hatte über bücher zu reden als ob der autor sich ihm vorher anvertraut und ihm erzählt hätte wie die geschichte zusammengesetzt war und welchen teil er zuerst geschrieben hatte das erinnerte an die art und weise wie der alte freak eine leiche in bestandteile zerlegte was ich ging die detektiv geschichten einzuwenden habe sagte mr piggott das ist die fähigkeit der leute sich an jedes kleine bisschen zu erinnern das sie in den letzten sechs monaten erlebt haben sie wissen immer über die tageszeit bescheid ob es geregnet hat oder nicht und was sie an dem und dem tage getrieben haben sie haspeln es ab wie ein gedicht im wirklichen leben geht es aber nicht so zu finden sie nicht auch lord peter lord peter lächelte und der junge piggott den sogleich verwirrung ergriff wandte sich an seinen älteren bekannten sie wissen was ich meine parker also ein tag gleicht dem anderen so sehr dass ich bestimmt nicht mehr wüsste na schön ich kann mich vielleicht an gestern erinnern aber ich wüsste sicher nicht mehr was ich vorige woche getan habe und wenn ich deshalb erschossen würde ja stimmte parker zu und die aussagen bei der einvernahme klingen ebenso unmöglich in wirklichkeit geht es ja auch nicht so zu ich meine ein mensch sagt nicht einfach vorigen freitag ging ich um zehn uhr ein kalbs kotelett kaufen als ich in die mortimer street ein buch sah ich ein etwa 22 jähriges junges mädchen mit schwarzem haar und braunen augen bekleidet mit grünem pullover kariertem rock strohhut und schwarzen schuhen auf einem royal sunbeam fahrrad mit ungefähr 15 stunden kilometer geschwindigkeit bei der st simons kirche auf der falschen straßenseite zum marktplatz fahren darauf läuft es zum schluss natürlich hinaus aber das wird durch eine reihe von fragen allmählich hervorgeholt und in knapp gefassten romanen muss es in tatsachenform dargestellt werden fiel lord peter ein weil der wahre dialog zu lang und verwickelt wäre und niemand hätte die geduld das zu lesen schriftsteller müssen an ihre leser denken ja sagte mr piggott aber ich wette die meisten leute hätten allerhand mühe sich zu erinnern auch wenn man sie befragt mir würde es so gehen allerdings bin ich ein bisschen langsam im kopf doch das sind schließlich die meisten nicht wahr sie wissen schon was ich meine zeugen sind keine detektive sie sind einfach durchschnittsidioten wie sie und ich ganz recht antwortete lord peter und lächelte als die bedeutung des letzten satzes dem unglückseligen frevler aufging sie meinen wenn ich sie ganz allgemein fragen würde was sie sagen wir heute vor einer woche getan haben dann könnten sie es mir nicht so ohne weiteres sagen sicher nicht mr piggett überlegte ich war im spital wie gewöhnlich glaube ich und da es ein dienstag war hatte ich wohl irgendeine vorlesung verflixt ich weiß nicht welche und abends ging ich mit tommy pringle aus nein das muss am montag gewesen sein oder war es mittwoch ich sage ihnen ich könnte nichts beschwören sie tun sich selber unrecht erwiderte lord peter ernst ich bin überzeugt sie wissen zum beispiel noch was sie an dem tage im sezier saal gemacht haben himmel nein bestimmt nicht das heißt vielleicht fällt es mir ein wenn ich lange nachdenke aber ich könnte es nicht vor gericht beschwören ich wette mit ihnen um eine halbe krone gegen sechs pence dass es ihnen in fünf minuten einfällt sagte lord peter ich kann es sicher nicht wir werden ja sehen führen sie buch über ihre sezier arbeit notizen zeichnungen oder etwas ähnliches oh ja denken sie daran was war ihre letzte eintragung das ist leicht weil ich sie erst heute vormittag machte es waren bein muskeln aha wen sezierten sie eine alte frau die an pneumonie gestorben war aha blättern sie in gedanken ihr heft zurück was kam davor auch einige tiere immerzu beine ich befasse mich augenblicklich mit den motorischen muskeln ja da war cunninghams demonstration über vergleichende anatomie es gelang mir einiges mit einem hasen und einem froschbein und mit den rudimentär beinen einer schlange aha an welchem tag hält mr cunningham vorlesung freitags freitag also blättern sie weiter zurück was kam davor mr piggett schüttelte den kopf fangen ihre beinzeichnungen auf einer rechten oder auf einer linken seite an sehen sie die erste zeichnung vor sich ja ja ich sehe das datum oben es ist ein schnitt eines froschbeins auf der rechten seite aha denken sie an das aufgeschlagene heft was ist gegenüber das erforderte einige geistige konzentration etwas rundes farbiges richtig eine hand aha sie kamen von den hand und armmuskeln zu bein und fußmuskeln ja das stimmt ich habe eine ganze reihe von armzeichnungen gemacht aha haben sie sie am donnerstag gemacht nein donnerstags bin ich nie im sezier saal vielleicht am mittwoch ja ich muss sie am mittwoch gemacht haben das stimmt ich ging in den sezier saal nachdem wir am morgen die tetanus patienten gesehen hatten ich machte sie am mittwochnachmittag ich weiß noch ich ging zurück weil ich sie beenden wollte ich arbeitete sehr angespannt ganz allein daher weiß ich es noch sie gingen zurück um die arbeit zu beenden wann hatten sie sie denn angefangen am tag vorher am tag vorher das war am dienstag nicht ich habe nicht mehr nachgezählt ja der tag vor mittwoch ja dienstag aha waren es männer oder frauen arme oh männer arme aha vorigen dienstag heute vor einer woche haben sie im sezier saal den arm eines mannes seziert sech 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 pence war war haftig warten sie einen augenblick sie wissen noch viel mehr sie haben keine ahnung wie viel sie wissen sie wissen auch was für ein mann es war ich sah ihn gar nicht ganz verstehen sie ich kam damals etwas verspätet wie ich mich erinnere ich hatte mir eigens einen arm erbeten weil ich in armen etwas schwach war und Wurz das ist der Wärter hatte mir versprochen mir einen aufzuheben aha sie kamen zu spät und ihr arm wartete auf sie sie sezierten ihn nahmen ihre schere und schlitzten die haut auf und klammerten sie zurück war es junge straffe haut oh nein nein gewöhnliche haut glaube ich mit dunklen haren ja das stimmt aha ein magerer sehniger arm vielleicht ohne Fett oh nein darüber ärgerte ich mich ein wenig ich wollte einen guten muskulösen arm haben aber er war ziemlich armselig entwickelt und das Fett war mir im Wege aha ein Mann mit sitzender Lebensweise der keine manuelle Arbeit geleistet hat das ist richtig sie sezierten zum Beispiel die Hand und machten eine Zeichnung davon schwielen wären ihnen wohl aufgefallen davon war nichts vorhanden aber würden sie sagen dass es der Arm eines jungen Mannes war festes junges fleisch und lockere gelenke nein nein alt und senig und senig vielleicht nein von mittlerem alter rheumatisch ich meine in den gelenken hatte sich kalk abgelagert und die finger waren etwas geschwollen aha ein etwa fünfzig jähriger Mann da herum arbeiteten noch andere studenten an derselben leiche oh ja und sie machten wohl alle die üblichen witze darüber ich nehme es an oh ja sie erinnern sich an einige wer ist bei ihnen der witzbold tommy pringle was machte tommy pringle das weiß ich nicht mehr wo arbeitete tommy pringle drüben beim instrumentenschrank im abschnitt c stellen sie sich tommy pringle dort vor piggott lachte jetzt weiß ich es wieder tommy pringle sagte der alte bo warum nannte er ihn einen bo das weiß ich nicht ich weiß aber dass er ihn so nannte vielleicht sah er so aus sahen sie seinen kopf nein wer hatte denn den kopf ich weiß nicht doch der alte freak sackte den kopf selbst ein und der kleine bounce able binz war deshalb wütend weil man ihm einen kopf versprochen hatte den er bei scrooger vornehmen wollte ich verstehe was macht er sir julian mit dem kopf er rief uns zu sich und ließ eine rede vom stapel über spinal hämorrhämorrhagie und nerven läsionen aha kehren wir zu tommy pringle zurück tommy pringles scherz wurde wiederholt nicht ohne einige verlegenheit war das alles nein der student der mit tommy zusammen arbeitete sagte so etwas käme von völlerei vermutlich interessierte sich tommy pringles kollege für den verdauungstrakt ja und tommy sagte wenn er wüsste dass man im armen haus so ernährt wurde ging er auch dorthin der mann war also ein armer schlucker aus dem armen haus nun das muss er wohl gewesen sein nehme ich an sind die armen haus insassen gewöhnlich dick und wohl genährt ach nein wenn ich es mir überlege in der regel nicht tommy pringle und seinem Freund armen hausleichen unterschied ja und wenn der verdauungstrakt für diese herren so unterhaltsam war dann war das objekt wohl kurz nach einer üppigen mahlzeit gestorben ja oh ja das muss er wohl nicht wahr ach ich weiß nicht sagte laut peter das schlägt ja in ihr gebiet sie würden es aber nach dem was ihre Kollegen sagten annehmen oh ja zweifellos sie würden zum beispiel solche bemerkungen nicht erwarten wenn der man lange krank gewesen und mit krankensuppen ernährt worden wäre natürlich nicht da sehen sie wie viel sie in wirklichkeit von ihm wissen vorigen dienstag sezierten sie die armen muskeln eines rheumatischen juden mittleren alters der eine sitzende lebensweise hatte kurz nach einer schweren mahlzeit gestorben ist und zwar infolge einer verletzung die spinal hämorragie und nerven läsionen hervorrief und angeblich aus dem armen haus kam ja könnten sie einen eid auf diese tatsachen leisten wenn es nötig wäre nun ja wenn man es so nimmt könnte ich das wohl natürlich könnten sie es mr pigget saß eine weile in gedanken versunken hören sie sagte er schließlich das wußte ich tatsächlich alles wie oh ja sie wußten es wie sokrates sklave wer ist das eine gestalt in einem buch das ich einmal als kind las oh kommt er in den letzten tagen von pompeji vor nein in einem anderen buch sie kennen es wahrscheinlich nicht das ist ziemlich langweilig ich las als kind nicht sehr viel außer indianerbüchern ich habe also ein recht gutes gedächtnis nicht wahr sie haben ein besseres gedächtnis als sie sich selbst zutrauen warum kann ich mir dann all das medizinische zeug nicht merken da ist mein kopf wie ein sieb tja warum geht das nicht erwiderte laut peter der vor dem kamin stand und lächelnd seinen gast betrachtete nun ja sagte der junge man die professoren die uns prüfen stellen nicht auf die gleiche weise fragen wie sie nein nein sie überlassen das erinnern uns allein und das ist ekelhaft schwer gar kein anhaltspunkt verstehen sie aber sagen sie woher wussten sie eigentlich dass tommy pringle unser witzbold ist und das ich wusste es gar nicht sie sagten es mir aber woher wussten sie dass er überhaupt da war als sie fragten ich meine Mr. Piggott verwirrte sich durch Einflüsse die mit seinem eigenen Verdauungstrakt zusammenhingen sind sie eigentlich sehr schlau oder bin ich sehr dumm nein nein erwiderte laut Peter ich stelle immer so dumme Fragen dass jeder denkt ich müsste damit etwas besonderes meinen das war zu verwickelt für Mr. Piggott macht nichts beschwichtigte Parker er ist immer so sie müssen es nicht beachten er kann nichts dafür das ist eine vorzeitige Senilität die man bei alten Geschlechtern oft beobachtet gehen sie und spielen sie uns die drei Groschen Oper vor oder sonst etwas das genügt was sagte Lord Peter als der beglückte Mr. Piggott nach einem wirklich genussvollen Abend gegangen war ich fürchte antwortete Parker aber es dünkt mich fast unglaublich es gibt nichts unglaubliches in der menschlichen Natur sagte Lord Peter wenigstens nicht beim gebildeten Menschen haben sie den exhumierungs befehl ich bekomme ihn morgen ich wollte mich mit den leuten vom armen haus für morgen nachmittag verabreden ich muss erst mit ihnen sprechen da haben sie recht ich werde meiner Mutter bescheid sagen es geht mir wie ihnen wem sie mir gefällt diese Arbeit nicht mir gefällt sie jetzt viel besser sind sie wirklich sicher dass sie sich nicht irren gott parker parker starrt ihn an glauben sie dass man mich überfallen wird ich halte es für sehr wahrscheinlich ist jemand auf der straße jetzt nicht vor einer halben stunde war jemand da als der richtigen spur bin gehen sie meinetwegen aber sagen sie nicht ich hätte sie nicht gewarnt mit meinem letzten atemzug werde ich einen brief diktieren dass ich überzeugt war gehen sie aber nicht zu fuß nehmen sie ein taxi gut das will ich tun und lassen sie niemand einsteigen nein es war eine raue unfreundliche nacht ein taxi setzte nebenan eine ladung leute ab die aus dem theater zurückkehrten und parker sicherte sich den wagen er wollte dem chauffeur gerade seine adresse angeben als ein herr hastig aus einer seiten straße herbeige eilt kam er war in frack und überzieher er winkte heftig sir sir du meine güte das ist ja mr parker was für ein glück würden sie so freundlich sein wurde aus dem club weggerufen ein kranker freund wenn ich mit ihnen das taxi teilen durfte sie fahren doch nach bloomsbury ich muss zum russell square wenn ich mich erkühnen darf es geht um leben und tot er sprach mit abgehacktem keuchen als ob er schnell und weit gelaufen wäre parker stieg prompt aus dem wagen aus taxi ich selbst will zur graven street aber ich habe keine eile bitte benutzen sie den wagen das ist sehr liebenswürdig von ihnen erwiderte der arzt ich schäme mich geht in ordnung fiel parker fröhlich ein ich kann warten er half freak in das taxi welche nummer russell square 24 chauffeur und fahren sie bitte schnell der wagen fuhr ab parker stieg wieder die treppe danke alter freund sagt er ich möchte doch hier übernachten treten sie ein sagte whimsy haben sie das gesehen fragte parker ich sah etwas was war eigentlich los parker schilderte sein erlebnis offen gestanden schloss er ich hielt sie für ein bisschen verrückt aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher peter lachte gesegnet sind die die nicht gesehen und dennoch geglaubt haben banter mr parker übernachtet bei uns hören sie wimsy schauen wir uns die sache noch einmal an wo ist der brief lord peter brachte banters bericht in dialog form herbei parker las ihn eine weile schweigend wissen sie wimsy mir widerstrebt dieser gedanke zu innerst mir auch alter freund darum möchte ich ja unseren chelsea landstreicher ausgraben aber bringen sie nur ihre einwände vor also ich maße mir keineswegs an alle offenen fragen beantworten zu können aber wir haben zwei geheimnisvolle vorfälle in einer nacht und eine lückenlose kette die beide miteinander verbindet und zwar durch eine bestimmte person es ist grausig aber nicht undenkbar ja das alles weiß ich es sind aber auch ein paar ganz entschiedene steine des anstoßes vorhanden gewiss doch passen sie auf einerseits verschwand levy nachdem er zuletzt um neun uhr auf der suche nach der prince of wales road gesehen worden war am folgenden morgen um acht uhr wurde ein toter der ihm im großen ganzen nicht unähnlich war in einem badezimmer der queen caroline mansions gefunden levy wollte wie freak selbst zugegeben hat freak aufsuchen durch das armen haus in chelsea haben wir erfahren dass ein toter an diesem tage freak übergeben wurde wir haben levy mit einer vergangenheit und keiner zukunft einen unbekannten landstreicher mit einer zukunft auf dem friedhof und keiner vergangenheit und freak steht zwischen zukunft und vergangenheit der beiden das sieht ganz richtig aus ja nun weiter freak hat ein motiv levy loszuwerden alte eifersucht sehr alt kein sehr starkes motiv so etwas ist schon vorgekommen sie meinen wohl alte eifersucht könnte nicht 20 jahre lang wach bleiben die primitive brutale eifersucht vielleicht nicht aber die verletzte eitelkeit wurmt weiter die demütigung nagt und wir haben alle eine empfindliche Stelle die keine berührung verträgt ich habe sie und sie haben sie jeder Mann ist verletzlich wenn er als Mann verschmäht wird die enttäuschung nimmt man hin aber die demütigung nicht ich kannte einmal einen Mann der von seiner verlobten verletzt worden war er sprach recht nett von ihr ich fragte ihn was aus ihr geworden sei und sagt er sie hat den anderen geheiratet und dann platzte er heraus konnte sich nicht mehr halten himmel ja wenn ich daran denke wegen eines schotten den laufpass zu erhalten ich weiß nicht was er gegen die schotten hatte aber das war für ihn der stachel schauen sie sich freak an ich habe seine bücher gelesen er greift seine Gegner wild an dabei ist ein wissenschaftler aber er kann keine opposition ertragen nicht einmal bei seiner arbeit auf einem gebiet also wo jeder bedeutende man höchst vernünftig und großzügig ist glauben sie er könnte es hinnehmen auf einem neben gebiet von einem anderen geschlagen zu werden auf dem empfindlichsten neben gebiet des mannes da sind die menschen besonders von sich eingenommen und hartnäckig ich anzweifelt und levy der vor 20 jahren ein niemand war bricht ein und entführt freaks schatz vor dessen nase es ist nicht die frau deren wegen freaks sich grämt sondern die tatsache dass er der aristokrat von einem kleinen jüdischen niemand ausgestochen worden ist noch etwas freak hat noch ein neben gebiet er liebt das verbrechen in seinem kriminologischen Buch befasst er sich mit einem abgebrühten mörder ich habe es gelesen und mir ist die bewunderung zwischen den zeilen aufgefallen so oft er über ein abgefeimtes mit erfolg verübtes verbrechen schreibt er spart seine verachtung sich viel viel besser freak lässt sich von den üblichen gewissensbissen nicht anfechten davon zeugen seine eigenen bücher nun zurück der mann der levis stelle einnahm kannte das haus freak kannte das haus er war rothaarig kleiner als levy aber nicht sehr viel kleiner da er levy kleider tragen konnte ohne lächerlich zu wirken sie haben freak gesehen sie kennen seine größe etwa 1,63 schätze ich und seine rot braune mähne wahrscheinlich trug er die gummihandschuhe eines arztes freak ist arzt es war ein methodischer kühner man chirurgen müssen sowohl methodisch als auch kühn sein betrachten sie nun die andere seite der man der die bettas leiche bei tipps ablieferte musste zugang zu leichen haben er musste sich auf die schnelle kaltblütige behandlung einer leiche verstehen all das trifft auf chirurgen zu er musste stark sein um den toten über die dächer in tipps badewanne zu schaffen freak verfügt über bärenkräfte und ist mitglied des alpenclubs wahrscheinlich trug er gummihandschuhe und ließ die leiche mittels einer bandage vom dach hinunter auch das weist auf einen arzt hin zweifellos wohnte der täter in der dortigen gegend das eine dienstmädchen mit dem sie sprachen hörte auf dem dach des letzten hauses in der reihe einen bumms das ist das haus neben freak von welcher seite wir freak auch betrachten immer führt er uns irgendwo hin während milligan thipps grimplesham und alle anderen die wir mit unserem verdacht beehrt haben nirgends hin führen ja aber es ist nicht ganz so einfach wie sie meinen was machte levy auf diese heimliche weise bei freak am montag abend da haben sie ja freaks erklärung unsinn wem sie sie sagten selbst das genügt nicht ausgezeichnet es genügt nicht folglich hat freak gelogen und wieso lügt er wenn er keinen grund hat die wahrheit zu verbergen aber wozu erwähnt er es dann überhaupt weil levy entgegen aller erwartung an der ecke der straße gesehen worden ist das war für freak ein unangenehmer zufall er hielt es für das beste mit einer erklärung zuvor zu kommen er rechnete natürlich damit dass niemand levy mit bettersea park in verbindung bringen würde wir kommen also zur ersten frage zurück warum ging levy dorthin das weiß ich nicht aber er muss einen grund gehabt haben warum kaufte freak all die peruanischen öl aktien das weiß ich nicht antwortete parker seinerseits jedenfalls erwartete freak ihn vorwimsel fort und traf vorbereitungen ihn selbst einzulassen sodass cummings den besucher nicht sah der besucher ging aber um zehn uhr fort oh charles das hätte ich nicht von ihnen gedacht das ist ja die reinste saggerei wer sah ihn fortgehen jemand sagte gute nacht und ging die straße hinunter und sie glauben dass es levy war weil freak sich nicht die mühe gab zu erklären er wäre es nicht gewesen meinen sie freak wäre fröhlich nach park lane gegangen und hätte levy zurückgelassen tot oder lebendig so dass cummings ihn finden konnte wir haben cummings wort das dem nicht so war nachdem sich die schritte vom hause auf für die nacht abzuschließen dann das haus wird wohl eine seitentür haben nehme ich an sie wissen ja dass man von dort ins spital gelangt cummings sagte es ihnen nun ja und wo war levy levy ging in das arbeitszimmer hinauf und kam nie mehr hinunter sie waren in freaks arbeitszimmer wo hätten sie ihn versteckt nebenan im schlafzimmer dann hat freak ihn dort versteckt aber wenn cummings hineingegangen wäre um das bett zurecht zu machen betten werden vor zehn uhr von der haushälterin zurecht gemacht ja aber cummings hörte freak die ganze nacht im haus er hörte ihn zwei dreimal aus und eingehen das war für ihn nichts neues soll das heißen dass freak die ganze arbeit vor drei uhr nacht erledigt hatte warum nicht schnelle arbeit nun nennen sie es schnelle arbeit außerdem wieso um drei uhr cummings sah ihn erst wieder als freak um acht uhr sein frühstück haben wollte aber aber er nahm um drei ein bad ich behaupte nicht dass er nicht vor drei von park lane zurück kam aber ich nehme nicht an dass cummings durchs schlüsselloch guckte um zu sehen ob freak im bad war parker überlegte wieder und was ist mit krimpleshams kneifer fragte er dann das ist ein bisschen geheimnisvoll räumte lord peter ein und warum tipps badezimmer tja warum reiner zufall vielleicht oder reine teufelei glauben sie wimsy dass dieser ganze verwickelte plan in einer nacht ausgeheckt werden konnte mit nichten er wurde geschmiedet als der mann der eine oberflächliche ähnlichkeit mit levy hatte in das armen haus kam es blieben freak mehrere tage ich verstehe freak verriet sich beim verhör er und grimbold waren in bezug auf die krankheitsdauer verschiedener meinung wenn ein kleiner mann wie grimbold im verhältnis gesehen gegenüber einem manne wie freak eine andere ansicht zu äußern wagt fühlt er sich seiner sache sicher dann hat freak wenn ihre theorie stimmt einen fehler gemacht ja einen leichten er hütete sich mit unnötiger vorsicht in irgendeinem kopf sagen wir im kopf des armen hausarztes einen gedankengang zu wecken bis dahin hat er mit der tatsache gerechnet dass die menschen kein zweites mal über etwas nachdenken sagen wir über eine leiche dem schon einmal rechnung getragen worden ist wodurch hat er den kopf verloren durch eine kette unvorhergesehener zufälle levy ist erkannt worden meiner muttersohn hat törichterweise durch ein inserat in der times seine beziehung zu der better sea seite des geheimnisses bekannt gegeben inspektor parker dessen bild in letzter zeit von der presse hervorgehoben wurde sprach während der untersuchung mit der herzogin von denver sein lebensziel bestand darin zu verhindern dass die beiden seiten des rätsels miteinander verkettet würden und da waren zwei glieder buchstäblich nebeneinander viele verbrecher verderben sich alles durch über vorsicht parker spieg der tote in der badewanne cd 5 eine richtige erbsensuppe wahrhaftig sagte lord peter parker knurrte und kämpfte sich gereizt in seinen mantel es gibt mir die größte befriedigung mit verlaub zu sagen fuhr der edle lord fort dass bei einer zusammenarbeit wieder unseren alle uninteressante und unangenehme alltagsarbeit von ihnen erledigt wird parker knurrte wieder glauben sie dass sie bei der verhaftung schwierigkeiten haben werden fragte lord peter parker knurrte zum dritten mal sie haben doch wohl dafür gesorgt dass die ganze sache geheim gehalten wird selbstverständlich haben sie die leute im armen haus zum schweigen verpflichtet selbstverständlich auch die polizei ja sonst wäre wahrscheinlich niemand zu verhaften mein lieber will sie halten sie mich für einen dumm kopf eine solcher mir die größte befriedigung mit verlaub zu sagen fuhr der edle lord fort dass bei einer zusammenarbeit wieder unseren alle uninteressante und unangenehme alltagsarbeit von ihnen erledigt wird parker knurrte wieder glauben sie dass sie bei der verhaftung schwierigkeiten haben werden fragte lord peter parker knurrte zum dritten mal sie haben doch wohl dafür gesorgt dass die ganze sache geheim gehalten wird selbstverständlich haben sie die leute im armen haus zum schweigen verpflichtet selbstverständlich auch die polizei ja sonst wäre wahrscheinlich niemand zu verhaften mein lieber will sie halten sie mich für einen dummkopf kämpfte sich gereizt in seinen mantel es gibt mir die größte befriedigung mit verlaub zu sagen fuhr der edle lord fort dass bei einer zusammenarbeit wie der unseren alle uninteressante und unangenehme alltagsarbeit von ihnen erledigt wird parker knurrte wieder glauben sie dass sie bei der verhaftung schwierigkeiten haben werden fragte lord peter parker knurrte zum dritten mal sie haben doch wohl dafür gesorgt dass die ganze sache geheim gehalten wird selbstverständlich haben sie die leute im armen haus zum schweigen verpflichtet selbstverständlich auch die polizei ja sonst wäre wahrscheinlich niemand zu verhaften bekundigen händen beim kamin saß ein militärisch wirkender junger mann von ungefähr lord peters alter sein gesicht war frühzeitig gefurcht und abgezehrt er hielt sich kerzengerade seine rastlosen augen sprangen beim geringsten geräusch in die betreffende richtung auf dem sofa hatte eine ältere frau von bescheidenem äußeren mit einem jungen mädchen platz genommen das mädchen machte einen teilnahmslosen und unglücklichen eindruck der blick der frau verriet tiefe zuneigung und von einer schüchternen hoffnung gedämpfte sorge neben lord peter war eine jüngere frau mit einem kleinen mädchen bei beiden fielen lord peter die breiten backenknochen und die schönen grauen leicht geschlitzten augen der slaven auf das kind das sich unruhig umherbewegte trat auf lord peters lackschuh bekleideten zeh und die mutter ermahnte es auf französisch ehe sie sich bei lord peter entschuldigte mais je vous en prie sagte er es macht nichts sie ist nervös pauvre petit sagte die junge frau lassen sie sie behandeln ja er ist wundervoll der doktor stellen sie sich vor monsieur das arme ding kann nicht vergessen was es erlebt hat sie beugte sich näher damit das kind sie nicht hörte wir sind vor einem halben jahr dem hungertod in russland entronnen ich wage es ihnen nicht zu erzählen sie ist so hellhörig dann das schreien das zittern die krämpfe alles fängt wieder an wir waren skelette als wir hier ankamen mon dieu aber das ist jetzt besser schauen sie wie dünn sie ist aber sie ist nicht verhungert sie wäre schon dicker wenn die nervosität sie nicht vom essen abhalten würde wir erwachsenen können vergessen aber diese kinder wenn man jung ist monsieur tout ça impression trop lord peter entran der knechtschaft der englischen guten form und drückte sein mitgefühl in der sprache aus die nicht zu stummheit verurteilt ist es geht ihr aber schon viel viel besser sagte die mutter stolz der großartige doktor wirkt wunder c'est un homme précieux bemerkte lord peter ah monsieur c'est un saint qui opère des miracles nous prions pour lui natacha et moi tous les jours n'est pas chérie und denken sie monsieur das tut er alles ce grand homme ganz unentgeltlich als wir herkamen hatten wir nicht einmal kleider am leibe wir waren ruiniert ausgehungert et avec ça que nous sommes de bonne famille mais hélas monsieur en Russie comme vous savez ça ne vous vôque des insultes des atrocités enfin als der bedeutende Sir Julian uns sah sagte er Madame ihr Töchterchen ist für mich sehr interessant widersprechen sie nicht ich behandle die kleine umsonst pour ses beaux yeux a tille ajouté un rien ah monsieur c'est un saint un véritable saint und natacha geht es schon viel viel besser Madame je vous en félicite und sie monsieur sie sind jung kräftig wohl aussehend sie haben auch ein leiden es ist vielleicht noch vom krieg kleine nachwirkungen eines nervenzusammenbruches durch verschüttung erklärte lord peter so viele prächtige tapfere junge männer sir julian kann ein paar minuten erübrigen milord wenn sie jetzt kommen wollen sagte der diener lord peter verbeugte sich vor seiner nachbarin und ging durch das wartezimmer als als sich die tür des sprechzimmers hinter ihm schloss musste er daran denken dass er einmal verkleidet das zimmer eines deutschen stabsoffiziers betreten hatte er wurde von demselben gefühl überwältigt von dem gefühl in einer falle gefangen zu sein und einem gemisch von herausfordernder tapferkeit und scham er hatte sir julian freak mehrmals von weitem gesehen doch nie von nahem während er nun sorgfältig und wahrheitsgetreu die umstände seines letzten nervenanfalls in allen einzelheiten schilderte betrachtete er den mann der davor ihm saß der mann war größer als er selbst hatte ungeheuer breite schultern wunderschöne hände ein gut geschnittenes leidenschaftsloses unmenschliches gesicht mit fanatischen zwingenden hellblauen augen zwischen dem rötlichen gewirr von haar und bart es waren nicht die kühlen und gütigen augen des hausarztes es waren die brütenden augen des befeuerten wissenschaftlers die den anderen durchbohrten naja dachte lord peter ich brauche jedenfalls nicht ausführlich zu sein ja sagt er sir julian ja sie haben sich überarbeitet haben sich den kopf überanstrengt ja vielleicht mehr als das haben sich den kopf verwirrt wollen wir so sagen ich sah mich vor einem sehr aufregenden vorfall ja unerwartet vielleicht ganz unerwartet in der tat ja im Anschluss an eine zeit geistiger und körperlicher anspannung je nun vielleicht nichts ungewöhnliches ja dieser unerwartete vorfall betraf er sie persönlich er forderte eine sofortige entscheidung in bezug auf meine handlungen ja in diesem sinne war es gewiss etwas persönliches ach so sie mussten zweifellos eine verantwortung auf sich nehmen eine sehr ernste verantwortung betrifft sie außer ihnen noch andere sie betrifft einen menschen ganz wesentlich und sehr viele andere indirekt aha es war nachts saßen sie im dunkel zuerst nicht ich glaube ich machte das licht nachher aus richtig diese handlung drängte sich ihnen natürlich auf hatten sie es warm ich glaube das feuer war ausgegangen mein diener sagte mir meine zähne hätten geklappert als ich zu ihm kam aha sie wohnen am piccadilly ja da haben sie manchmal nachts wohl starken verkehrslärm oh häufig ganz recht nun dieser entschluss den sie erwähnten sie waren zu einer entscheidung gekommen ja sie waren aufgeregt oh ja sie hatten beschlossen etwas zu unternehmen ja ja dazu gehörte vielleicht eine zweite untätigkeit verhältnismäßiger untätigkeit ja der spannung können wir sagen ja entschieden der spannung möglicherweise der gefahr ich weiß nicht ob ich damals daran dachte nein es ging um etwas wobei sie vielleicht gar nicht an sich selbst dachten wenn sie so ausdrücken wollen ganz recht ja hatten sie diese anfälle 1918 oft ja ich war einige monate sehr krank aha seitdem kamen sie weniger häufig viel seltener wann war der letzte ungefähr vor neun monaten unter was für umständen ich sorgte mich wegen bestimmter familienangelegenheiten es handelte sich darum einige anlagen zu entscheiden und ich hatte eine große verantwortung aha sie waren voriges jahr glaube ich an einer polizeilichen untersuchung beteiligt ja an der auffindung von lord attenborough smaragd halsband das erforderte wohl starke geistige tätigkeit ich glaube ja aber es machte mir viel spaß aha hatte die lösung des problems irgendwelche böse körperliche folgen nein sie waren interessiert aber nicht unglücklich das stimmt hatten sie noch mit anderen untersuchungen dieser art zu tun ja mit unbedeutenden war das nachteilig für ihre gesundheit kein bisschen im gegenteil für mich bildeten diese fälle gewissermaßen eine zerstreuung ich hatte gleich nach dem krieg ein böses erlebnis wodurch die sache für mich nicht besser wurde müssen sie wissen oh sie sind nicht verheiratet nein aha gestatten sie mir eine untersuchung kommen sie bitte etwas näher ans licht ich möchte ihre augen sehen wer hat sie bis jetzt behandelt sir james hodges ah ja sein tod war ein trauriger verlust für die medizin ein wirklich großer mann ein echter wissenschaftler ja danke jetzt möchte ich diese kleine erfindung bei ihnen ausprobieren wozu ich erfahre dadurch etwas über ihre nervösen reaktionen wollen sie sich bitte hierher setzen die untersuchung die nun folgte war rein medizinischer art als sie beendet war sagte Sir Julian also lord peter ich will ihnen nun in ganz und fachmännischer sprache aufschluss geben danke sagte peter das ist freundlich von ihnen ich bin ein schrecklicher trottel in bezug auf lange wörter lieben sie private theateraufführungen lord peter nicht besonders antwortete peter der ehrlich überrascht war in der regel sind sie entsetzlich langweilig warum ich dachte sie hätten vielleicht eine vorliebe dafür sagte der spezialist trocken also sie wissen recht gut dass die anspannungen denen sie im krieg ausgesetzt waren ihre spuren bei ihnen zurückgelassen haben sie haben gewissermaßen alte wunden in ihrem gehirn hinterlassen empfindungen die sie durch ihre nerven endungen aufnahmen sandten nachrichten zu ihrem gehirn und riefen dort kleine physische veränderungen hervor veränderungen die wir erst jetzt allmählich wahrnehmen können und zwar nur mit den empfindlichsten instrumenten diese veränderungen bewirken ihrerseits empfindungen oder genauer gesagt diese empfindungen sind die bezeichnungen die wir diesen gewebe veränderungen geben wenn wir sie wahrnehmen wir nennen sie schrecken angst verantwortungsgefühl und so weiter ja ich kann ihnen folgen sehr schön wenn sie nun diese beschädigten stellen in ihrem gehirn wieder reizen besteht die gefahr dass sie die alten wunden aufreißen ich meine wenn sie nervenempfindungen irgendwelche art haben die jene reaktionen hervorrufen die wir schrecken angst verantwortungsgefühl nennen können sie dem alten kanal folgend neue störungen hervorrufen und ihrerseits physische veränderungen bewirken die wir bei den namen nennen wollen die sie gewohnheitsmäßig damit verbinden angst vor deutschen minen verantwortung für das leben ihrer leute angespannte aufmerksamkeit und die unfähigkeit kleine geräusche in dem übertönenden gewehrfeuer zu unterscheiden ich verstehe diese wirkung verstärkt sich durch außergewöhnliche umstände die andere vertraute körperliche empfindungen hervorrufen nacht kälte oder starker straßenlärm zum beispiel ja die alten wunden sind fast verheilt aber nicht ganz die gewöhnliche betätigung ihrer geistigen fähigkeiten hat keine schlechte wirkung das ist nur der fall wenn sie den verletzten teil ihres gehirns reizen ja ich verstehe das müssen sie also vermeiden sie müssen lernen verantwortungslos zu sein lord peter meine freunde finden mich schon jetzt allzu verantwortungslos das glaube ich gern eine empfindsame nervöse natur erscheint oft so wegen ihrer geistigen gewandtheit oh ja ruht diese verantwortung von der sie sprachen immer noch auf ihnen ja haben sie die handlung zu der sie sich entschlossen haben noch nicht hinter sich gebracht nein noch nicht fühlen sie sich gezwungen sie durchzuführen oh ja ich kann jetzt nicht mehr zurück sie erwarten also weitere anspannung eine gewisse menge wird es noch viel länger dauern jetzt nicht mehr sehr lange oh ihre nerven sind keineswegs so wie sie sein sollten nein nein sie brauchen sich nicht zu beunruhigen aber sie müssen auf der hut sein während sie unter dieser spannung stehen und hernach sollten sie vollständig ausruhen wie wäre es mit einer reise zum mittelmeer oder zur südsee oder sonst wohin danke ich will es mir überlegen damit sie die augenblicklichen schwierigkeiten überwinden will ich ihnen etwas zur kräftigung ihrer nerven geben es wird sie nicht auf die dauer heilen verstehen sie aber es wird ihnen über die schlimme zeit hinweg helfen ich werde ihnen auch noch etwas verschreiben vielen dank sir julian stand auf und ging in ein kleines behandlungszimmer nebenan lord peter sah ihn herumgehen etwas auskochen und schreiben nach einer weile kehrte sir julian mit einem rezept und einer spritze zurück hier ist das rezept und jetzt wenn sie bitte ihren ärmel aufkrempeln wollen es ist im augenblick erledigt lord peter krempelte volksam den ärmel auf sir julian freak suchte eine stelle am unterarm aus und rieb sie mit jurt ein was geben sie mir da etwas grässliches der arzt der arzt lachte oh nein er klemmte ein stückchen fleisch zwischen finger und daumen das haben sie sicher schon früher bekommen oh ja sagte lord peter wie gebannt beobachtete er die kühlen finger und die sich nähernde nadel ja ich habe es schon früher bekommen und wissen sie ich habe es gar nicht gern er hatte die rechte hand gehoben und sie packte das handgelenk des arztes wie ein schraubstock die stille war erschreckend die blauen augen zuckten nicht sie blieben starr unter den schweren lidern nach unten gerichtet dann hoben sich die lieder langsam die grauen augen trafen die blauen kalt stetig und hielten sie fest wenn liebende einander umarmen scheint es keinen laut der welt zu geben außer ihrem eigenen atem so atmeten die beiden männer aug in auge wie sie wollen natürlich lord peter sagte sir julian höflich ich bin leider ein dummer esel antwortete lord peter aber ich konnte diese kleinen instrumente nie ertragen einmal stach bei mir eine spritze daneben und da ging es mir sehr schlecht sie machen mich ein bisschen nervös in diesem fall ist es sicher besser wenn sie keine spritze bekommen sagte sir julian dadurch könnten gerade die empfindungen geweckt werden die wir vermeiden wollen nehmen sie also das mittel das ich ihnen verschrieben habe und tun sie alles was in ihren kräften steht um die augenblickliche spannung möglichst zu vermindern oh ja ich werde es leicht nehmen vielen Dank sagte lord peter er rollte seinen Ärmel ordentlich zurück ich bin ihnen sehr verbunden wenn es nicht besser wird komme ich wieder kommen sie kommen sie antwortete sir julian munter nur melden sie sich das nächste mal bitte an ich bin jetzt ziemlich besetzt hoffentlich geht es ihrer frau mutter gut ich sah sie neulich bei der gerichtlichen untersuchung des bettas sie falles sie hätten dabei sein sollen es hätte sie sicher interessiert der böse raue nebel kratzte im halse und trübte die augen man sah die eigenen füße nicht man stolperte über gräber arme leute das gefühl das parkers alter regenmantel den fingern vermittelte war tröstlich man hatte den mantel schon an schlimmeren orten gefühlt man klammerte sich jetzt daran aus furcht getrennt zu werden die menschen die sich vor einem bewegten waren wie gespenster vorsicht sagte eine tonlose stimme aus der gelben dunkelheit hier in der nähe ist ein offenes grab man wandte sich nach rechts und versank in einem frisch aufgeworfenen erdhaufen aufgepasst alter freund sagte parker wo ist lady levy in der leichen halle die herzogin von denver ist bei ihr ihre mutter ist wundervoll peter nicht wahr gab lord peter ein verschwommenes blaues licht das irgendjemand trug winkte weiter vorn und stand still hier sind wir sagte eine stimme zwei dantische gestalten mit heugabeln dreuten empor sind sie fertig fragte jemand gleich sir die dämonen machten sich mit den gabeln wieder an die arbeit nein mit schaufeln jemand nieste parker erkannte den und stellte ihn vor mr levitt vertritt das innenministerium lord peter whimsy wir müssen um entschuldigung bitten dass wir sie an einem solchen tage hinaus bemüht haben mr levitt das gehört das alter freund oh verzeihung mr levitt ich dachte sie wären parker hallo whimsy da sind sie ja noch mehr gräber ein grabstein stand schief ein sprung über den rand schief holz ist nicht zimmer jetzt haben sie die lampe mr wingate danke ja hier auf den tisch bitte geben sie acht dass sie den arm nicht borgen mr levitt es wäre besser glaube ich wenn sie auf diese seite kommen ja ja danke so geht's ausgezeichnet plötzlich warf eine elektrische lampe einen hellen kreis über den tisch dr grimbles bart und brille wurden sichtbar mr levitt putzte sich die nase parker neigte sich näher der leiter des armen hauses spähte über seine schulter der übrige raum lag in dem verzauberten dämmerlicht der gaslampen und des nebels gedämpftes stimmengemurmel alle köpfe beugten sich über die arbeit wieder grimbold jenseits des lampenlichts wir möchten ihnen keinen unnötigen kummer bereiten lady levier wenn sie uns nur sagen wollen worauf wir achten sollen ja ja gewiss gold füllung ja im unterkiefer der vorletzte rechts ja keine zahnlücke was für ein muttermahl ja gerade über der linken brust oh verzeihung gerade darunter blinddarm operation eine lange narbe ja in der mitte ja ich verstehe noch eine narbe am arm ach ich weiß nicht ob wir das feststellen können ja jede kleine konstitutionelle schwäche die möglicherweise oh ja artritis ja danke lady levy das ist ganz klar kommen sie erst wenn ich sie darum bitte nun wingate eine pause ein gemurmel gezogen nach dem tod meinen sie ja das glaube ich auch wo ist dr colgrove sie haben diesen mann im armen haus behandelt erinnern sie sich nein sind sie ganz sicher es darf uns jetzt nämlich kein irrtum unterlaufen nein es liegen gründe vor warum sir julian nicht zugegen sein kann deshalb frage ich sie dr colgrove halten sie das licht bitte etwas näher wingate in diese elenden gebäude dringt der nebel so schnell ein ah was halten sie davon ja das ist ziemlich unmissverständlich nicht wer hat den kopf vorgenommen oh freak natürlich ich wollte schon sagen im st lucas spital leistet man gute arbeit schön nicht wahr dr colgrove ein glänzender chirurg ich sah ihn einmal arbeiten ja das ist zweifellos haben sie ein tuch da sir danke über den kopf bitte hier sollten wir auch noch eins haben nun lady levy möchte ich sie ersuchen sich die narbe anzusehen ob sie sie erkennen ich bin überzeugt dass sie uns helfen werden indem sie die fassung bewahren lassen sie sich zeit sie werden nur das sehen was unbedingt nötig ist lucy bleiben sie bei mir ja mein herz am tisch wurde eine stelle frei das lampenlicht fiel auf das weiße haar der herzogin oh ja oh ja nein es ist kein irrtum möglich da ist diese kleine ulkige schleife in der narbe ich habe sie so oft gesehen ach wo ist die oben nur noch einen augenblick lady levy das muttermal ich ich glaube ja das ist genau die stelle aha und die narbe am arm war sie dreieckig gerade über dem ellbogen ja oh ja ist sie das ja ja ich muss sie endgültig fragen lady levy können sie nach diesen drei besonderen kennzeichen den toten als ihren gatten identifizieren ich muss doch nicht wahr kein anderer könnte sie an genau diesen stellen haben es ist mein Mann es ist ruben ich danke ihnen lady levy sie waren sehr tapfer und hilfsbereit aber ich verstehe es immer noch nicht wie ist er hierher gekommen wer hat so etwas schreckliches getan still meine liebe sagte die herzogin der mann wird bestraft werden aber wie grausam der amel ruben wer konnte ihm böses wollen darf ich sein gesicht sehen nein mein herz sagte die herzogin das ist nicht möglich kommen sie fort sie dürfen die ärzte und die anderen leute nicht stören nein nein sie waren alle so gut ach lucy wir wollen heimfahren christine sie brauchen uns doch nicht mehr herr doktor nein besten dank durchlaucht antwortete doktor grimbold wir sind ihnen und lady levy sehr verbunden daß sie gekommen sind es entstand eine pause während die beiden damen hinaus gingen parker begleitete sie höflich zu ihrem wartenden wagen dann wieder doktor grimbold ich glaube lord peter whimsy sollte es sehen wie richtig seine schlussfolgerungen waren sehr schmerzlich lord peter vielleicht wollen sie sie überzeugen ja bei der gerichtsverhandlung war ich verlegen ja lady levy bemerkenswert klare aussage ja ein grauenvoller fall oh da sind sie ja mr parker sie und lord peter ganz und gar gerechtfertigt verstehe ich recht wirklich ich kann es kaum glauben ein so hervorragender man wie sie sagen wenn ein bedeutender kopf sich dem verbrechen zuwendet ja schauen sie wunderbare arbeit wunderbar natürlich inzwischen etwas verwischt aber die schönsten schnitte hier sehen sie die linke hemisphäre und hier durch das corpus triatum hier wieder das ist die spur der beschädigung durch den schlag wundervoll dachte es mir sah ja die wirkung des schlages oh ich möchte sein gehirn sehen mr parker und zu denken dass himmel lord peter sie ahnen ja nicht was für einen schlag sie der ganzen medizinischen welt damit versetzen der ganzen zivilisierten welt ach mein lieber sir wie können sie mich darum bitten meine lippen sind natürlich versiegelt alle unsere lippen sind versiegelt zurück über den Friedhof wieder nebel und das knirschen des kieses sind ihre leute bereit charles sie sind schon gegangen ich schickte sie hin als ich lady levy zum wagen brachte wer ist bei ihnen sag sag ja der arme kerl die direktion hat ihm arg zugesetzt weil er den fall versiebt hat thibes ganze aussage betreffs des nacht lokals hat sich bestätigt das mädchen dem er zu trinken gab wurde gefunden und identifizierte ihn so fand man die indizien ungenügend und ließ tipps und die horrocks laufen sarg erhielt einen verweis er habe seine befugnisse überschritten und solle seine schritte besser in acht nehmen das sollte er auch aber er kann noch nichts dafür dass er ein dummkopf ist das hat mir leid es wird ihm gut tun wenn er beim schluss dabei ist wir beide peter waren ja im vorteil tja na es spielt keine rolle wer auch hingeht wird zu spät kommen ob sarg oder ein anderer aber sarg und es war ein seltenes erlebnis in seiner laufbahn kam rechtzeitig parker und lord peter befanden sich in der wohnung piccadilly 110 a lord peter spielte bach und parker las origines als sarg gemeldet wurde wir haben unseren mann sir verkündete er großer gott rief lord peter lebendig wir kamen gerade zur rechten zeit milord wir läuteten und gingen schnurstracks an seinem diener vorbei ins arbeitszimmer hinauf er saß dort und schrieb als wir eintraten griff er nach seiner spritze aber wir waren zu flink für ihn milord wir wollten ihn uns nicht durch die finger schlüpfen lassen nachdem es soweit war wir durchsuchten ihn und führten ihn ab er ist also tatsächlich im gefängnis oh ja in sicherheit mit zwei wärtern die aufpassen dass er sich nicht umbringt sie setzen mich in erstaunen her inspektor trinken sie etwas ungewöhnlicher verbrecher in den augen des inspektors ein mann ohne titel und rang er hatte gerade ein volles geständnis niedergeschrieben als wir ihn fingen es ist an eure lordschaft adressiert natürlich wird es die polizei bekommen müssen aber da er ihnen geschrieben hat brachte ich es her damit sie es zuerst sehen hier ist es er händigte lord peter ein dickes schriftstück aus danke sagte lord peter wollen sie es hören charles gern lord peter las also vor lieber lord peter als junger mensch pflegte ich mit einem alten freunde meines vaters schach zu spielen er war ein sehr schlechter und ein sehr langsamer schach spieler und er merkte nie wenn ein schach matt unvermeidlich war sondern bestand darauf jeden zug aus zu spielen ich hatte nie geduld für eine solche ein stellung und ich will freimütig zugeben dass sie das spiel gewonnen haben ich muss entweder zu hause bleiben und mich hängen lassen oder ins ausland fliehen und in untätiger und unsicherer dunkelheit leben ich ziehe es vor die niederlage anzuerkennen wenn sie mein Buch über kriminelle geistesgestörtheit gelesen haben werden sie sich erinnern dass ich folgendes schrieb in den meisten fällen verrät sich der verbrecher durch irgendeine anomalie die sich aus diesem pathologischen zustand der nervengewebe ergibt seine geistige instabilität zeigt sich in verschiedenen formen in übertriebener eitelkeit die ihn dazu führt mit seinen taten zu prahlen in unproportionierter beurteilung der missetat herrührend von religiösem wahn so dass er zum bekenntnis getrieben wird in egomanie die grauen oder schuldbewusstsein hervorruft und ihn zu kopfloser flucht treibt wobei er nicht daran denkt seine spuren zu vertuschen in leichtsinniger vertrauensseligkeit die zur vernachlässigung der gewöhnlichsten vorsichtsmaßnahmen führt wie im falle henry wainwright der die sterblichen überreste der ermordeten in der obhut eines knaben zurückließ während er fortging um ein taxi zu holen oder andererseits in einem nervösen misstrauen gegen wahrnehmungen in der vergangenheit das ihn veranlasst zum schauplatz des verbrechens zurückzukehren weil er sich vergewissern will dass er alle spuren so sicher entfernt hat wie es seiner eigenen beurteilung nach geschehen ist ich zögere nicht zu behaupten dass ein geistig vollkommen gesunder mensch ungehemmt von religiösen und anderen wahren vorstellungen sich immer vor jeglicher entdeckung schützen könnte vorausgesetzt dass er das verbrechen genügend überlegt hat und dass er nicht mit der zeit knapp ist oder durch reinen zufall in seinen berechnungen gestört wird sie wissen ebenso wie ich wie weit ich diese behauptung in die praxis umgesetzt habe die beiden zufälle die mich verraten haben hätte ich keinesfalls voraussehen können der erste bestand darin dass das Mädchen in der Battersea Park Road Levy zufällig kannte sodass sich einen Zusammenhang zwischen den beiden Rätseln denken ließ der zweite bestand darin dass Thibs die Absicht hatte am Dienstag morgen nach Denver zu fahren sodass ihre Mutter ihnen von der Sache erzählen konnte bevor die Leiche von der Polizei entfernt wurde und sich aus dem was sie von meiner persönlichen Vergangenheit wusste ein Motiv für den Mord ergab hätte ich die Möglichkeit gehabt diese beiden zufällig verzahnten Umstände zunichte zu machen so maße ich mir an zu sagen dass sie mich niemals verdächtigt hätten vom genügenden Beweismaterial ganz zu schweigen von allen Empfindungen des Menschen Hunger und Angst vielleicht ausgenommen ruft der sexuelle Appetit die stärksten und unter Umständen die hartnäckigsten Reaktionen hervor ich glaube jedoch dass ich mich nicht irre wenn ich sage dass zu der Zeit als ich mein Buch schrieb mein ursprünglich sinnlicher Impuls Sir Reuben Levy zu töten bereits durch meine Denkweise stark gemildert war zu der animalischen Lust des Tötens und dem primitiven menschlichen Verlangen nach Rache kam die rationale Absicht meine eigenen Theorien zur Rechtfertigung vor mir der Welt wahrzumachen Fertigung meines Rufes als Mediziner unter Wissenschaftlern bekannt zu machen Die wirklich wesentlichen Faktoren des Erfolgs sind bei jedem Unternehmen Geld und Gelegenheit und in der Regel kann derjenige der Geld zu erwerben versteht sich auch Gelegenheit verschaffen Die Einzige Schwierigkeit erhob sich in der Frage jegliche Verbindung zwischen mir und der Leiche auszumerzen Sie erinnern sich vielleicht dass Michael Finsbury in Stevenson's unterhaltsamem Roman sagt Was die Menschen an den Galgen liefert das ist die unglückselige Sachlage der Schuld Es wurde mir klar dass allein das Vorhandensein einer überflüssigen Leiche niemanden überführen könnte vorausgesetzt dass niemand in Verbindung mit eben dieser Leiche schuldig wäre So kam mir der Gedanke ziemlich früh die eine Leiche durch die andere zu ersetzen obwohl ich damals noch nicht die leitende Stellung im St. später ermöglichte Leichen auszusuchen und zu präparieren von da an achtete ich sorgsam auf alles Material das zum Sezieren eingeliefert wurde die Gelegenheit bot sich mir erst als der Arzt des Chelsea Armenhauses eine Woche vor dem Verschwinden Sir Rubens mir mitteilte dass am Morgen ein unbekannter Landstreicher durch einen niederfallenden Gerüst verletzt worden sei und sehr interessante nervöse und cerebrale Reaktionen zeige ich ging hin und sah mit den Patienten an und sogleich fiel mir die starke oberflächliche Ähnlichkeit mit Sir Ruben auf der Mann hatte einen schweren Schlag in den Nacken erlitten der vierte und fünfte Halswirbel waren luxiert das Rückenmark schwer verletzt es schien höchst unwahrscheinlich dass der Mann jemals genesen könnte weder geistig noch körperlich und auf jeden Fall sprach nichts dafür ein solch unnützes Dasein ewig zu verlängern er hatte sich offenbar bis vor kurzem gut ernähren können da er in guter Verfassung war aber der Zustand seiner Füße und seiner Kleider verriet dass er arbeitslos war und unter den gegenwärtigen Umständen würde er es wohl auch bleiben ich fand dass er sich für meine Zwecke sehr gut eignete und unverzüglich nahm ich an der Börse bestimmte Transaktionen vor die ich schon im Kopf skizziert hatte die von dem armen Hausarzt erwähnten Reaktionen waren tatsächlich interessant und ich beobachtete sie inzwischen sorgfältig und traf Vorsorge dass der Tote ins Spital eingeliefert wurde sobald ich mit meinen Vorbereitungen fertig wäre am Dienstag und Freitag dieser Woche traf ich mit verschiedenen Maklern private Vereinbarungen die Aktien einer bestimmten peruanischen Ölgesellschaft zu kaufen die fast Abfallpapier geworden waren dieser Teil meines Experiments kostete mich nicht viel aber dadurch erweckte ich beträchtliche Neugier und auch eine leichte Aufregung ich achtete natürlich darauf dass mein Name nicht genannt wurde am Samstag und Sonntag gab das Befinden meines Patienten zu der Sorge Anlass dass er sterben könnte bevor ich so weit war aber mittels Einspritzungen konnte ich ihn am Leben erhalten und am Sonntagabend zeigte er sogar unliebsame Symptome einer teilweise Genesung Am Montagmorgen stiegen die peruanischen Aktien offenbar ging das Gerücht um dass jemand etwas wusste und an diesem Tage war ich nicht der einzige Käufer ich kaufte noch 200 Aktien auf meinen eigenen Namen und überließ die Sache ihrem Lauf mittags sorgte ich dafür dass ich levy zufällig an der ecke des bürgermeister amtes traf er drückte wie ich erwartet hatte seine verwunderung darüber aus mich in diesem teil von London zu sehen ich heuchelte verlegenheit und schlug ihm vor mit mir essen zu gehen ich schleppte ihn zu einem etwas abgelegenen Lokal bestellte dort guten Wein und trank davon so viel dass er es zur herbeiführung einer vertrauensseligen Stimmung genügend finden musste ich fragte ihn wie die Börse stünde oh recht gut sagte er mir aber erschien etwas zweiflerisch und fragte mich ob ich damit irgendwie zu tun hätte ich erklärte ich spekulierte manchmal ein wenig und ich hätte tatsächlich etwas Gutes getroffen ich blickte mich vorsorglich um und rückte mit dem Stuhl näher zu ihm heran sie wissen wohl nichts von dem peruanischen öl oder doch fragte er ich setzte zum reden an und schaute mich wieder um beugte mich dann zu ihm vor und sagte leise oh doch aber ich möchte nicht dass es sich herum spricht ich will nämlich einen kleinen Schnitt damit machen aber ich dachte das sei eine Dividenden mehr gezahlt nein sie hat nicht erwiderte ich aber sie wird ich bin von zuständiger stelle unterrichtet er sah nicht gerade überzeugt aus ich leerte mein glas und rückte genau an sein ohr hören sie sagte ich ich verrate es nicht jedem aber ihnen und christin gönne ich etwas glück wissen sie ich habe ja immer in meinem herzen ein plätzchen bewahrt seit der alten zeit sie sind mir damals zuvor gekommen und jetzt ist es an mir für euch beide kohlen aufs feuer zu schaufeln ich war jetzt ein wenig aufgeregt und er hielt mich für betrunken das ist sehr nett von ihnen antwortete er aber ich bin ein vorsichtiger mensch wissen sie war ich von jeher ich hätte gern ein bisschen beweise er zog die Schultern in die Höhe und sah aus wie ein Pfandleier ich will sie ihnen geben sagte ich aber hier sind wir nicht sicher kommen sie heute abend nach dem nacht essen zu mir dann zeige ich ihnen den bericht wie wie haben sie ihn bekommen fragte er das erzähle ich ihnen heute abend erwiderte ich kommen sie nach dem essen jederzeit nach neun uhr in die harley street fragte er und ich merkte dass er wirklich kommen wollte nein entgegnete ich nach better see prince of wales road ich habe noch im spital zu tun lassen sie aber keine seele wissen dass sie zu mir kommen ich habe heute auf meinen eigenen namen 200 aktien gekauft und bestimmt haben die leute davon wind bekommen wenn es bekannt wird dass wir beide zusammenstecken wird man etwas merken es ist sogar gefährlich dass wir hier beisammensitzen gut stimmte er zu ich werde keinem etwas sagen ich komme gegen neun sind sie sicher dass es eine gute sache ist es kann nichts schief gehen versicherte ich ihm und das war mir ernst danach trennten wir uns und ich ging zum Armenhaus mein Patient war gegen elf Uhr gestorben ich war kurz nach dem Frühstück bei ihm gewesen und es überraschte mich nicht ich erledigte die üblichen Formalitäten mit der Armenhausbehörde und traf die Vereinbarung dass die Leiche gegen sieben Uhr im Spital abgeliefert werden sollte am Nachmittag hatte ich keine Sprechstunde in der Harley Street ich besuchte einen alten Freund der in der Nähe vom Hyde Park wohnt er hatte im Sinn eine Geschäftsreise nach Brighton zu machen ich trank mit ihm Tee und brachte ihn zum Victoria Bahnhof wo er um 17 Uhr 35 abfuhr als ich die Schranke verließ kam mir der Gedanke eine Abendzeitung zu kaufen und mechanisch lenkte ich meine Schritte zum Kiosk die übliche Menge eilte zu den Vorortzügen und ich geriet in einen Gegenstrom von Reisenden die von der Untergrundbahn herkamen oder von allen Seiten zu dem 17.45 Zug nach Battersea Park und Warnsworth Commons strebten unter einigen Püffen machte ich mich frei und fuhr in einem Taxi nach Hause und erst als ich endlich im Wagen saß entdeckte ich dass ich ein goldgeränderter Kneifer an dem Astrakhan Kragen meines Mantels verfangen hatte die Zeit von viertel nach sechs bis sieben verbrachte ich damit einen Schwindelbericht für Sir Ruben zusammen zu brauen um sieben ging ich ins Spital hinüber wo der Lastwagen des Armen Hauses gerade mein Objekt an der Seitentür ablieferte ich ließ es gleich in den Seziersaal bringen und teilte dem Wärter William Watts mit dass ich hier die ganze Nacht zu arbeiten gedächte ich sagte ihm ich wollte die Leiche selbst vorbereiten die Injizierung eines Konservierungsmittels hätte eine höchst unliebsame Komplikation ergeben ich schickte ihn an seine Arbeit ging dann nach Hause und aß zu Nacht ich sagte meinem Diener dass ich noch im Spital zu tun hätte und dass er wie gewöhnlich um halb elf zu Bett gehen sollte da ich nicht wüsste ob es bei mir spät werden würde oder nicht er ist an meinen unregelmäßigen Stundenplan gewöhnt ich habe nur zwei Dienstboten in meiner Privatwohnung den Diener und seine Frau die für mich kocht die gröbere Hausarbeit wird von einer Putzfrau besorgt die auswärts schläft das Schlafzimmer der Dienstboten ist im obersten Stock es geht auf die Prince of Wales Road hinaus sobald ich gegessen hatte installierte ich mich in der Halle mit einigen Papieren mein Diener hatte um viertel nach acht abgeräumt und ich trug ihm auf mir den Bartisch zu bringen dann schickte ich ihn hinunter Levy läutete um zwanzig nach neun und ich machte ihm selbst auf mein Diener erschien am anderen Ende der Halle aber ich rief ihm zu ich brauchte ihn nicht und er ging weg Levy trug Smoking und Überzieher und hatte einen Schirm bei sich oh wie nass sie sind sagte ich wie sind sie denn her gekommen mit dem omnibus sagte er und der dumme Schaffner vergaß mich am Ende der Straße abzusetzen es regnete Katzen und Hunde mich befand ich war froh dass er kein Taxi genommen hatte aber eigentlich hatte ich damit gerechnet ihre sparsamkeit wird noch einmal ihr tot sein sagte ich damit hatte ich recht doch ich ahnte nicht dass sie auch mein tot sein sollte ich wiederhole das konnte ich nicht voraussehen ich ließ ihn beim Kamin Platz nehmen und gab ihm einen Whisky er war in gehobener Stimmung wegen irgendeines argentinischen Geschäftes das er am nächsten Tage tätigen wollte wir sprachen eine viertelstunde über Börsengeschäfte und dann fragte er also wie steht es nun mit ihrem peruanischen Schwindel es ist kein Schwindel antwortete ich kommen sie und schauen sie selbst ich führte ihn ins Arbeitszimmer hinauf und schaltete das Mittellicht und die Schreibtischlampe ein Ich wies ihm einen Stuhl am Tisch mit dem Rücken zum Feuer und holte die Papiere die ich gefälscht hatte aus dem Safe er nahm sie und begann sie auf seine kurzsichtige Weise zu lesen während ich für das Feuer sorgte sobald ich sah dass sein Kopf eine günstige Stellung einnahm schlug ich ihn kräftig mit dem Feuerhaken genau auf den vierten Halswirbel es war heikle Arbeit die richtige Kraft zu berechnen die nötig war ihn zu töten ohne die Haut zu verletzen aber meine berufliche Erfahrung war mir von Nutzen er keuchte einmal laut und fiel geräuschlos über sein Hals war gebrochen und er war tot ich trug ihn in mein Schlafzimmer und entkleidete ihn um zehn Minuten vor zehn war ich fertig ich legte ihn unter mein Bett das schon für die Nacht zurecht gemacht war und verbrannte die Papiere im Arbeitszimmer dann ging ich hinunter nahm Levys Regenschirm und verließ das Haus durch die Hallentür wobei ich gute Nacht rief laut genug dass die Dienstboten im Erdgeschoss hören konnten falls sie lauschten ich ging schnell die Straße entlang betrat das Spital durch die Nebentür und kehrte leise durch den Privatgang ins Haus zurück es wäre unangenehm gewesen wenn mich jemand gesehen hätte aber ich lehnte mich über die Hintertreppe und hörte die Köchin und ihren Mann immer noch in der Küche reden ich schlüpfte in die als der Diener erschien trug ich ihm auf alles abzuschließen außer der Privattür zum Spital ich wartete im Arbeitszimmer bis er das getan hatte und gegen halb elf hörte ich beide Dienstboten zu Bett gehen ich wartete noch eine Viertelstunde und begab mich dann in den Seziersaal hinüber ich schob einen der Rolltische durch den Gang zu meinem Privateingang und ging dann Levy holen es war mühevoll ihn hinunter zu tragen aber ich hatte ihn nicht im Erdgeschoss töten wollen für den Fall dass mein Diener die Neigung gehabt hätte die Nase in die unteren Zimmer zu stecken während ich aus dem Hause war zudem war das eine Kleinigkeit gegen das was mir noch bevorstand ich legte Levy auf den Tisch schob ihn ins Spital hinüber und vertauschte ihn mit meinem interessanten Armen Haus Insassen es tat mir leid dass ich darauf verzichten mußte mir das Gehirn dieses Mannes anzusehen aber ich konnte es mir nicht leisten Verdacht zu erregen da es immer noch ziemlich früh war schlug ich einige Minuten damit tot Levy für die Sektion zu präparieren dann legte ich meinen armen Häusler auf den Tisch und rollte ihn in die Wohnung hinüber es war jetzt fünf Minuten nach elf und ich glaubte annehmen zu dürfen dass die Dienstboten im Bett wären ich trug den Toten in mein Schlafzimmer er war ziemlich schwer doch weniger als Levy und durch meine Bergsteigerei wußte ich wie man Menschenkörper trägt es ist eher eine Sache des richtigen Griffes als der Kraft und ich bin auf jeden Fall für meine Größe sehr stark ich legte den Toten ins Bett nicht etwa dass ich dachte es könnte jemand während meiner Anwesenheit hereinschauen aber wenn es doch dazu käme sollte man annehmen ich läge schlafend im Bett ich zog ihm die Decken etwas über den Kopf entkleidete mich und zog Levy's Sachen an die mir zum Glück etwas zu groß waren wobei ich nicht vergaß seine Brille die Uhr und andere Kleinigkeiten an mich zu nehmen kurz vor halb zwölf stand ich und ich ergatterte mit Leichtigkeit einen Wagen an der Ecke der Prince of Wales Road ich wies den Chauffeur an mich zum Hyde Park Corner zu fahren dort stieg ich aus gab ihm ein gutes Trinkgeld und bat ihn mich in einer Stunde an derselben Stelle abzuholen er sagte mit einem verständnisvollen Grinsen zu und ich ging zum Park Lane ich hatte meine eigenen Kleider in einem Koffer bei mir und trug meinen eigenen Mantel und Levis Schirm am Arm als ich zu Nummer 9 A gelangte brannte bei einigen oberen Fenstern Licht ich wäre fast zu früh gekommen da Levy die Dienstboten ins Theater geschickt hatte ich wartete ein paar Minuten und hörte es viertel nach zwölf schlagen die Lichter wurden kurz darauf gelöscht und ich schloß mit Levis Schlüssel hatte ich beim Aushacken dieses Mordplans die Absicht gehabt Levy aus dem Herren oder dem Esszimmer verschwinden zu lassen wo nur seine Kleider vor dem Kamin zurückbleiben sollten aber der Zufall dass ich von Lady Levys Abwesenheit von London erfahren hatte machte eine noch irreführendere wenn auch weniger angenehm fantastische Lösung möglich ich drehte in der Halle das Licht an hängte Levis Mantel auf und stellte seinen Schirm in den Ständer mit lauten schweren Schritten ging ich zum Schlafzimmer hinauf und schaltete oben das Licht aus ich kannte das Haus natürlich recht gut es bestand keine Aussicht dem Diener in die Arme zu laufen Levy war ein einfacher altmodischer Mann der gern alles selbst erledigte er machte seinem Diener wenig Arbeit und verlangte abends nie irgendwelche Dienste im Schlafzimmer zog ich Levy's Handschuhe aus und streifte Gummihandschuhe über um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen da ich den Eindruck hervorrufen wollte als wäre Levy auf gewöhnliche Weise zu Bett gegangen legte ich mich einfach zu Bett die sicherste und simpelste Art und Weise einen Anschein zu erwecken besteht darin die betreffende Sache zu tun zum Beispiel sieht ein Bett das man mit den Händen zerknüllt hat nie so aus wie ein Bett in dem man geschlafen hat Levy's Haarbürste hatte ich natürlich nicht zu benutzen da ich eine andere Haarfarbe habe aber ich tat alles übrige ich nahm an dass ein ordentlicher älterer Mann wie Levy seinem Diener die Schuhe bereitstellte und ich hätte daraus auch ableiten sollen dass er seine Kleider adrett zusammen legte das war ein Fehler aber ein unbedeutender ein Gedenk der wohl überlegten kleinen Arbeit Mr. Bentley's hatte ich Levy's Mund nach falschen Zähnen untersucht aber er hatte kein Gebiss ich vergaß also nicht seine Zahnbürste zu befeuchten Um ein Uhr stand ich auf und zog beim Schein meiner Taschenlampe meine eigenen Kleider an Das Licht im Schlafzimmer wagte ich nicht anzumachen da die Fenster nur leichte Jalousien hatten Meine Schuhe und ein paar alte Gummischuhe zog ich vor der Türe an Auf der Treppe und in der Halle lag ein dicker türkischer Teppich und ich befürchtete nicht Spuren zu hinterlassen Ich zögerte ob ich die Haustür zuschlagen lassen sollte beschloss jedoch lieber den Schlüssel zu benutzen Er liegt jetzt in der Temse Ich schlich leise hinunter und lauschte eine Weile mit dem Ohr am Briefkasten Ich hörte einen Polizisten vorbeistapfen Sobald sich seine Schritte in der Ferne verloren hatten schlüpfte ich hinaus und schloß die Haustür vorsichtig Dann ging ich schnell zu meinem Taxi Mein Mantel bestand fast aus dem gleichen Stoff wie Levis und ich hatte die Umsicht gehabt meinen Zylinder in den Koffer zu packen Ich hoffte dass dem Chauffeur das fehlen des Schirmes nicht auffallen würde Zum Glück regnete es viel weniger stark und wenn er etwas merkte so machte er jedenfalls keine Bemerkung Ich bat ihn bei Overstrand Mansions 50 zu halten Dort bezahlte ich ihn und stand unter dem Eingang bis er weggefahren war Dann eilte ich zu meiner eigenen Seitentür und ging hinein Es war ungefähr Viertel vor zwei und der schwierigere Teil meiner Aufgabe lag noch vor mir Als erstes machte ich mich daran das Aussehen meines Objekts zu verändern um jeden Hinweis auf Levy oder den armen Häusler auszumerzen Ich hielt nur eine oberflächliche Veränderung für nötig da wenig Wahrscheinlichkeit bestand dass nach dem armen Häusler gefragt werden würde Rasieren Haarpflege und Maniküre schienen mir zu genügen so dass mein stummer Helfershelfer als vornehme Persönlichkeit auftreten konnte Seine Hände waren schon bei der Krankenpflege gewaschen worden Sie waren zwar schwierig aber nicht verschmutzt Ich war nicht im Stande die Arbeit so gründlich zu tun wie ich schrafen Ich befürchtete den Beginn der Toten Starre die mir alles erschweren würde Nachdem ich ihn zu meiner Zufriedenheit rasiert hatte holte ich ein starkes Leintuch und zwei breite Bandagen packte ihn sorgsam ein und stopfte ihn überall mit Watte aus wo die Bandagen Schürfungen oder Quetschungen hervorrufen könnten Nun kam der kitzligste Punkt der ganzen Angelegenheit Ich hatte mir schon gesagt dass ich ihn am sichersten aus dem Hause schaffte wenn ich den Weg übers Dach nahm Wäre ich bei dem feuchten Wetter hinten durch den Garten hinaus gegangen so hätte ich eine katastrophale Spur hinterlassen Mitten in der Nacht einen Toten über eine Vorstadt Straße zu tragen lag wohl außerhalb des praktisch Möglichen Auf dem Dach hingegen stand mir der auf dem Erdboden zu verräterische Regen als Freund bei Um zum Dach zu gelangen musste ich meine Last ins oberste Stockwerk hinauftragen am Schlafzimmer meines Dienstehepaares vorbei und ihn durch die Falltür im Dach des Abstellraumes hissen Hätte es sich nur darum gehandelt allein leise dort hinauf zu gehen so hätte ich keine Sorge gehabt die Dienstboten zu einer schweren Bürde belastet war es schwieriger es musste möglich sein wenn der Diener und seine Frau fest schliefen andernfalls bestand die Gefahr dass sie meinen schweren Schritt auf der Treppe und das laute öffnen der Falltür hörten auf den Zehenspitzen stieg ich die Treppe hinauf und lauschte an ihrer Tür zu zu meinem Ärger hörte ich den Mann knurren und etwas murmeln als er sich im Bett umdrehte ich blickte auf meine Uhr meine Vorbereitungen hatten fast eine Stunde in Anspruch genommen und ich wagte nicht zu spät aufs Dach zu kommen ich beschloss kühn zu sein und mir gleichzeitig ein Alibi zu verschaffen ohne Lärm zu vermeiden ging ich ins Badezimmer drehte das heiße und das kalte Wasser an und ließ es laufen meine Angestellten hatten oft Gelegenheit gehabt sich über meine Angewohnheit zu beklagen dass ich zu allen möglichen Nachtstunden badete nicht nur stört die Nachfüllung der Zisterne alle Schläfer auf dieser Seite des Hauses sondern die Wasserleitung gurgelt und ächzt auch infolge Altersschwäche zu meiner Freude machte sich das Leiden auch jetzt bemerkbar und es gab ein Gedonner und Gezische wie in einem Bahnhof ich ließ dem Lärm fünf Minuten Zeit und als ich ausgerechnet hatte dass die Schläfer mich genügend verflucht und die Decke über den Kopf gezogen hätten verminderte ich den Wasserstrom auf ein kleines Bächlein und verließ das Badezimmer wobei ich darauf achtete das Licht anzulassen und die Tür zu leg ihn so leise wie möglich hinauf der Abstellraum ist eine kleine Mansarde gegenüber dem Dienstbotenzimmer und der Zisternenkammer er hat eine Falttür zu der man über eine kurze Holzleiter gelangt ich stellte die Leiter auf hob meinen armen Häusler hinauf und kletterte ihm nach das Wasser strömte immer noch in die Zisterne mit einem Geräusch als müsste sie eine Eisenkette verdauen und der geminderte Abfluss im Badezimmer ließ die Wasserleitung stöhnen ich brauchte nicht zu befürchten dass andere Geräusche zu hören wären ich zog die Leiter nach mir aufs Dach heraus zwischen meinem Haus und dem letzten in der Reihe der Queen Caroline Mansions ist nur knapp ein Meter Zwischenraum meine Leiter reichte längst hinüber ich band den Toten auf der Leiter fest und schob sie hinüber bis das andere Ende auf dem Ausbau des Nachbarhauses ruhte dann nahm ich einen kurzen Anlauf auf dem Dach des Zisternenraumes und der Abstellkammer und landete sicher auf der anderen Seite Das Übrige war Ich trug meinen armen Häusler über die flachen Dächer Ich wollte ihn wie der Bucklige in der Geschichte durch einen Schornstein hinunterschicken Auf halbem Wege fiel mir plötzlich ein dass ich bei der Wohnung des kleinen Thipps sein musste und ich dachte an sein dummes Gesicht und sein albernes Gerede über Vivi Sektion Ich stellte es mir lustig vor mein Paket bei ihm abzuladen und zu schauen was er damit anfangen würde Ich legte mich nieder und spähte über die hintere Vormauer Es war stockdunkel und jetzt goss es auch wieder und ich wagte es meine Taschenlampe zu benutzen Das war die einzige Unvorsichtigkeit die ich beging da ja die Möglichkeit bestand von den gegenüberliegenden Häusern gesehen aufblitzen enthüllte mir was ich kaum erhofft hatte ein offenes Fenster gerade unter mir Ich kannte diese Wohnung zur Genüge um zu wissen dass es entweder das Badezimmer oder die Küche war Ich machte eine Schlinge in eine dritte Bandage die ich mitgenommen hatte und führte sie unter den Armen des Toten durch Ich drehte die Bandage zu einem Seil zusammen und befestigte sie an dem Stutzpfosten eines Schornsteins Dann ließ ich unseren Freund baumeln Mit Hilfe eines Abzugsrohres folgte ich ihm hinunter und dann zog ich ihn bald durch Thipps Badezimmer Fenster Inzwischen hatte sich meine Eitelkeit gehoben und ich gönnte mir einige Minuten ihn hübsch hinzulegen und salonfähig zu machen Ein plötzlicher Einfall ließ mich ihm den Kneifer verehren den ich zufällig im Victoria Bahnhof aufgelesen hatte ich fand ihn in meiner Tasche als ich nach einem Messer kramte um einen Knoten aufzuknüpfen und ich fand daß der Kneifer seine Erscheinung Vornehmheit verlieh abgesehen davon daß er noch mehr in die Irre führen mußte ich setzte ihm also den Kneifer auf tilgte nach Möglichkeit alle Spuren meiner Anwesenheit und entfernte mich wie ich gekommen war mittels des Abzugsrohres und des Seiles ich ging leise zurück überquerte meine kleine Schlucht und trug meine Leiter und das Leintuch nach Hause mein lieber Helfershelfer begrüßte mich mit beruhigendem Gurgeln und Tosen ich machte auf der Treppe kein Geräusch da ich feststellte daß ich nun drei Viertelstunden gebadet hatte stellte ich das Wasser ab und erlaubte meinen verdienstvollen Hausangestellten etwas Schlaf ich fand es auch in der Zeit selbst zur Ruhe zu kommen zuerst aber musste ich noch ins Spital hinüber gehen und dort alles sichern ich begann Levys Kopf zu präparieren 20 Minuten später hätte ihn seine eigene Frau nicht mehr erkannt ich kehrte zurück meine nassen Gummischuhe und den Regenmantel ließ ich bei der Gartentür meine Hose trocknete ich am Gasofen in meinem Schlafzimmer und bürstete allen Schmutz und Ziegelsteinstaub ab den Bart meines armen Häuslers verbrannte ich im Arbeitszimmer ich schlief ich schlief zwei Stunden von fünf bis sieben dann wurde ich wie üblich von meinem Diener geweckt ich entschuldigte mich dass ich so spät und so lange gebadet hatte und fügte hinzu dass ich die Wasserleitung nachsehen lassen wollte interessanterweise stellte ich fest dass ich beim Frühstück besonders großen Hunger hatte was beweist dass die Nachtarbeit einen starken Kalorienverbrauch erfordert hatte danach ging ich hinüber um meine Sektion fortzusetzen im lauf des vormittags erschien ein auffallend dickköpfiger polizei inspektor um zu fragen ob aus dem spital eine leiche geflüchtet sei ich ließ ihn zu mir in den seziersaal kommen und hatte das vergnügen ihm die arbeit zu zeigen die ich gerade an sir ruben levys kopf voll führte hernach begab ich mich mit ihm zu thipps wohnung und konnte zu meiner befriedigung feststellen dass mein armen häusler sehr überzeugend aussah sowie die börse geöffnet wurde rief ich meine verschiedenen makler an und mit einiger umsicht konnte ich den größeren teil meiner peruanischen aktien zu einem besseren kurs verkaufen gegen ende des tages aber wurde der kauf infolge von levys verschwinden etwas unbeständig und zum schluss hatte ich durch die transaktion nicht nahme dass ich nun jeden punkt klargestellt habe der ihnen vielleicht noch schleierhaft war und mit glückwünschen zu ihrem glück und ihrem scharfblick die sie in die lage versetzten mich zu schlagen bin ich mit freundlichen grüßen an ihre frau mutter ihr ergebene julian freak nachschrift mein testament ist gemacht das st lucas spital wird mein vermögen erhalten desgleichen meinen körper zur sektion ich bin überzeugt dass mein gehirn für die wissenschaftliche welt von interesse sein wird da ich von eigener hand sterben werde wird es wohl in dieser beziehung einige schwierigkeiten geben wollen sie mir den gefallen tun und wenn sie können dafür sorgen dass mein gehirn bei der leichenschau für die gerichtliche untersuchung nicht durch einen ungeschickten arzt beschädigt wird und dass mein körper meinem wunsch gemäß der sektion zur verfügung gestellt wird es wird sie übrigens vielleicht interessieren zu erfahren dass ich mir über den grund für ihren heutigen besuch in meiner sprechstunde klar war er diente mir als warnung und ich handle dementsprechend obwohl obwohl für mich katastrophale folgen hat freute es mich zu merken dass sie meinen mut und meine intelligenz nicht unterschätzten indem sie die injektion ablehnten hätten sie sie zugelassen so wären sie natürlich nicht lebend nach hause gekommen in ihrem körper wäre keine spur von der injizierten lösung zurückgeblieben die aus einem harmlosen Strich nie präparat besteht vermischt mit einem fast unbekannten gift dessen vorhanden sein sich heutzutage noch nicht nachweisen lässt es ist eine konzentrierte lösung von an dieser stelle brachte brief ab na nun ist alles klar brummte parker ist es nicht sonderbar sagte lord peter so kaltblütig so gescheit und dann konnte er nicht widerstehen ein schriftliches geständnis zu machen um zu zeigen wie geschickt er war und wie es ihm gelang den kopf aus der schlinge zu ziehen für uns ist das sehr angenehm lächelte inspektor sag zum glück sind alle verbrecher gleich freaks grab schrift bemerkte parker nachdem der inspektor gegangen war was nun peter ich werde jetzt ein zu p geben erklärte lord peter und mr john p milligan mitsamt seinem sekretär und die herren krimplesham und wicks einladen ich finde sie verdienen es weil sie levy nicht ermordet haben vergessen sie aber thibs und seine mutter nicht mahnte parker auf keinen fall sagte lord peter würde ich mich des vergnügens berauben einige stunden in mrs tipps gesellschaft zu verbringen banter milord bitte den napoleon cognac mits mits ganga jans recording studio des ava mein chale roj roj na yaha ava ala gata ki chaha tada tuhu bad laba tuhu bad laba des ava mein chale roj roj na yaha ava laga ta ki chaha tada tuhu bad laba abo ane gola jor 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 se hoi nahi har kabo ar mila bhar ke hoi sats nai nahi abu jor ke hoi nahi har kabo ar mila bhar ke hoi music man bg bg bkars raja bg k hoi bg ba m ta bg ki k Musik Musik Einem Zwicker, Mrs. Throckmorton wurde tatsächlich rot, als sie es mir erzählte. In ländlichen Pfarrhäusern werden die Menschen leider etwas prüde. War es jemand, den er kannte? Nein, ich glaube nicht. Sie sagte, er sei ganz verstört gewesen. Dass er nun die Polizei im Haus hat und so weiter, macht ihm wirklich Kummer. Sehr peinlich für ihn. Er wohnt in Battersea, nicht? Ja, Queen Caroline Mansions 59 gegenüber dem Park, in dem großen Haus an der Ecke vom Krankenhaus. Ich dachte, du würdest vielleicht gern zu ihm gehen. Ich fand den Mann immer so nett. Oh, sicher, antwortete Lord Peter und lächelte ins Telefon. Die Herzogin leistete ihm bei seinem Steckenpferd kriminalistischen Untersuchungen, stets große Hilfe, obwohl sie nie darauf Bezug nahm und sich höflich den Anschein gab, als ob es nicht vorhanden sei. Wann war das, Mutter? Ich glaube, er fand die Leiche heute früh. Mrs. Throckmorton kam kurz vor dem Essen zu mir. Ärgerlich, ich musste sie zum Bleiben auffordern. Zum Glück war ich allein. Es macht mir nichts, mich zu langweilen, aber ich schätze es nicht, wenn meine Gäste angeödet werden. Du Ärmste. Tausend Dank, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich glaube, ich werde Banter zur Auktion schicken und gleich nach Battersea fahren, um zu sehen, ob ich den armen Kerl trösten kann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Junge. Banter? Bitte sehr, Milord. Ihre Durchlaucht erzählte mir, dass ein ehrbarer Architekt in Battersea einen Toten in seiner Badewanne entdeckt hat. Wirklich, Milord? Das ist sehr erfreulich. Sehr, Banter. Haben Sie den Katalog gefunden? Hier ist er, Milord. Danke. Ich fahre sofort nach Battersea. Ich möchte, dass Sie für mich zur Auktion gehen. Ich habe die Bücher angestrichen, die ich haben will. Bieten Sie gegen jeden. Zum Abendessen bin ich wieder hier. Sehr wohl, Milord. Nehmen Sie mein Taxi und sagen Sie dem Chauffeur, er soll sich beeilen. Kann ich bei Thipps in Frack und Zylinder erscheinen? Lord Peter musterte sich in dem Spiegel aus dem 18. Jahrhundert, der über dem Kamin hing. Ich glaube nicht. Ich wette, er wird mich für den Leichenbestatter halten. Ein grauer Anzug, denke ich, adrett, aber nicht zu elegant, und ein Hut, der dazu passt, das wird besser zu meinem anderen Ich passen. Der Bibliophile geht ab. Neues Motiv intoniert durch ein Solo-Fagott. Sherlock Holmes tritt auf, als spazierengehender Edelmann verkleidet. Da zieht Banter von hinnen. Ein unschätzbarer Mensch. Macht sich nie erbötig, seine Arbeit zu erledigen, wenn man ihn angewiesen hat, etwas anderes zu tun. Und hoffentlich bekommt er die Bücher. Sonst findet man sie vielleicht anderswo, wohingegen eine Leiche in einer Badewanne nicht mehr als einmal im Leben vorkommt. Jedenfalls keine, die nur einen Zwicker anhat. Du meine Güte, es ist ganz verkehrt, zwei Steckenpferde zu reiten. Alfred Thipps war ein kleiner, nervöser Mann, dessen Flachshaar allmählich den ungleichen Kampf mit dem Geschick aufgab. Man konnte sagen, dass ein einziges hervorstechendes Merkmal eine große Beule über der linken Braue war. Fast im gleichen Atemzug mit der Begrüßung entschuldigte er sich deswegen verlegen und murmelte etwas davon, er sei im Dunkeln gegen die Esszimmertür geprallt. Er war fast zu Tränen gerührt, dass Lord Peter auf den Gedanken gekommen war, ihn aufzusuchen. Das ist wirklich sehr liebenswürdig von eurer Lordschaft, wiederholte er zum zehnten Male. Ich weiß es sehr zu schätzen und meiner Mutter würde es ebenso ergehen. Nur ist sie so schwerhörig, dass ich sie nicht damit bemühen möchte, es ihr verständlich zu machen. Es war ein schlimmer Tag, fügte er hinzu, mit den Polizisten im Hause und all dem Betrieb. Daran sind meine Mutter und ich nicht gewöhnt. Wir leben sehr zurückgezogen. Wirklich, Milord, ich bin froh, dass meine Mutter nichts versteht, denn sie würde sich sicher sehr aufregen, wenn sie Bescheid wüsste. Zuerst war sie entsetzt, aber inzwischen hat sie sich eine eigene Erklärung zurechtgelegt, und das ist bestimmt am besten. Die alte Dame, die strickend am Kamin saß, beantwortete einen Blick ihres Sohnes mit einem grimmigen Nicken. »Ich sagte immer, du solltest dich wegen des Bades beschweren, Alfred«, sagte sie unvermittelt mit der hochgeschraubten Stimme der Schwerhörigen, »jetzt wird der Hauswirt ja hoffentlich nachsehen. Meiner Meinung nach hättest du das erreichen können, ohne die Polizei zu holen.« »Da sehen Sie es«, erklärte Mr. Thibs abbittend, »es ist ganz gut, dass sie die Sache so anschaut. Sie weiß nämlich, dass wir das Badezimmer abgeschlossen haben. Aber für mich war es ein arger Schrecken. So etwas ist noch nie geschehen, noch nie habe ich so etwas erlebt. Ich wußte kaum, wie ich aus dem grässlichen Badezimmer hinaus sollte und wie die Polizei anrufen.« »Es muß sicher sehr schlimm gewesen sein«, sagte Lord Peter mitführend, »zumal, wenn man so etwas vor dem Frühstück erlebt, ich hasse alles Unangenehme vor dem Frühstück, dann ist man so im Nachteil, nicht wahr?« »Ganz recht, ganz recht«, pflichtete Thibs eifrig bei, »als ich die Leiche in meiner Badewanne liegen sah, Splitterfaser nackt noch dazu, bis auf einen Zwicker.« Ich versichere Ihnen, Milord, da drehte sich mir der Magen um, wenn Sie den Ausdruck entschuldigen wollen. Ich bin nicht sehr kräftig und ich leide manchmal morgens an Übelkeit. Und wie so alles zusammenkam, ja, da mußte ich Glätis einen Kognak holen lassen. Ich weiß nicht, was sonst geschehen wäre. Ich fühlte mich so elend, obwohl ich im Allgemeinen nicht sehr für Alkohol bin. Trotzdem mache ich es mir zur Regel, immer Kognak im Hause zu haben, für den Notfall, verstehen Sie?« »Sehr klug von Ihnen«, sagte Lord Peter fröhlich. »Glätis ist ein gutes Mädchen und wirklich sehr vernünftig. Sie erschrak natürlich, das ist ja verständlich, aber wenn's brenzlig wird, erweist sie sich als ein sehr hilfreicher, energischer Mensch. Ich betrachte es als ein großes Glück, heutzutage ein gutes, anständiges Dienstmädchen zu haben, wenn sie auch in Kleinigkeiten etwas nachlässig und vergesslich ist. Aber das ist ja nur natürlich. Es tat ihr wirklich sehr leid, dass sie das Badezimmerfenster offengelassen hatte, und obwohl ich zuerst böse war, als ich sah, was sich daraus ergeben hatte, war es nicht der Rede wert, nicht unter gewöhnlichen Umständen, wie man sagen könnte. Ich sagte bloß, man hätte einbrechen können. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal ein Fenster zuzumachen vergessen, diesmal war es ein Toter, und das ist schon unangenehm genug, aber das nächste Mal könnten es Einbrecher sein. Und dann werden wir alle im Bett ermordet werden. Der Polizeiinspektor hingegen, Inspektor Sage heißt er von Scotland Yard, war sehr streng mit dem armen Mädchen. Er jagte ihr richtig Angst ein und ließ sie annehmen, dass er sie in irgendeinem Verdacht habe. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was für einen Vorteil das arme Mädchen von einer Leiche haben könnte, und das sagte ich auch dem Inspektor. Er war sehr grob zu mir, Milord. Ich muss sagen, sein Benehmen gefiel mir gar nicht. Echt, sag, bestätigte Lord Peter, ich kenne ihn. Wenn er nicht weiter weiß, wird er grob. Es ist ja klar, dass Sie und Ihr Mädchen keine Leichen sammeln. Wer würde sich mit einer Leiche belasten wollen? Gewöhnlich besteht die Schwierigkeit darin, Sie loszuwerden. Sind Sie übrigens diese Leiche schon los? Sie ist immer noch im Badezimmer. Inspektor Sage sagte, nichts durfte angerührt werden, bis seine Leute sie holen kämen. Wenn es Eure Lordschaft interessiert, einen Blick hineinzuwerfen. Sehr gern, wenn es Ihnen nicht unangenehm ist. Ganz und gar nicht, sagte Mr. Thibbs. Als er durch den Flur voranging, überzeugte sein Benehmen Lord Peter von zwei Dingen. Erstens genoss er, so schauerlich sein Schaustück auch war, die Bedeutung, die es auf ihn und seine Wohnung ausstrahlte. Und zweitens hatte Inspektor Sark ihm verboten, es irgendeinem Menschen zu zeigen. Die zweite Annahme wurde durch Mr. Thibbs handlungsweise bekräftigt. Er ging nämlich in sein Schlafzimmer, um den Schlüssel zu holen, und sagte, er mache es sich zur Regel, zu jeder Tür zwei Schlüssel zu haben, für den Notfall. Das Badezimmer hatte nichts Auffallendes. Es war lang und schmal. Das Fenster befand sich genau über dem Kopfende der Wanne. Die Scheiben bestanden aus Milchglas, der Rahmen war groß genug, dass ein menschlicher Körper hindurch konnte. Lord Peter öffnete das Fenster und blickte hinaus. Die Wohnung lag im obersten Stock des Hauses, ungefähr in der Mitte der Häusereihe. Das Badezimmerfenster führte nach hinten auf den Hof hinaus, auf dem es verschiedene kleine Nebengebäude, Kohlenschuppen und Garagen gab. Auf der anderen Seite waren die Hinterhöfe einer parallelen Häusereihe. Zur Rechten erhob sich das große St. Lucas Krankenhaus auf seinem Grundstück. Durch einen überdachten Weg war es mit der Wohnung Sir Julian Freaks verbunden, des berühmten Chirurgen, der die chirurgische Abteilung des neuen Krankenhauses leitete und außerdem in der Harley Street als ausgezeichneter Neurologe mit ganz individuellen Ansichten bekannt war. All dies erfuhr Lord Peter des Langen und Breiten von Mr. Thibes, der zu finden schien, dass die Nachbarschaft eines so hervorragenden Mannes gewissermaßen einen Schimmer des Ruhmes über Queen Caroline Mansions ergoß. Er war heute Morgen hier, sagte er wegen dieser schrecklichen Sache. Inspektor Sarg dachte, vielleicht hätte einer der jungen Ärzte im Krankenhaus die Leiche spaßeshalber hergebracht, da sie ja dort immer Leichen zum Sezieren haben. Deshalb ging Inspektor Sarg zu Sir Julian, um sich zu erkundigen, ob eine Leiche fehlte. Sir Julian war sehr freundlich, obwohl er gerade im Seziersaal arbeitete. Er schaute in den Büchern nach, um die Leichen nachzuzählen, und kam dann liebenswürdigerweise her. Er sagte, leider könne er uns nicht dienlich sein. Im Spital fehle keine Leiche, und diese hier stimme mit den dortigen Beschreibungen nicht überein. Hoffentlich auch mit keiner Beschreibung eines Patienten, bemerkte Lord Peter beiläufig. Diese grausige Andeutung ließ Mr. Thibs erblassen. Ich hörte Inspektor Sarg nicht fragen, erwiderte er mit leichter Erregung. Wie entsetzlich wäre das? Daran dachte ich überhaupt nicht. Nun, wenn dort ein Patient fehlt, wird man es inzwischen wahrscheinlich entdeckt haben. Lord Peter klemmte sich das Monokel ins Auge und fügte hinzu, ich sehe, Sie haben Ärger mit hereingewehtem Uß. Unangenehm, nicht? Das hatte ich auch. Alle meine Bücher wurden verdorben. Drehen Sie sich um, wenn Sie lieber nicht zuschauen wollen. Er nahm aus Thibs widerstrebende Hand das Leintuch, das über die Badewanne gebreitet war, und schlug es zurück. Der Tote in der Wanne war ein großer, breiter Mann von etwa fünfzig Jahren. Sein dichtes, schwarzes, natürlich gelocktes Haar war von Meisterhand geschnitten und gescheitelt und strömte ein schwaches Feilchenparfum aus. Der Mann hatte ein breites, fleischiges Gesicht mit ausgeprägten Zügen, vorstehende dunkle Augen, eine lange Nase und ein festes Kinn. Die Lippen waren voll und sinnlich und der hinuntergesunkene Kiefer enthüllte tabakbefleckte Zähne. Der schöne Goldkneifer spottete des Todes mit grotesker Eleganz, das feine Goldkettchen ringelte sich auf der bloßen Brust. Die Beine lagen steif ausgestreckt nebeneinander. Lord Peter hob den einen Arm in die Höhe und betrachtete die Hand mit leichtem Stirnrunzeln. »Ein bisschen ein Gag, unser Besucher, was?« murmelte er, Parmafeilchen und Maniküre. Er bückte sich abermals und griff unter den Kopf. Der absurde Zwicker fiel klirrend in die Wanne und das Geräusch war für Tipps Nerven zu viel. »Wenn Sie mich entschuldigen wollen,« flüsterte er, »ich fühle mich nicht gut.« Kaum war er hinausgeschlüpft, so drehte Lord Peter den Toten flink und behutsam um und betrachtete ihn mit schräg geneigtem Haupt, wobei er sein Monokel benutzte, als ob er eine seltene Orchidee begutachte. Hierauf holte er seine silberne Zündholzdose hervor, legte den Kopf des Toten über seinen Arm und steckte die Dose vorsichtig in den offenen Mund. Er machte »Z-Z-Z«, bettete die Leiche in die Wanne, nahm den geheimnisvollen Zwicker, betrachtete ihn, setzte ihn sich auf die Nase und blickte durch die Gläser. Dann brachte er den Zwicker wieder an den Platz, um keine Spuren der Einmischung zum Ärger des Inspektors zurückzulassen, ging wieder zum Fenster, wo er sich hinauslehnte und mit seinem Spazierstock nach oben und seitwärts tastete. Da diese Untersuchungen zu nichts führten, schloss er das Fenster und gesellte sich auf den Flur zu Mr. Thibbs. Thibbs, den diese mitfühlende Anteilnahme seitens eines Herzogssohnes rührte, bot ihm auf dem Rückweg zum Wohnzimmer eine Tasse Tee an. Lord Peter, der zum Fenster geschlendert war und die Aussicht auf den Battersea Park bewunderte, wollte schon annehmen, als am Ende der Prince of Wales Road eine Ambulanz in Sicht kam. Ihr Erscheinen erinnerte Lord Peter an eine wichtige Verabredung und mit einem hastigen »Himmel«, verabschiedete er sich von Thibbs. »Meine Mutter lässt grüßen«, sagte er und drückte Thibbs herzlich die Hand. Der alten Dame schrie er freundlich »Auf Wiedersehen, Mrs. Thibbs« ins Ohr. Als er aus dem Hause trat, fuhr die Ambulanz vor und Inspektor Sarg tauchte mit zwei Polizisten auf. Der Inspektor warf einen argwöhnischen Blick auf Lord Peters Rücken. »Der liebe alte Sarg«, schmunzelte Lord Peter, »wie er mich hasst, der alte Knabe.« »Ausgezeichnet, Banter«, sagte Lord Peter und sank mit einem Seufzer in einen luxuriösen Sessel. »Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Ich bin selig über die beiden Bücher und dabei haben Sie mir noch sechzig Pfund gespart. Das ist großartig. Wofür wollen wir das Geld ausgeben, Banter? Eigentlich gehört es Ihnen. Was wünschen Sie sich? Etwas für Ihre Wohnung? Oh, Milord, wenn eure Lordschaft zu gütig sind...« Der Diener brach ab und schenkte alten Kognak in ein Glas. »Heraus mit der Sprache!« »Es gibt einen Vergrößerungsapparat mit Ersatzlinsen, Milord«, antwortete Banter mit fast religiösem Eifer. »Wenn es sich nun um eine Fälschung handeln würde oder um Fußspuren, könnte ich die Vergrößerungen auf der Stelle machen. Die breitwinkligen Linsen wären auch nützlich. Es ist, als ob die Kamera hinten Augen hätte. »Schauen Sie, Milord, ich habe es gerade hier!« Er zog einen Katalog aus der Tasche. Lord Peter las langsam die Beschreibung. Seine Mundwinkel hoben sich in einem schwachen Lächeln. »Das sind für mich böhmische Dörfer«, sagte er. »Fünfzig Pfund?« »Scheint mir ein lächerlicher Preis für ein bisschen Glas. Wahrscheinlich finden Sie, dass siebenhundertfünfzig Pfund etwas abwegig sind für ein schmutziges, altes Buch in einer toten Sprache, nicht wahr?« »Es steht mir nicht an, so etwas zu sagen, Milord.« »Ja, Banter, ich zahle Ihnen zweihundert Pfund im Jahr, damit Sie Ihre Gedanken für sich behalten. Sagen Sie mir, Banter, in diesen demokratischen Zeiten finden Sie das nicht ungerecht?« »Nein, Milord.« »Möchten Sie mir nicht offen sagen, warum Sie es nicht ungerecht finden?« »Offen gestanden, Eure Lordschaft haben das Einkommen eines Edelmannes, um mit Lady Worthington Essen zu gehen und die unzweifelhafte Schlagfertigkeit Eurer Lordschaft in Zaum zu halten.« Lord Peter überlegte dies. »Das ist also Ihre Ansicht, Banter? Noblesse oblige.« »Ich glaube, Sie haben recht.« »Dann sind Sie besser dran als ich, weil ich mich Lady Worthington gegenüber anständig benehmen müsste, auch wenn ich keinen Penny besäße.« »Banter, wenn ich Sie jetzt entlassen würde, würden Sie mir dann sagen, was Sie von mir denken?« »Nein, Milord.« »Sie hätten durchaus das Recht, Banter, und wenn ich Sie entlassen würde, obwohl Sie so wunderbar Kaffee machen, hätte ich verdient, was Sie über mich sagen würden. Sie können Ihre schielenden Linsen kaufen.« »Danke, Milord.« »Sind Sie im Esszimmer fertig?« »Noch nicht ganz.« »Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Ich habe Ihnen viel zu erzählen.« »Na nun, wer ist denn das?« Die Türglocke hatte heftig geläutet. »Wenn es nichts Interessantes ist, bin ich nicht zu Hause.« »Sehr wohl, Milord.« Lord Peters Arbeitszimmer gehörte zu den schönsten Junggesellenzimmern in London. Es war in schwarz und blassem Gelbgrün gehalten. Die Wände waren mit seltenen Ausgaben bedeckt. In einem Winkel stand ein kleiner schwarzer Flügel. Ein Holzfeuer brannte in einem breiten altmodischen Kamin, und die Sèvresen auf dem Sims waren mit rötlich-braunen und goldenen Chrysanthemen gefüllt. Den Augen des jungen Mannes, der aus dem rauen Novembernebel hereingeführt wurde, erschien das Zimmer nicht nur kostbar und unerreichbar, sondern auch gemütlich und anheimend. Lord Peter sprang auf. »Mein Lieber, ich bin entzückt, Sie zu sehen.« Ein abscheulicher Nebelabend, nicht wahr? Banter, noch mehr von Ihrem bewundertswerten Kaffee und noch ein Glas und die Zigarren. Parker, hoffentlich sind Sie vollgefüllt mit Verbrechen. Nichts weniger als Brandstiftung oder Mord tut's für uns heute Abend. »Aha«, sagte Parker, »Sie waren in Queen Caroline Mansions. Ich war auch dort und ich traf Sarg, der mir sagte, er habe sie gesehen. Er war böse. Ungebührliche Einmischung nannte er es.« »Das dachte ich mir,« antwortete Lord Peter. »Ich bringe den lieben alten Sarg gern in Unruhe. Er ist immer so grob. Ich lese es in den Sternen, dass er sich das Mädchen Gladys so und so vorgeknöpft hat. Aber was haben Sie denn dort getrieben?« »Die Wahrheit zu sagen, ich ging hin, um zu schauen, ob der semitisch aussehende Fremde in Mr. Thibbs' Badewanne zufällig Sir Ruben Levy war. Aber er war's nicht.